sondern auch beschlussfähig sind. Das heißt, wenn ihr Lust habt und euch hinsetzt, wird die Marianne jetzt gleich anfangen wollen. Jawohl, das will sie nämlich gerne. Bitte. Ich warte noch einen ganz kleinen Moment, bis ich die... Jetzt noch stehen, die wir schon mal gesetzt haben. So, jetzt müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen lauter sprechen. Wie lange seid ihr so lieb und setzt euch hin, damit wir pünktlich anfangen können. Ah, ich merke schon. So, setzt ihr euch bitte jetzt hin und... Es ist noch keine Situation, wo ich das Gefühl habe, ich kann euch in Ruhe guten Morgen sagen. Ja. Vielen Dank. Guten Morgen, herzlich willkommen in Neuss. Liebe Delegierte, liebe Gäste, ich begrüße euch zur ersten von unseren drei Landesdelegierten-Konferenzen im Jahr 2016. In diesem Jahr schauen wir mutig nach vorne. Mutig nach vorne, weil wir... Also, es ist zu laut, so kann ich nicht sprechen, Leute. Tut mir leid, so geht das nicht. Da kann ich keinen Mut aufbringen, euch zu begrüßen, das geht nicht. Ihr müsst ein bisschen ruhiger sein. Dankeschön. Also, mutig nach vorne, weil wir viel vorhaben. Nicht nur jetzt an diesen zwei Tagen in Neuss. Wir müssen Antworten auf viele aktuelle politische Fragen geben, von denen wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch gar nicht gedacht haben, dass sie uns mal so intensiv beschäftigen. Wir müssen ein richtig gutes Programm für die Landtagswahl und beziehungsweise für beide Wahlkämpfe 2017 auf die Beine stellen, aber hier für uns natürlich die Landtagswahl. Und beide Aspekte, die Vorbereitung auf die Wahlen, aber auch aktuelle politische Themen, fließen in diesen Parteitag ein. Dieser Parteitag ist jetzt mal nicht mit Urban Gardening, Kräutern und Blumen begrünt, wie wir es in Bielefeld gemacht haben, aber er ist auch diesmal ein bisschen anders als die früheren Parteitage. Wir tagen zum ersten Mal als Landesdelegiertenkonferenz nicht komplett im Plenum, sondern wir arbeiten in Workshops an Ideen für NRW. Wir machen das, weil wir damit mehr Beteiligung ermöglichen, weil wir euch die Gelegenheit geben wollen, die eingegangenen Ideen und die eingegangenen Vorschläge, die wir schon für NRW haben, zu diskutieren, vielleicht noch neue zu entwickeln. Und wir glauben, dass das in der Workshop-Form sehr viel kreativer und vielfältiger sein kann. Wir bleiben natürlich auch weiterhin die Partei in Bewegung und verbunden mit Bewegungen. Und vor dem Hintergrund möchte ich euch sehr dazu ermuntern, die Unterschriften für die Initiative zum Friedensplan für den Erhalt des Hambacher Forsts zu unterschreiben. Die Initiative wird sich durch die Delegiertenplätze durchhangeln und dann auch gerne Unterschriften entgegennehmen. Und wir ermuntern euch sehr, den Stand Stopp-Tiange des Kreisverbands Aachen zu besuchen. Nicht nur, weil das so eine tolle Arbeit des Kreisverbands ist, ihr könnt dort auch direkt die Materialien für die Kampagne kaufen und auch das sollt ihr tun. Bevor ich jetzt aber zum richtigen Parteitagsgeschäft komme, möchte ich noch einen begrüßen, den Volker Beck. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und das sage ich, glaube ich, für alle im Saal hier. Welcome back. Dein Statement aus der letzten Woche war wirklich stark und hat unseren Respekt. Du hast dich in der Öffentlichkeit für dein Verhalten entschuldigt und du hast klargestellt, dass liberale Drogenpolitik Drogen nicht verharmlost, sondern dass die Menschen nicht kriminalisiert werden sollen, wenn sie Drogen konsumieren. Danke. Danke. Danke für diese Klarstellung und schön, dass du da bist. Du hast vielen von uns gefehlt. Leider nicht begrüßen, aber doch beglückwünschen wollen wir auch noch jemanden, der heute nicht dabei sein kann, der euch aber grüßen lässt. Wolfgang Pieper, den alten und neuen Bürgermeister von Telke. 78,9 Prozent. Das ist ja wohl meine Marke. Jetzt kommen wir wieder, wer wirklich aber auch hier ist, zu den sehr Präsenten. Und da möchte ich euch auch noch mal sehr darauf hinweisen, dass wir zum ersten Mal bei dieser LDK die Landesarbeitsgemeinschaften sehr stark eingebunden haben. Die Landesarbeitsgemeinschaften leisten eine wichtige Arbeit, das muss ich euch nicht sagen. Aber sie blühen so ein klein bisschen im Verborgenen. Heute nicht. Heute könnt ihr sie am Stand besuchen, einzelne Landesarbeitsgemeinschaften zu bestimmten Zeiten ansprechen, euch einen Überblick über deren Arbeit verschaffen. Und die Landesarbeitsgemeinschaften machen auch mit bei der weiteren Neuerung, die wir haben. Wir machen dieses Warm-up, was wir sonst immer am Sonntag in der Halle machen. Diesmal als richtiges Warm-up. Unter anderem die Landesarbeitsgemeinschaften Sport, Frauen und Tourismus werden euch Angebote machen. Da komme ich dann später noch mal drauf. Ich hoffe, ihr nutzt sie. Und ich hoffe, dass ihr dann alle, auch die wichtige Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaften, ins Land tragt und noch weitere Mitstreiterinnen für die LRGs findet. Und noch ein Stichwort zu neuem. Das ist die erste LDK, wo wir nicht alle Unterlagen gedruckt versendet haben. Wir haben auch bei dem Ausdruck, den wir hier für euch vorbereitet haben, Ressourcenschonend gearbeitet. Wir haben aber dafür keine Erfahrungswerte. Und es kann sein, dass mal die eine oder Unterlage jetzt nicht gedruckt vorliegt. Und wenn ihr euch dann bitte ans Infobüro, dann können wir das ganz schnell nachdrucken, was euch vielleicht noch fehlt, zum Glück. Am Infobüro findet ihr sowieso natürlich wie immer, am Infostand der LGS meine ich, natürlich wie immer alles, was nicht schon auf den Delegierten Infos steht, die ihr bei euch auf den Plätzen findet. Und jetzt ein letzter Hinweis. Das heißt, es gibt auch wieder ein Treffen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter. Das findet im Anschluss an die Landesvorstandswahlen im Raum Beethoven I statt. So, jetzt aber richtig zum Parteitag. Wir haben Friske mit eingeladen zu dieser LDK. Die Tagesordnung T2 liegt euch vor. Die LDK hat 285 Delegierte und letzte Wasserstandsmeldung waren bei mir 151. Also Beschlussfähigkeit gesichert. Mittlerweile sicher noch sehr viel mehr. Sehr toll, dass ihr alle so pünktlich da seid. Das muss ich euch mal gratulieren sozusagen. Wir starten mit der aktuellen Lage, die wir mit Katrin Göring-Eckardt einführen. Und wir verbinden das mit der Antragsbefassung zum Thema grüne Innen- und Bürgerrechtspolitik. Dann folgt der Wahlblock, der neue Landesvorstand, Landesschiedsgericht, Rechnungsprüferinnen. Dann am frühen Abend die bereits erwähnten Workshops. Und der Sonntag steht dann ganz im Zeichen von zukunftsfähiger Mobilität, dem Haushalt des Landesverbandes und vielen V-Anträgen. Wir schlagen euch vor, mit der Verabschiedung der Tagesordnung alle eingegangenen Anträge und Änderungsanträge zu befassen. Da gibt es eine kleine Ausnahme. Wir haben heute eine halbe Stunde vor Beginn der Versammlung noch einen V-Antrag zum Thema Gebärdensprache erhalten. Wir würden euch vorschlagen, den nicht zu befassen, den Inhalt aber in die Programmarbeit mit einfließen zu lassen. Ich bitte euch jetzt um Zustimmung zur Tagesordnung mit den beschriebenen Ergänzungen. Wer dem zustimmt, da bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Tagesordnung schon mal einstimmig angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen sofort zum Präsidium. Auch dafür habt ihr die Vorlage T1. Wir schlagen vor Corinna Beck vom KV Köln, Eike Block vom KV Bonn, Anna Kalas vom KV Bonn, André Zöhrn, KV Duisburg, Beryvan Eimers vom KV Köln, Felix Bannerschack, KV Duisburg, Wiebke Brems, KV Gütersloh, Stefan Engstfeld, KV Düsseldorf, Maria Klein-Schmeink, KV Münster, Max Löffler, KV Köln, Carsten Ludwig, KV Krefeld und Katrin Ulig vom KV Bonn. Und auch dafür bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme? Gibt es keine Gegenstimme? Gibt es eine Enthaltung? Eine Enthaltung? Ja, dankeschön. Damit ist mein Begrüßungsjob eigentlich getan. Und ich begrüße das Präsidium und bitte mit einem großen Applaus, denn die haben wieder eine schwere Arbeit vor sich. Applaus Vielen Dank, Marianne. Vielen Dank auch für den freundlichen Applaus. Als allererstes, wir befinden uns ja noch in den Formaljahr, müssen wir das Protokoll der LDK Bielefeld miteinander bestätigen. Und das wollen wir nutzen für eine Probeabstimmung mit den Televoting-Geräten. Also, bitte alle mal die Televoting-Geräte zur Hand und die weiße Karte unten rein schieben mit dem Chip nach oben. Ganz wichtig, ihr Lieben, bitte auf die weiße Karte genauso gut aufpassen wie auf die Televoting-Geräte. Weil, wenn die weiße Karte weg ist, gibt es keine neue. Und wenn es keine neue gibt, könnt ihr nicht mit abstimmen, gleich beim Wahl des Landesvorstands. Deswegen, ganz wichtig, Karte und Televoting-Gerät immer an einer Frau oder einem Mann tragen. Danke. So, jetzt sollte bei euch an den Geräten oben links eine grüne LED leuchten. Noch nicht? Dann öffnen wir jetzt mal die Abstimmung, dann sollte das es tun. Oh, wartet mal einen Moment. Ja, so. Jetzt habt ihr drei Möglichkeiten. Ihr könnt die eins drücken für Enthaltung, die zwei für Nein oder die drei für Zustimmung. Dann macht das einfach mal und bestätigt dann mit dem Enter-Button, wenn es Probleme geben sollte, mal winken, weil dann kann die Technik euch helfen. Der junge Mann da vorne kommt. Ja. Ja. Okay, dann schließe ich jetzt die Abstimmung. Und es dauert jetzt einen kleinen Moment. Und dann sollte ich hier ein Ergebnis auf meinem Monitor haben. Aber bisher sehe ich noch nichts. Ups. Also, wie immer bei der Generalprobe dauert ein Moment. Aber haben wir gleich. Okay, ihr Lieben, aus welchen Gründen auch immer sind eure Stimmen im Nirwana verschwunden? Also, es ist gut, dass wir das jetzt üben, nicht, dass wir das gleich bei der Wahl des Landesvorstands erleben. Also, bitte, noch mal. Die Abstimmung ist geöffnet. Ihr dürft jetzt abstimmen. Drei Ja, zwei Nein, eins Enthaltung. Und bitte mit Enter abschließen. Okay, ihr Lieben. Und irgendwie, obwohl wir es gestern Abend getestet haben, haben wir den Wurm drin. Das heißt, ich schlage euch vor, wir machen das mit dem Protokoll gleich noch mal. Und dann würde ich jetzt bitte den Kreisvorsitzenden des KV Neuss, den Christian Gaumitz, auf die Bühne bitten und euch um Aufmerksamkeit für das Grußwort des Kreisverbandes. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ja, erst mal freue ich mich sehr, euch alle hier im Rheinkreis Neuss begrüßen zu können, in der schönen Stadthalle. Und in der Vorbereitung auf die LDK habe ich von unseren altgedienten Delegierten noch einige Geschichten mitbekommen, was man denn alles sagen müsste und welche Geschichten man zu Filz und Klüngel, zu diesem Bau hier erzählen könnte. Das können wir dann sicherlich heute Abend beim Bier noch vertiefen. Da sind auch einige Fachkundige da. Ihr kennt das sicherlich auch aus vielen Geschichten, aus vielen lokalen Bezügen. Der Rheinkreis Neuss ist, kann man sagen, so tief schwarz wie fast kein anderer Kreis in NRW. Und wir haben ja hier schon 2010 einen ganz guten Aufbruch bekommen zu einem rot-grünen Wandel, dann auch auf Landesebene, der ihn eingeleitet hat. Deshalb denke ich, hat Neuss immer ein gutes Vorzeichen. Wenn ihr alle hier seid, wird das sicherlich ein sehr produktiver Landesparteitag, von dem wir auch ein gutes Signal aussenden können. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen vom Rainer Breuer. Das ist der neue Bürgermeister der Stadt Neuss, der leider heute nicht kommen kann, weil er die französische Partnerstadt der Stadt Neuss besuchen muss. Das erste Mal. Und ihr seht an solchen, sag ich mal, doch kleinen, für das Land, kleinen Entscheidungen, aber dann doch im Rheinkreis Neuss doch relativ großen Entscheidungen, nämlich einem politischen Wandel in den Führungsfunktionen, in den Rathäusern. Der schwarze Block bricht auf, der Rheinkreis Neuss wird bunter. Und das ist eine Initiative, das ist eine Bewegung, von der wir alle getragen werden. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass ihr alle hier seid, dass wir alle hier sind und hier auch ein besonders starkes Signal senden können. Und auch diesen positiven Swing, den wir zurzeit im Rheinkreis Neuss auch haben, und insgesamt als Partei, wenn ich mir mal die Umfragen angucke, 14 Prozent gestern, das sozusagen bringt uns ja alle deutlich nach vorne. Freut es uns sehr. Dann freue ich mich auf eine spannende Debatte mit euch. Ich hatte noch darüber nachgedacht, vorhin nochmal auch gefragt, wann war denn die LDK die letzte? Und da habe ich darüber nachgedacht, als ich in die grüne Jugend eingetreten bin, 96, damals noch grünalternatives Jugendbündnis, bin ich als Gast zum Parteitag nach Jüchen gefahren. Das war mein erster Kontakt mit den Grünen. Und ich glaube, es muss ja nicht so turbulent und so kontrovers werden wie da. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf spannende Debatten mit euch. Schön, dass ihr alle im Rheinkreis Neuss seid. Und ja, ich denke, wir haben hoffentlich zwei produktive Tage. Ich freue mich darauf. Herzlich willkommen. Und wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an. Lieben Dank, Christian. So, die Technik hat mir jetzt signalisiert, jetzt müsste es aber funktionieren. Also, bitte, nehmt eure Telebooting-Geräte nochmal zur Hand, steckt die Karte mit dem Chip nach oben ein. Wir öffnen die Abstimmung. Das heißt, gleich müsste es grün bei euch leuchten. Und wie es an der Leinwand steht, mit der 3, ja, mit der 2, nein, mit der 1-Enthaltung für das Protokoll der LDK in Bielefeld, die letztes Jahr im Ende Mai war. Und wie es an der Leinwand steht, mit der 3, ja, 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 mit der 3, ja. Okay, also, irgendwie müssen wir den Test verschieben. Es liegt nicht an uns, es liegt irgendwo an der Technik, wir wissen noch nicht genau, woran es liegt, wir arbeiten dran, oder die arbeiten dran. Also, nehmt doch mal das Stück Stimmkarte in die Hand, was ihr bekommen habt. Alternativ zur modernen Abstimmungsmethode. Und bitte ums Kartenzeichen, wenn ihr dem Protokoll der LDK in Bielefeld zustimmen möchtet. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Sehe ich nicht. Doch, eine. Ah, gibt es Enthaltungen? Bei einigen Enthaltungen an der Gegenstimme so beschlossen. Vielen Dank. So, dann steigen wir jetzt ein in den Top. Aktuelle politische Lage, grüne Innen- und Bürgerrechtspolitik. Der Top, stelle ich kurz vor, wie der aufgebaut ist, beginnt mit der aktuellen politischen Lage, mit der Rede von Kathrin Göring-Eckardt, die ich herzlich begrüße. Herzlich willkommen, liebe Kathrin. Aber bevor du das Wort erhältst, lass mich noch zwei Sätze sagen, bitte. Zwei Sätze. Anschließend machen wir nach Kathrins Rede eine Aussprache. Für diese Aussprache ist es unerlässlich, dass diejenigen, die sich zu Wort melden wollen, das bekunden bei der Antragskommission. Und dann möchte ich euch aufmerksam machen darauf, dass wir zum ersten Mal bei der LDK gläserne Boxen zum Auslosen der Redebeiträge haben. Also so transparent waren wir noch nie. Aber auslosen können wir nur dann, wenn da auch was drin ist. Deswegen die herzliche Bitte, meldet euch zu Wort vorne bei der Antragskommission. Wir wollen zehn Redebeiträge losen, haben gesetzte Beiträge von Malte Spitz, Hubert Wimber, Verena Schäffer, Irene Michalic und abschließend von Silvia Löhrmann. Und das Ganze nach der Antragsvorstellung von Mona. Und jetzt hat aber endlich Kathrin das Wort. Bitteschön. Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Vielen Dank für die Einladung. Das ist schön, wieder hier zu sein bei euch, beim größten Landesverband, den wir haben, bei einem ganz erfolgreichen Landesverband, einem, der regiert und hoffentlich auch weiterregieren wird. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich wünsche euch zwei wunderbare LDK-Tage. Das mit dem Tageslicht kann man ja draußen für einen Moment genießen. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ihr kluge Beschlüsse fasst, dass ihr gute Wahlen habt. Und jetzt muss man natürlich auch noch sagen, dass das mit der Technik funktioniert. Ich weiß nicht, ob es so eine Frauengruppe gibt, die das klären können, dass das irgendwie klappt. Gute Beschlüsse, alles das. Das ist gar nicht so einfach in so schwierigen politischen Zeiten. Und das muss man ja sagen, die Zeiten sind alles andere als rosig. Jetzt ist auch noch Prinz gestorben und es ist wirklich ein Drama. Und ich bin sehr froh, dass ihr trotzdem hierher kommen konntet, um Politik zu machen. Aber es gibt gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht, die habt ihr schon gefeiert und habt sie zu Recht gefeiert. Und das ist die Wiederwahl von Wolfgang Pieper. Das war ein spannender Sonntag. Und wahrscheinlich habt ihr es ja alle gewusst, dass er es wieder schaffen würde. Er hat ein großartiges Video mit sich und seinem Fahrrad gemacht. Und es waren, glaube ich, sogar über 79 Prozent und nicht nur über 78 Prozent. Und ich sage euch, wir saßen in Berlin bei der Klausur des Parteirates und wir waren alle Telgte. Und das ist auch gut so. Und das ist großartig. Und die zweite gute Nachricht, ihr habt es alle schon wahrscheinlich zigmal gemacht. Und ich auch. Aber trotzdem muss man sagen, in so Zeiten, wo ja häufig ganz kurzfristige Entscheidungen getroffen werden und wo man ganz schnell auf irgendwas reagieren muss, was gerade wieder los ist in der Welt, ist es doch schön, ist es doch großartig, wenn Menschen wirklich Dinge gewissenhaft entscheiden. Und wenn sie auf lange Sicht gucken und auf lange Sicht entscheiden. Und deswegen sage ich es dir jetzt auch noch mal, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Silvia und Rainer, zu eurer Hochzeit nach 26 Jahren. Das ist wirklich großes Kino. Und die Silberhochzeit ist ja dann in 25 Jahren schon. Also wir bereiten uns schon mal alle darauf vor, weil den Termin könnt ihr dann nicht mehr hinausschieben. Das ist dann einfach so 25 Jahre. Ich nehme an, er werde das wieder in Telgte machen und dann wird auch der Bürgermeister wieder Wahlen gewinnen. Er hat das ja angeblich nur gemacht, um das zu gewährleisten. Aber so einfach macht es sich irgendwie nur der komische politische Gegner. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, und wir haben auch andere Wahlen gehabt. Nach diesen Wahlen werden wir in noch mehr Ländern mitregieren. Das ist eine großartige Sache. Aber wir werden eben auch weiterhin Baden-Württemberg an erster Stelle regieren. Und das muss man den Baden-Württembergern mit herzlichen Grüßen sagen und ganz besonders Winfried Kretschmann. Es ging ja einerseits darum, wieder vorn zu sein, diese Wahlen zu gewinnen mit Verantwortung, mit Haltung, mit diesen wirklich deutlichen Zeichen. Und die haben aber noch mehr jetzt schon hinter sich. Die haben ja nicht nur Wahlen gewonnen, sondern die haben jetzt auch verhandelt. Und ich finde, die CDU kann wirklich dankbar sein, dass Winfried Kretschmann dafür sorgt, dass sie regierungsfähig werden in Baden-Württemberg. Und auch dazu herzlichen Glückwunsch. Das kann man nicht anders sagen. So, und seitdem reden wir jetzt die ganze Zeit über Haltung. Mein Vater war Tanzlehrer. Da war Haltung irgendwie Brust raus, Bauch rein. Man muss immer total gerade stehen. Ich hatte auch so Zeiten, ich weiß nicht, Ältere von euch kennen das vielleicht, dass man so einen Bügel in die Jacke genäht kriegt, damit man ordentlich gerade geht. Aber ich glaube, das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir über Haltung reden. Haltung heißt bei uns, dass man für seine Inhalte steht, dass man aufrecht ist. Aber es heißt eben nicht, dass man kompromisslos ist. Es heißt, dass man klare Kante zeigt. Es heißt aber nicht, dass man irgendwie nur mit roten Linien rumläuft, in denen man sich selber dann verhettet. Es heißt vor allem eins, nämlich, dass wir zuerst sagen, was wir wollen. Wir sagen, was unsere Lösungen sind und wir sagen nicht den Leuten zuerst, das und das ist euer Problem und dann haben wir eine Lösung dafür, sondern wir hören zuerst zu. Haltung heißt Visionen haben und trotzdem kleine Schritte zu machen und sich dafür nicht zu entschuldigen. Ich meine, wem sage ich das? Ihr regiert ein Land. Haltung ist zu fragen, was habt ihr für Ängste, aber auch, was habt ihr für Hoffnungen und was gibt es für grüne Antworten darauf? Nein, wir machen nicht Politik auf Bestellung. Das wäre für uns völlig untypisch und das ist völliger Quatsch. Aber wir nehmen es sehr ernst, dass die Menschen uns zutrauen und zwar uns zutrauen, dass wir es ernst meinen mit dem Stopp der Klimakrise und mit der Gerechtigkeit, dass wir es ernst meinen mit der Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, dass Ökologie nicht geht ohne Gerechtigkeit, damit, dass wir Wohlstand abkoppeln wollen vom Ressourcenverbrauch und damit, dass wir nicht mehr einem alten und veralteten Wachstumsbegriff anhängen. Lasst uns, liebe Freundinnen und Freunde, großdenken und zuhören, auch mal was auf den Kopf stellen bei Dingen, die wir immer ganz sicher in unserem Programm hatten. Lasst uns noch mal neu darüber nachdenken, wenn es so etwas gibt, wo wir neu darüber nachdenken müssen und das gibt es ja logischerweise immer. Ein paar Sachen müssen wir nicht noch mal diskutieren und auch nicht noch mal ganz neu. Für mich gehören so Satzungsdebatten dazu. Ich weiß, es gibt Fans davon, ich bin auch froh, dass es Fans von Satzungsdebatten gibt. Aber ich finde, in Wahljahren muss man sich keine Debatten um Doppelspitzen antun. Und das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, Henriette Rehker braucht noch jemanden an ihrer Seite, sie soll gerne alleine Oberbürgermeisterin sein. Das heißt auch nicht, dass Winfried Kretschmann nicht alleine MP sein darf. Und die Doppelspitze macht auch keinen Sinn, wenn sie nur nach dem Motto geht, wie ist denn eine Flügellogik. Ich glaube, das wäre in der Tat veraltet. Aber jetzt stellt euch mal vor, es gibt keine Doppelspitze. So wie bei der CDU zum Beispiel, die Männer in der CDU. Ich meine, die Männer brauchen doch auch die Hälfte der Macht. Die strampeln sich ab und strampeln sich ab. Und dann hat die CDU seit 16 Jahren dieselbe Vorsitzende. Und die ist mittlerweile offenbar vollkommen alternativlos. Ja, wollen wir das wirklich? Personalisierung ist gut, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss man auch machen. Bei uns kommt aber bei der Personalisierung trotzdem und immer der Inhalt zuerst. Und Inhalt und Person, so geht es und nur so geht es. Sonst wären wir nämlich ganz schön aufgeschmissen in dem Moment, wo irgendjemand irgendeinen Fehler macht, dann wäre das gleich ein Fehler für die ganze grüne Sache. Und deswegen sage ich, ja, das ist gut mit der Personalisierung. Und es ist auch gut, dass da Köpfe vorn stehen, die im Zweifelsfall auch mal den Wind abfangen. Aber das mit den Doppelspitzen, das lassen wir mal so. Und es ist gut so. Und ich glaube, es ist übrigens auch modern. Moderne Unternehmen machen das längst so. Und dort, wo Diversity stimmt und wo das gilt, ist es auch vernünftig. Und da gehören eben Frauen und Männer dazu. Männliche Doppelspitzen, davon würde ich eher abraten. Ich glaube, die letzte in Deutschland war Modern Talking und das war eher nicht so super. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben ja in einer Zeit, in der auch von uns viele eine ganze Menge von Fragezeichen im Kopf haben. Aber das hindert uns nicht am Anpacken. Und Anpacken, darum geht es eben auch. Wenn wir sagen, wenn Bündnis 90 die Grünen sagt, ja, wir gucken uns die Probleme an, dann sitzen wir sie aber nicht aus. Sondern wir gehen nach vorn und wir legen los. Und deswegen will ich mich auch nicht beirren lassen von den ganzen Zauderern und Zögerern, von denen, die sagen, wir wollen das eigentlich nicht schaffen. Von Obergrenzenforderern, von Islamkritikern, von denen, die seit der Silvesternacht in Köln plötzlich und unerwartet die Frauenrechte so wahnsinnig wichtig fanden und für sich entdeckt haben. Wir lassen uns nicht beirren von AfD-Verstehern. Wir lassen uns nicht beirren, wenn Viktor Orban jetzt auch noch in Oggersheim empfangen wird. Und es macht mich wütend, wenn solche Botschaften gerade von denen kommen, die in unserem Land Verantwortung tragen. Wenn es plötzlich darum geht, dass der Islam nicht zu diesem Land gehören soll und wenn das auch noch Leute unterstützen, die aus der CSU kommen. Und es macht mich wütend, wenn plötzlich die Flüchtlinge angeblich zu viel bekommen haben sollen und solche Unterstützer auch aus der SPD kommen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist bestimmt nicht die Haltung, die ich meine. Und die Haltung, die ich meine für uns Grüne, heißt eben auch, wir haben die Chance auf echte Eigenständigkeit. Wir sagen, was wir wollen, wir hören den Leuten zu und wir sagen, was wir für Visionen haben. Und ja, die SPD in Nordrhein-Westfalen kann von Glück reden, dass sie euch hat zum Regieren. So wie die Union in Baden-Württemberg von Glück reden kann, dass sie uns hat. Aber wenn wir über Eigenständigkeit reden, dann machen wir das aus Verantwortung. Dann machen wir das, weil wir Verantwortung fürs Land haben. Wir machen es nicht wie die FDP von Christian Lindner, die sich nicht mal an einen Tisch setzt zu Gesprächen, weil sie sagt, das passt nicht in unsere Taktik für die Bundestagswahl, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist nicht Verantwortung, das ist nicht Rausschleichen für parteipolitische Taktik. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Da ist viel Veränderung gerade in unserem Land, aber es ist auch klar, Innen- und Außenpolitik sind nicht mehr zu trennen. Und diese viele Veränderungen, die macht Leuten Sorgen, mich feuert sie eher an. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich aus Ostdeutschland komme und schon mal so eine Revolution gemacht habe, ein bisschen mitgemacht habe. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich weiß, dass dann am Ende Freiheit und Demokratie etwas Großartiges sind, für das wir gekämpft haben und für das wir auch wirklich was aufs Spiel gesetzt haben. Nein, es gibt keinen Grund, sich jetzt in die Ecke zu setzen und zu warten und Angst zu haben. Nein, es gibt keinen Grund dafür, diesen Aufbruch in der Gesellschaft kleinzureden. Die Menschen, die jetzt zu uns kommen, werden diese Gesellschaft reicher machen. Unternehmen besorgen sich Headhunter, um das hinzukriegen, dass es mehr Diversity gibt. Zu uns kommen Leute, die wollen hier arbeiten und die wollen hier dabei sein. Liebe Freundinnen und Freunde, seit Jahren reden wir über Demografie. Jetzt kommen junge Leute hierher, ja, und das ist nicht wie auf irgendeinem Plan. Das ist ein bisschen Anarchie, das ist ein bisschen ungeplant. Aber du liebe Zeit, wir sind ein reiches, wir sind ein kreatives Land. Wer soll es denn hinkriegen, wenn nicht wir, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen auch für diese Veränderung. Und da bin ich auch gerne bei dem Mut, von dem hier bei euch heute die Rede sein wird. Weil es natürlich immer auch darum geht, Mut zu haben für neue Wege und für andere Ideen. Mut hatten ganz viele Grüne übrigens. Ich habe viele Einrichtungen besucht, Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte etc. Und ob das in NRW war, in Oberhausen war ich glaube ich letzten Sommer zum Beispiel, oder in irgendeinem anderen Bundesland. Ich habe überall Grüne getroffen, die das getragen haben. Der lustigste Satz, den ich gehört habe, der stammte von einer Wahlkämpferin aus einem Land, die vor ein paar Wochen gewählt haben. Die hat gesagt, Katrin, das ist ganz furchtbar. Unsere Leute helfen alle in den Unterkünften, die machen gar keinen Wahlkampf. Und ich habe gesagt, ja super, sei stolz drauf. Genauso meinen wir das mit der Verantwortung für die Gesellschaft. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist klar, dass wir jetzt die Chance haben für gelingende Integration oder wir vergeigen sie. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir in so vielen Bundesländern regieren, mitregieren, weil das nämlich heißt, dass diese Chance genutzt werden kann. Ja natürlich, die Rahmenbedingungen für Integration, die müssen auf der Bundesebene gestellt werden. Aber stattfinden tut sie in den Ländern, stattfinden tut sie in den Kommunen. Und da haben wir viel von euch, von den Kommunalos, gerade hier in NRW gelernt. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass es Integrationscenter in der ganzen Bundesrepublik gibt, weil es erfolgreich ist, wenn alles aus einer Hand kommt. Und wenn klar ist, man muss nicht von Pontius zu Pilatus gehen, weder als jemand, der hierher gekommen ist, noch als jemand, der helfen will, liebe Freundinnen und Freunde. Integration, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und man muss es wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist das, was mich am meisten irritiert. Ihr habt lange Erfahrungen damit in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich in Thüringen über Vielfalt nachdenke, da ist schon, also das ist ein bisschen anders. Wir haben immer noch unter 5 Prozent, deutlich unter 5 Prozent Menschen, die einen anderen Hintergrund haben. Bei uns ist es schon so, dass wenn mal jemand so redet wie ich, jetzt hier, dann ist man daheim. Das verstehen alle und wenn dann jemand aus Nordthüringen kommt oder aus Franken, dann ist es schon, das ist sozusagen alles, was wir an Vielfalt hatten bisher. Und das ist ganz schön, wenn man jetzt durch Erfurt läuft und weiß nicht, ob der Mann oder die Frau, die da irgendwie ein bisschen anders aussieht, jetzt zu den Geflüchteten gehören oder ob es ein Professor von der Fachhochschule ist. So stelle ich mir moderne Gesellschaft aber vor, dass ich das gar nicht weiß, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Erfahrung, die ihr hier damit gemacht habt, die ist ja auf die Bundesrepublik zu übertragen. Diesem Land ging es immer besser, wenn Menschen aufgenommen worden sind, wenn die Grenzen auf waren, wenn es Vielfalt gegeben hat. Und diesem Land ging es immer schlechter, wenn Mauern hochgezogen worden sind, wenn Grenzen dicht gemacht worden sind oder wenn dieses Land gesagt hat, wir wollen unter uns bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Und diese auch historische Erfahrung müssen wir nutzen für die Zeit, die jetzt vor uns steht. Und deswegen reden wir als Grüne auch über Probleme. Wir wären auch blöd, wenn wir es nicht tun würden. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir hätten noch diese alte Multikunti-Romantik. Nee, das war keine Romantik. Das war ein Lernprozess, wie man zusammenlebt in einer solchen Republik. Das war ein Lernprozess, wie man zusammenlebt mit Migranten, die nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, mit den Gastarbeitern, mit den Gastarbeitern aus Osteuropa, mit all denen, die hierher gekommen sind. Und diesen Lernprozess haben wir Grüne wie niemand anderes gestaltet. Und deswegen werden wir nichts schönreden. Wir werden weder schönreden die Ereignisse der Silvesternacht in Köln, übrigens auch nicht das, was die Polizei da nicht gemacht hat. Wir werden auch nicht schönreden, dass auch wir die Lehrerinnen und Lehrer nicht backen können, die jetzt gebraucht werden, weil die fahren nämlich nicht alle Taxi, sondern das ist eine richtige, harte Anstrengung, das zu schaffen, das hinzubekommen. Und auch wir wissen, wenn wir mit unseren eigenen Leuten reden, dass sie sagen, na klappt denn das jetzt wieder in der Schule? Und ist das gut mit den Kita-Plätzen? Haben wir denn auch genug? Wir werden über solche Probleme reden, aber wir werden nicht darüber reden im Sinne von, das können wir nicht schaffen, sondern wir werden über solche Probleme reden im Sinne von, wie schaffen wir das? Und liebe Freundinnen und Freunde, das macht den Unterschied. Und diesen Unterschied, den machen wir auch, wenn es um den Zusammenhalt der Gesellschaft geht. Für mich ist das Wort Zusammenhalt sowas wie Gerechtigkeit plus, Langzeitarbeitslosigkeit, Familien, Grundsicherung, Alleinerziehende. Für diese Leute sind wir die Lobby. Mir ist ja vorgeworfen worden, ich wäre im Wahlkampf 2013 auf einmal so sozialpolitisch geworden. Nee, das bin ich nicht auf einmal so geworden. Sondern ich sehe, dass es Leute sind, um die sich schlicht und ergreifend am Ende niemand kümmert. Übrigens auch nicht die SPD, die ja immer so sehr für Gerechtigkeit steht. Und ich sehe, dass diese Leute von allem zu wenig haben. Die haben zu wenig Geld und zu wenig Chancen, liebe Freundinnen und Freunde. Und weder macht es Sinn, das eine gegen das andere auszuspielen, noch macht es Sinn, so zu tun, als ob das, wenn es dem Land gut geht, schon auch besser werden wird. Nee, das wird nicht so sein. Und deswegen ist das für mich die zentrale Gerechtigkeitsfrage weiterhin. Schaffen wir es denn, dass jeder die Chancen nutzen kann, die er hat? Oder schaffen wir das nicht? Hängt der Aufstieg weiterhin so krass vom Geldbeutel der Eltern ab? Ganz viele Leute haben die Angst, dass sie gar nicht aufsteigen können oder dass sie absteigen. Und das ist ein Thema für uns Grüne. Und es macht überhaupt keinen Sinn, darum herumzureden. Es macht auch keinen Sinn, dass wir uns immer wieder hinstellen und sagen, wir sind übrigens die Partei der Gerechtigkeit. Nein, das müssen wir gar nicht beschwörerisch sagen, liebe Freundinnen und Freunde. Das sind wir, dazu stehen wir und dafür kämpfen wir auch. Und wir wären blöd, wenn wir es nicht tun würden. Und da geht es um richtig viel, weil die Dinge eben so ungleich verteilt sind. Und mich nervt es, wenn ich wieder irgendwo von irgendeinem Institut, das ist ja schon fast egal von welchem, höre, dass die Reichen wieder mehr und die Armen wieder weniger haben. Weniger Geld, weniger Chancen, weniger Erbschaften übrigens auch. Ich war gestern in Mönchengladbach zusammen mit Barbara bei Pflegekräften. Ich habe die gefragt, ob eigentlich eine von ihnen eine Briefkastenfirma hat. War auch nicht so. Die machen sich eher darum Sorge, wie sie bei ihren zwar vernünftigen, aber trotzdem geringen Einkommen eigentlich ihre Rente bezahlen sollen. Und da ist aber ein Punkt, über den wir nicht drum herumreden sollten, auch hier nicht. Niemand hat ja die Absicht, einen Steuerparteitag zu machen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber, ja. Und trotzdem ist es eine Diskussion, die wir führen müssen. Und mein Petitum ist, lasst uns darüber vernünftig reden, und zwar in zwei Stufen. Die eine Stufe ist, sie beschreibt, was wir wollen. Und ich glaube, dass wir uns da ziemlich einig sind. Es ist für mich jedenfalls völlig klar, dass die Superreichen sich mehr an dem beteiligen müssen, was Daseinsvorsorge und was Gesellschaft ausmacht. Wer viel Vermögen hat, hat auch das Vermögen mehr beizutragen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist der eine Schritt. Und den anderen finde ich aber nicht weniger wichtig. Und ihr wisst das alle, weil ihr in Kommunen, weil ihr im Land Verantwortung habt. Wir müssen auch darüber reden, welche Verbündeten haben wir eigentlich wofür. Weil es reicht nicht, nur einen Beschluss auf den Parteitag zu fassen. Sondern man muss sich dann auch fragen, welche Schritte würden denn dahin führen, dass das auch erfolgreich ist und dass die Kohle tatsächlich da landet, wo sie gebraucht wird. Nämlich für die Infrastruktur, nämlich für die Bildung etc. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich halte nichts davon, dass wir uns in ideologische Schlachten begeben. Ich halte sehr viel davon, dass wir uns zusammen die harte Arbeit machen, uns zu fragen, was wollen wir, aber nicht zu vergessen zu fragen, wie kommen wir eigentlich dahin und wie können wir es umsetzen. Das gehört zu verantwortungsvoller Politik nämlich auch dazu. Aber ich will gern noch einmal zurückkommen zu der Frage Zusammenhalt. Weil die Frage, wie Menschen eigentlich hier ankommen und wie sie hier leben, ja eine ist, die insbesondere die AfD zurzeit nicht beschäftigt. Die AfD macht jetzt den Islam zum Beelzebub der Republik. Ich finde, wir müssen das Gegenteil machen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ihr euch hier auch um die dritte und vierte Generation kümmert. Ich sage das übrigens nicht, weil ich jetzt ein bisschen bei NRW schleimen will, weil ich gerade hier stehe, sondern ich sage das, weil wir uns sehr viel von dem angeschaut haben, was hier gemacht wird. Und die Imame werden nun mal in Münster ausgebildet. Und es ist nun mal so, dass hier vor allen Dingen auch muslimischer Religionsunterricht an Schulen stattfindet, liebe Freundinnen und Freunde. Und da gehört es auch hin. Ich will nicht, dass die Imame aus der Türkei kommen und kein Deutsch reden. Und ich will nicht, dass der Religionsunterricht irgendwo im Hinterzimmer stattfindet. Sondern ich will, dass es da stattfindet, wo man hingucken kann, wo man zuhören kann, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will, dass er im demokratischen Raum stattfindet. Und deswegen sage ich, es kommt darauf an, den Islam einzubürgern und nicht ihn zu beschimpfen. Liebe Freundinnen und Freunde, und da gehört es eben auch dazu, dass wir über unsere Errungenschaften reden. Und eine Islamauslegung, wo es um ein krudes Frauenbild geht und eine Islamauslegung, wo unsere Vorstellungen von offener Gesellschaft mit Füßen getreten werden, die teilen wir nicht. Wo Frauen zweiter Klasse gemacht werden, wo Frauenrechte in Frage gestellt werden, das hat mit uns nichts zu tun. Und deswegen sagen wir auch, das ist in der Demokratie anders. Und das sagen wir Islamisten und das sagen wir solchen Islamauslegern und das sagen wir auch denen von der AfD, die nämlich das gleiche Frauenbild verteidigen und vertreten wie die. Und es gehört nicht in unsere Gesellschaft, dass die Menschen in Gute und in Schlechte, in Gläubige und Ungläubige eingeteilt werden, sondern zu uns gehört Zusammenhalt. Liebe Freundinnen und Freunde, ja es kommen jetzt immer weniger Flüchtlinge. Flüchtlingskrise haben wir ja die ganze Zeit gehört. Ich will nochmal einen Journalisten zitieren, Herrn Minkmar, der gesagt hat, eine Krise ist das höchstens im Leben der Geflüchteten. Aber ganz bestimmt nicht für uns. Für uns ist es höchstens eine Aufgabe. Es kommen weniger, aber der Grund dafür ist nicht etwa, dass sich die Lage in Syrien oder im Nordirak beruhigt hätte. Der Grund ist nicht etwa, dass es in Afghanistan gerade friedlicher geworden wäre und mehr Kinder zur Schule gehen. Der Grund ist ein verdammt schmutziger Deal mit der Türkei, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist zwar gemeinsames Europa, was Angela Merkel und andere da zustande gebracht haben. Aber das ist nicht das Europa der Werte, das ich mir vorstelle, liebe Freundinnen und Freunde. Ein altes Europa der Abschottung, das wollen wir als Grüne nicht. Und auch wenn in manchen Kommunen jetzt erstmal aufatmen ist, weil man jetzt mal besser organisieren kann und ein bisschen besser planen kann, und das verstehe ich. Dieter Lauinger, unser Integrationsminister in Thüringen, der hat mir vor ein paar Tagen erzählt, er hatte eine Telefonkonferenz mit seinen Bürgermeistern und Landräten. Und die haben gesagt, also Herr Minister, so geht es nicht. Wir haben jetzt hier alles bereit und es kommen gar keine Flüchtlinge mehr. Sie müssen uns mal ein paar schicken, weil wir sind jetzt darauf eingestellt. Das ist die andere Seite, aber ich will es auch nicht kleinreden. Was aber jetzt passiert ist, dass sich die Fluchtrouten verändern. Was jetzt passiert ist, dass die Fluchtrouten noch gefährlicher werden. Was jetzt passiert ist, dass die Menschen sich natürlich trotzdem auf den Weg machen. Eine Pseudo-Arbeitserlaubnis in der Türkei führt doch nicht dazu, dass Leute sagen, na wir warten mal darauf, ob wir hier vielleicht einen Job kriegen. Nein, es führt dazu, dass Leute sagen, wir sind jetzt schon seit Monaten oder seit Jahren auf der Flucht. Wir brauchen eine Perspektive für uns und erst recht für unsere Kinder. Und es wird sich niemand wirklich abhalten lassen. Und ich sage euch eins ganz klar, es sind auch in der letzten Woche wieder Menschen auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen. Und anders als Thomas de Maizière habe ich überhaupt keine Lust, keinen Willen und auch keine Gelassenheit, mich an solche Bilder zu gewöhnen. Das Gegenteil ist der Fall. Heute ist hier Angela Merkel in der Türkei und sie wird dort wieder Gespräche führen. Sie wird eine ziemlich gut sortierte Flüchtlingsunterkunft dort mit anderen gemeinsam besuchen. Ich hoffe, sie lässt sich auch erzählen, dass der Großteil der Menschen, der Flüchtlinge in der Türkei, eben nicht in solchen Unterkünften lebt, sondern ganz woanders. Aber vor allen Dingen hoffe ich eines, dass sie dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten mal eine Zahl sagt. Nämlich die Zahl, in der es um die Pressefreiheit geht. Da ist die Türkei auf Platz 151 von 180. Das heißt für mich, Pressefreiheit gibt es nicht in der Türkei. Und das heißt für mich, eine deutsche Kanzlerin, die ja offensichtlich eingesehen hat, dass sie einen Fehler gemacht hat, als sie Herrn Davutoglu verkündet hat, das sei jetzt wirklich ein Problem mit dem Gedicht von Herrn Böhmermann, eine solche Kanzlerin aus einem demokratischen Land, und zwar egal, worüber sie ansonsten mit Herrn Erdogan und Herrn Davutoglu und den anderen dort zu reden hat, von einer solchen Kanzlerin erwarte ich zwei Dinge. Erstens, dass sie die Pressefreiheit anspricht und die Freiheitsrechte, die in einem solchen Land zu gewährleisten sind, liebe Freundinnen und Freunde, dass der EU beitreten will. Und ich erwarte auch, dass sie sich mit denen trifft, die die Leidtragenden dieses Ganzen sind. Die Oppositionellen, die in der Türkei darauf warten, dass sie Unterstützung kriegen. Can Dündar von Cumhuriyet zum Beispiel. Die vielen anderen, die im Knast waren oder die im Knast sind, die ihre Arbeit verloren haben, liebe Freundinnen und Freunde. Es kann doch nicht sein, dass Angela Merkel so tut, als gäbe es sie gar nicht. Das ist ihre Verpflichtung als eine Kanzlerin eines demokratischen Landes, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn ich gerade bei den Menschenrechten bin, Sigmar Gabriel ist ja nach Ägypten gefahren, und er hat dann gesagt, dass er Herrn Al-Sisi einen sehr beeindruckenden Präsidenten findet. Und ich finde, das ist eine Katastrophe, eine solche Äußerung. Wenn man jetzt ironisch sein würde, dann würde man sagen, naja, der Sigmar Gabriel ist beeindruckt davon, wie viel Durchsetzungsvermögen Al-Sisi in seinen eigenen Reihen hat. Aber ich kann nur sagen, mich regt es wahnsinnig auf, dass ein deutscher Wirtschaftsminister es nicht fertigbringt, klar zu sagen, was menschenrechtsorientierte Außenpolitik ist, und nicht nur rumzulaufen und ein paar gute Geschäfte zu machen. Ich verstehe es nicht und ich verstehe es erst recht nicht von einem Sozialdemokraten, liebe Freundinnen und Freunde. Und die gleiche Nummer läuft ja jetzt auf der anderen Seite bei TTIP. Und da wir alle nicht da sein können, weil wir ja hier sind, sagen wir zuerst mal herzliche Grüße an die Freundinnen und Freunde, die in Hannover sind und die Grünen fahren und die anderen fahren hochhalten. Es ist großartig, dass ihr dort kämmt. Und ich bin sehr froh, dass dort gekämpft wird für fairen Handel, dass dort gekämpft wird für lang erkämpfte Sozial- und Umweltstandards. Ich bin froh, dass wir einen kleinen Schritt gemacht haben bei der Transparenz. Und Katharina ist wirklich eine Heldin, was alles das angeht. Und auch für Sigmar Gabriel könnte einmal klar werden, und für die deutsche Politik, freier Handel, das heißt nicht freie Hand beim Profit und freier Fall bei den Standards, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür muss gekämpft werden. Übrigens 75 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sehen das genauso. Und das mag manche verwundern. Mich verwundert es nicht, weil auch das ist eine Frage der Demokratie, um die es da geht, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn es um Standards geht, dann können wir natürlich und sollten auch nicht daran vorbeisehen, dass das Klimaabkommen von Paris jetzt endlich unterschrieben wird. Und so eine Unterschrift auch der deutschen Regierung ist ja schön. Die Tinte ist aber verdammt schnell trocken. Und ich habe nach wie vor das Gefühl, Frau Merkel redet von Dekarbonisierung. Wir waren alle total erstaunt. Wir haben gesagt, meine Güte, das Wort kam bisher gar nicht in Ihrem Wortschatz vor. Das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass Sie das getan haben. Aber Klimaschutz im Land, nee, das findet nicht statt. Das findet weder bei der Union und bei Frau Merkel statt, noch bei Herrn Gabriel. Man kann ja sagen, Siegmar Gabriel ist beim Klimaschutz so etwas wie der wandelnde Vertragsbruch. Die Bundesregierung folgt beim Klimaschutz dem Motto international hui und national pui, liebe Freundinnen und Freunde. In New York grün blinken und dann hier im Land weiter mit der schwarzen Kohle machen. Das läuft so nicht. Und da stehen wir für eine andere Politik. Nicht für schöne Worte, sondern für raus aus der Kohle, für Klimaschutzgesetze. Wir stehen dafür, dass das wirklich gelingt mit der Energiewende. Dass es wirklich gelingt mit dem Ausstieg aus der Klimakrise, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür sind wir da. Und das werden wir auch mit aller Kraft machen. Wenn man über Klimaschutz redet, kommt man ja an VW auch gar nicht vorbei. Ich meine, der Tesla hat jetzt gerade jede Woche, glaube ich, 300.000 Bestellungen, die das Unternehmen gar nicht gewährleisten kann. Ich durfte eine Probefahrt machen, übrigens, vor einiger Zeit. Das war sehr, sehr cool. Nicht nur, weil das Auto so leise und so schadstoffe ist. Es ist auch ein sehr cooles Auto. Und wir werden uns das alle nicht leisten können und auch gar nicht wollen, weil wir fahren ja ÖPNV und Fahrrad und Karschere und so weiter, klar. Und trotzdem, es ist doch mega peinlich, dass die deutsche Autoindustrie jetzt nicht mehr ein Markenzeichen ist für Qualität aus Deutschland. Da könnt ihr euch ganz sicher sein. Sondern inzwischen ist es kein Qualitätssiegel mehr, sondern es ist ein Warnsignal. Ein Warnsignal, ihr könntet beschissen werden. Und zwar schon bei der Frage der Umweltstandards und dem, was da hinten rauskommt, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn uns unsere Wirtschaft etwas wert ist, dann werden wir darum kämpfen, dass die Schadstoffemissionen auch dem entsprechen, was sein muss und dem, was sie sagen. Da gehört Transparenz dazu. Da gehört dazu, dass wir einen Untersuchungsausschuss machen. Aber da gehört vor allen Dingen dazu, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich wieder sicher sein können, was sie kriegen, wenn sie so eine Karre kaufen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe gesagt, wir leben in gar nicht so einfachen Zeiten und vieles ist nicht rosig. Flucht und Integration, Klimakrise, Menschenrechte, die internationalen Herausforderungen, das ist verdammt viel. Und was uns, glaube ich, von den meisten anderen unterscheidet, ist, dass wir keine einfachen Antworten geben. Vor allem macht das die AfD. Und wenn Ihnen die Antworten ausgehen, dann finden Sie halt neue. Also erst Anti-Euro-Partei, dann Anti-Einwanderungspartei, neuerdings Anti-Islam-Partei. Also wer sich hinstellt und sagt, der Islam sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, dem wird ja wahrscheinlich möglicherweise demnächst auch noch einfallen, die Demokratie sei jetzt nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar. Und deswegen ganz eindeutig, wer das Grundgesetz ernst nimmt, muss für Religionsfreiheit sein. Da müssen wir gar nicht hier uns lange gegenseitig auf die Schulter kloppen. Wer den Schutz der Umwelt ernst nimmt, der muss für Klimaschutz sein und für Atomausstieg. Wer Gleichberechtigung ernst nimmt, der muss für Gleichstellung und auch für Gender-Mainstreaming sein. Und wer die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ernst nimmt, der muss für den Schutz von Geflüchteten sein. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist falsch, der AfD nach dem Mund zu reden. Es ist falsch, die AfD und ihre Themen einfach so in die Seite zu legen. Aber eins muss auch klar sein. Dort, wo wir Menschen gewinnen können, für die Demokratie, und sei es im Freundeskreis, sei es am Arbeitsplatz oder sonst wo, dann sollten wir es versuchen. Auch wenn sie AfD-Argumente nachquatschen. Weil das ist unser Job, in diesen Tagen zu versuchen, sie zurückzugewinnen. Aber das andere ist mir mindestens genauso wichtig. Die AfD hat ja auch gesagt, Herr Gauland in dem Fall, und Herr Höcke sowieso, Herr Höcke bei mir zu Hause, passt immer noch nicht in meinem Kopf zusammen, ist aber so, Thüringen, dass sie finden, dass Pegida quasi ihre Vorfeldorganisation sei. Und die Schilder, auf denen stand, die Pegida hochgehalten hat, wir sind das Volk, die haben mich im tiefsten Inneren geschmerzt. Ich habe nämlich mal so ein Schild selber gemalt. Und ich habe es auch ernst gemeint. Und damals lebte ich in einer Diktatur. Worauf es jetzt ankommt, liebe Freundinnen und Freunde, ist aber auch klar eines zu sagen. Elf Prozent AfD finde ich zum Kotzen. Aber das ist nicht der Mainstream in dieser Republik, liebe Freundinnen und Freunde. Der Mainstream, das sind die, die nicht die Hosen voll haben und nicht zurück in die 50er Jahre wollen. Die Mehrheit in diesem Land hilft immer noch nach der Arbeit in der Flüchtlingsunterkunft oder irgendwo anders. Die Mehrheit in diesem Land rollt auch nicht rhetorisch jeden Tag den Stacheldrahtzaun aus wie Horst Seehofer. Und die Mehrheit in diesem Land will übrigens auch, dass wir gestalten. Und deswegen wählen Sie Leute wie Winfried Kretschmann, Henriette Reker oder Wolfgang Kieper. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde, der Mainstream in diesem Land, die Mehrheit, die hat ein Recht darauf, dass wir für sie sprechen. Die hat ein Recht darauf, dass wir diese offene Gesellschaft vertreten und verteidigen. Gegen Angriffe von rechts, gegen Angriffe, die frauenfeindlich sind, gegen Angriffe auf Geflüchtete und erst recht gegen Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. Das sind nämlich keine Angriffe auf irgendwas, sondern es sind Angriffe auf uns und unsere Gesellschaft und den Zusammenhang hier. Und für diesen Mainstream, liebe Freundinnen und Freunde, für den Mainstream der Demokratie und für den Mainstream derjenigen, die in diesem Land was gestalten wollen und die es nach vorn gestalten wollen, die mutig sein wollen, wie ihr das heute hier sagt, um die geht es uns. Und natürlich geht es ums Ganze. Es geht um Lösungen, es geht um kleine Schritte und es geht um große Perspektiven, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um unsere Werte und es geht um grüne Grundwerte. Grüne Revolution, ja, gerne. Und gerechte Gesellschaft, selbstverständlich, das ist der Kurs und da schwanken und schlingern wir auch nicht. Aber liebe Freundinnen und Freunde, es ist zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl habe, ich sage nicht nur, wir kämpfen für die Demokratie als Selbstverständlichkeit, sondern es ist jetzt eine richtig harte Aufgabe. Diese offene Gesellschaft braucht Kämpferinnen und Kämpfer. Diese offene Gesellschaft braucht Leute, die jeden Tag beweisen, dass das das bessere Modell ist. Diese offene Gesellschaft braucht jeden Tag Leute, die sagen, unser Grundgesetz gilt, die Frauengleichberechtigung gilt, es gilt, dass wir Menschen hier aufnehmen, die in Not sind und es gilt, dass wir der festen Überzeugung sind, das ist gut für unser Land. Und darum kämpfen wir, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus und das ist gut für unser Land. Und das ist gut für unser Land. Und das ist gut für unser Land. Liebe Katrin, du siehst, du hast den Nerv der NRW-Grünen getroffen mit deiner Rede für uns. Vielen Dank. Wir tun gut daran, dir was für deine Nerven mitzugeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Auseinandersetzung mit dieser aktuellen Bundesregierung das eine oder andere Mal nicht undankbar ist, ein paar köstlichste Pralinen naschen zu können. Oder auch diesen herrlichen Lavendeltopf, den kann man ja auskochen und ätherische Öle draus machen. Willst du mich beruhigen oder was? Nein, ich will, dass du weiterhin an den entsprechenden Stellen die Bundesregierung stellst als grüne Bundestagsfraktionsvorsitzende. Diesen Topf kannst du zu Hause einpflanzen. Wir wissen alle, die wir dir auf Facebook folgen, dass du gerne Gärtnerst. Das kannst du hier unter Beweis stellen. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und alles Gute. So, wir steigen jetzt ein in die Antragsbefassung von IB1, grün sicher frei. Den Antrag stellt die Mona Neubauer jetzt gleich in fünf Minuten vor. Während die Mona spricht, losen wir die ersten drei gelosten Beiträge aus. Anschließend hat Malte das Wort. Dann kommen die ersten drei gelosten Beiträge. Dann kommt unser Gasträder Hubert Wimber. Dann losen wir noch zwei. Verena Schäffer spricht, kommen weitere zwei geloste. Irene spricht. Drei geloste, falls wir die noch haben. Und anschließend, abschließend, für die Debatte hat Silvia das Wort. So, und jetzt hat die Mona fünf Minuten Zeit, uns den Antrag näher zu bringen. Bitte schön. Vielen lieben Dank, André. Liebe Freundinnen und Freunde, grün sicher frei. So lautet der Leitantrag, den der Landesvorstand euch zur Beratung zu diesem Parteitag vorgelegt hat. Und ich möchte mich zuvor das bei den Mitgliedern des LAFOs bedanken und insbesondere beim Autorinnenteam des Antrags, nämlich Malte Spitz, Verena Schäffer, Irene Michalic. Wir werden zu viert diesen Antrag hier einbringen. Habt ihr ja mitgekriegt, dass alle auch gesetzte Redebeiträge haben. Deswegen. Ich möchte mich aber auch bei euch bedanken, weil ihr habt euch wirklich mit zahlreichen Änderungsanträgen eingebracht in diesen Leitantrag, den nun mal Aspekte ergänzt. Man sieht, hier vorne ist richtig was los. Ihr habt was zu sagen. Wenn wir Grüne hier in NRW über die grüne Antwort zu Innen- und Sicherheitspolitik, zu Bürgerrechten sprechen. Das Vertrauen in rechtsstaatliche und demokratische Institutionen und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist in Teilen gestört. Wenn wir in die Welt blicken, sehen wir Konflikte in der Ukraine, in Syrien oder in Nordafrika. Hier bei uns sind es Abstiegsängste, das zunummende Unwohlsein mit der Globalisierung, die Angst, Heimat zu verlieren, weil Menschen mit neuen Kulturen zu uns kommen. Und daraus entwickelt sich in Teilen der Gesellschaft der Wunsch nach Abschottung und nach Exklusion. Wir Grüne sehen diese Entwicklung mit Sorge. Wir nehmen aber die Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst. Wir diskutieren, was wir tun müssen, was wir tun können, um es besser und anders zu machen. Zeitgleich, und das ist die gute Nachricht, erleben wir aber auch, dass die Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten Tag für Tag für eine humane Gesellschaft einsteht. Sei es bei der Unterstützung in Flüchtlingsunterkünften, in den Kommunen, ich meine, es ist doch Wahnsinn, was da seit Monaten geleistet wird vor Ort von den Aktiven. Oder beim friedlichen Entgegentreten, immer dann, wenn Rassisten und Rechtsextreme versuchen zu hetzen. Das sind die Menschen, die solidarisch sind. Die packen einfach an. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde, denen gilt unser besonderer Dank und unsere politische Unterstützung. Und doch gab es in den letzten Monaten Ereignisse, die die Verunsicherung in der Gesellschaft verstärkt haben. Die Geschehnisse der Silvesternacht in Köln, die Steigerung von Angriffen von Rechtsextremen auf Menschen, die nicht deutsch aussehen, auf JournalistInnen, PolitikerInnen oder feige Angriffe von feigen Terroristen auf unsere freiheitliche, offene und demokratische Gesellschaft. Zugegebenermaßen, nicht unbedingt Situationen, in denen es leicht ist, vernünftig zu bleiben und der Vernunft, den Vortritt zu lassen. Der französische Journalist Antoine Léry hat bei den Angriffen in Paris seine Frau und Mutter seines Sohnes verloren. Und ich lese euch jetzt mal ein Stück aus dem vor, was er auf Facebook veröffentlicht hat, adressiert an die Terroristen von Paris. Freitagabend habt ihr das Leben eines ganz besonderen Menschen ausgelöscht. Der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes. Aber ich werde euch nicht hassen. Ich werde euch nicht den Gefallen tun, euch zu hassen. Ihr habt es mit Sicherheit verdient, aber auf Hass mit Wut zu antworten, würde bedeuten, mit derselben Ignoranz zu reagieren, die euch groß gemacht hat. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich in die Augen meiner Mitmenschen gucke und niemandem mehr vertraue. Ihr habt verloren. Ich werde weiterleben wie bisher. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine unfassbar berührende Absage an Hass und Abgrenzung. Und ja, wir werden uns nicht verunsichern lassen. Denn allen, die unsere offene Gesellschaft angreifen, denen treten wir mit allen Mitteln entgegen. Und damit meine ich mit allen Mitteln und ich meine als grüne Landesvorsitzende mit rechtsstaatlichen Mitteln. Wir natürlich wenden die Gesetze an, die gelten. Natürlich. Aber auf rechtsstaatlichem Boden bewegen wir uns. Da hilft uns nämlich Symbolpolitik nicht weiter. Nein. Die stärkt nämlich genau die, die gegen unsere gesellschaftliche Grundordnung antreten. Die nicht für das Zusammenhalten der Gesellschaft antreten, sondern die unsere Werte angreifen. Und ein aktuelles Beispiel für so ein Symbol. Die Bundesregierung versucht, die Länder Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Also zum Hintergrund. Dort werden kritische Journalistinnen inhaftiert. Wenn jemand homosexuell lebt, macht er sich strafbar. Es wird gefoltert. Ein sicheres Herkunftsland. Es gibt da deutliche verfassungsrechtliche Bedenken und das zu Recht. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir als Landesvorstand den Änderungsantrag der LAG, Migration und Flucht, auch annehmen und senden ein klares Signal Nein zur Einstufung als sichere Herkunftsländer der nordafrikanischen Maghreb-Staaten. Weil wir die, die wie die AfD und rechtsextreme Gruppierungen gerade mit Rassismus und Angst die Debatte aufheizen, bekämpfen. Wenn sie versuchen, uns anzugreifen, unsere Werte anzugreifen. Wie zum Beispiel gerade in UWL die rechtsextreme Partei der dritte Weg losgeht und alle, die in Flüchtlingsunterkünften helfen oder sich kommunalpolitisch engagieren für Flüchtlinge mit Postkartenaktionen versuchen, in die Enge zu treiben. Oder im Rhein-Erft-Kreis Leute mit beschmierten Häusern leben müssen, weil sie sich für Grüne einsetzen. Weil es in Duisburg immer noch diese GIDA-Bewegung gibt, die nichts anderes vorhat, als uns zu spalten. Wir nutzen die rechtsstaatlichen Mittel als Grüne. Wir stellen uns entgegen. Liebe Freundinnen und Freunde in NRW, geben wir Grüne Nazis keine Chance. Und wir unterstützen die, die in gesellschaftlicher Verantwortung dabei jetzt schon Gutes tun. Wir schlagen in dem Antrag vor, eine zusätzliche mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus einzurichten, und zwar angesiedelt beim Sport. Und warum ist das wichtig? Weil Sport, Sportgroßveranstaltungen, Stadien, heute ist Bundesliga, es ist eine perfekte Bühne, um Botschaften zu setzen. Und wir wissen, dass Vereine und Fans ganz viel schon miteinander tun gegen diesen Missbrauch ihrer Stadion. Und wir glauben, dass es gut ist, deswegen direkt beim Sport anzusiedeln. Eine weitere Unterstützungsleistung, weil in den Sportvereinen, in den Fangruppierungen, da sitzt die Jugend, die sich engagiert, die sich einsetzt für eine Sache, für ihr Team, denen wollen wir helfen, dass sie da auch mit unterstützt werden. Wir wollen den Zusammenhalt der Gesellschaft und nicht die Spaltung. Und das wollen wir in einer Demokratie mit Gewaltenteilung auf den Säulen unseres Grundgesetzes. Eine Demokratie, liebe Freundinnen und Freunde, die keine Insel ist, wo man mal hinfährt, sondern in einer Demokratie, die nie fertig sein kann, weil sie von Begegnungen, Gesprächen und kulturellen Wirklichkeiten lebt. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, lebendig bleibt eine Demokratie nur, wenn sie jeden Tag aufs Neue in der Praxis entsteht und für ihre Freiheit kämpft. Ich danke euch. Lieben Dank, Mona. Jetzt hat als nächstes Malte Spitz das Wort für einen gesetzten Beitrag von vier Minuten. Anschließend haben wir gelost die ersten drei gelosten Beiträge. Ute Kotschi, KV Lippe, Marc Außendorf aus dem Rhein-Berg-Kreis und Monika Düker, KV Düsseldorf. Die können Sie schon mal bitte bereit halten. Und jetzt hat der Malte für, wenn ihr etwas ruhiger seid, für vier Minuten das Wort. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, eine Fotokollage, wo ein älterer Mann auf dem Kopf von dem kleinen Flüchtlingsjungen im roten T-Shirt eintritt, der tot am Strand von Pott rumliegt. Der Kommentar auf Facebook, der eine Kommunalpolitikerin wünscht, von einer Gruppe von Flüchtlingen vergewaltigt zu werden. Der hinweist, dass die Öfen wieder auf Vollast fahren, wenn man erstmal den ganzen Abschaum aus Politik und 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 auch Lügenpresse weggeschafft hat. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will ja aufhören. Ich könnte noch stundenlang, vermutlich sogar tagelang, solche Kommentare vorlesen, solche Bilder an die Wand werfen. Das ist Gewalt in Form von Sprache und es ist Gewalt in Form von Bildern. Es ist Gewalt gegen Flüchtlinge, Gewalt gegen Minderheiten, gegen Journalistinnen, gegen Politikerinnen, gegen Feministen. Es ist eine Gewalt gegen engagierte Menschen. Und all dies ist die traurige tagtägliche Realität. Sie ist oft nicht auszuhalten. Sie ist brutal, sie ist verletzend. Es macht wirklich fassungslos, was Menschen in unserer Gesellschaft denken und dann auch unter Klarnamen ins Internet stellen. Und es macht sprachlos, dass dann andere Menschen dies auch noch mit einem Smiley liken. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will das nicht. Wir Grüne wollen das nicht. Wir sagen dem Hass den Kampf an. Hate, Speech und Gewalt im Internet gehören nicht zu einer offenen Gesellschaft. Meinungsfreiheit ist wichtig und umfassendes Löschen ist auch keine Antwort. Aber Meinungsfreiheit ist auch nicht grenzenlos. Wer Morddrohungen schreibt, zu Gewalt aufruft oder Vergewaltigungswünsche postet, da ist die Meinungsfreiheit zu Ende und die Strafverfolgung muss übernehmen. Liebe Freunde und Freunde, wir Grüne rufen dazu auf, sich entgegen zu stellen, zu widersprechen, anzuzeigen und zu verfolgen. Hier geht es nicht um den einen Tastatur aus Rutscher wie bei Frau von Storch. Hier geht es um tagtägliche Gewalttaten. Und liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns dafür streiten, dass es hier einen Schwerpunkt bei der Polizei und auch bei den Staatsanwaltschaften gibt. Dass das Fällen von Anzeigen einfacher wird und wir den Opfern intensiver helfen und die Öffentlichkeit aufklären. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die konsequente Aufklärung und die konsequente Verfolgung und damit auch Abschreckung hier sehr sehr notwendig sind. Lasst uns mit den verhältnismäßigen Mitteln des Rechtsstaats hier einschreiten, denn es braucht in diesem Bereich zusätzliche und intensivere Strafverfolgung. Liebe Freundinnen Freunde, all das sagt unser Leitantrag. Er zeigt die tatsächlichen Handlungsnotwendigkeiten auf. Er bekennt klar Farbe gegen Hetze und Gewalt. Aus dem Grunde würde ich mir wünschen, wenn ihm auch nachher zustimmt. Und liebe Freundinnen und Freunde, dieser Antrag bezieht auch klar Position, wenn es um Überwachung geht. Der ausüfernden Überwachung setzen wir ein klares Top-Schild vor. Vergangenes Jahr wurde die Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Vor einer Woche hat das Europäische Parlament die Fluggasdatenspeicherung abgesegnet. Statt immer tiefer in unsere Freiheit einzugreifen, wollen wir unsere Freiheit stärken. Denn wir geben für eine vermeintliche zusätzliche Sicherheit unsere Freiheit nicht auf, denn ansonsten verlieren wir beides. Liebe Freunde und Freunde, wir Grüne sind Bürgerrechtspartei, wir Grüne sind Freiheitspartei, wir Grüne stellen uns den alten und auch den neuen Rechten entgegen. Wir Grüne kämpfen als Partei und jeder tagtäglich im Internet und vor Ort gegen Gewalt und Hetze. Und lasst uns dies gemeinsam tun, in unserem Land und auch für unser Land. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir steigen ein in die Aussprache. Als erstes hat Ute das Wort. Ute, wo bist du? Ach, da. Und danach der Mike aus dem Kaffer Rheinberg. Liebe Freundinnen und Freunde, blicken wir auf das letzte Jahr zurück, so stellen wir fest, so schnell können weltpolitische Ereignisse die Wertigkeiten in unserer Gesellschaft durcheinander wirbeln, da bleibt einem der Atem weg. Eine Anfang April 2016 in Ostwestfalen-Lippe durchgeführte Leserbefragung brachte ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Was ist die oberste Priorität? Die Leserinnen und Leser antworten zu 58 Prozent die Flüchtlingskrise, die Bewältigung der sogenannten Flüchtlingskrise hätte oberste Priorität. Und dann erst folgten das Thema Arbeitsplatz mit 16 Prozent Klimaentwicklung 11 Prozent Finanzkrise 8 Prozent Altersvorsorge 8 Prozent Liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen genug von Auf und Ab von Meinungsumfragen, als dass wir nicht wüssten, das ändert sich auch wieder. Aber wir wissen auch, dass damit etwas angesprochen ist, was in unserer Gesellschaft latent vorhanden ist, und das ist Rassismus, das sind Ängste, das ist Hass, und deswegen müssen wir uns auch darauf konzentrieren, diese Ängste aufzugreifen. Wir haben erleben dürfen, dass es eine Willkommenskultur in Deutschland gibt, die uns selber überrascht hat, dass Verständnis, Tatkraft, Interesse an den Flüchtlingen vorhanden war. Das waren positive Zeichen, das hat unsere Gesellschaft bewegt, das hat auch Deutschland bewegt, das hat gezeigt, Deutschland kann es auch anders. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, parallel dazu, zu den ankommenden Flüchtlingen, ist etwas passiert, was diese Gesellschaft an den Rande des Zerfetzens bringt. Es braucht deswegen, ganz wichtig, professionelle Angebote, um damit umzugehen, was es bedeutet, wenn in der Gesellschaft etwas wächst, was wir mit Angst bezeichnen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir richtig wissen, in welche Richtung das tatsächlich geht. In meinem persönlichen Umkreis gibt es eine Frau, die auf einmal Angst hat, über die Straße zu gehen, weil es dunkelhäutige Männer sind, die nicht mehr in die Wohnung kommen will, weil bei uns ein Mensch aus Afghanistan vielleicht leben will. Wie gehen wir mit solchen Personen um? Und ich glaube, dass wir noch nicht die richtige Antwort darauf haben. Ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft, diese Ängste zu adressieren, von ganz normalen Menschen, sogenannten normalen Menschen. Daher bin ich der Auffassung, dass unser Auftrag ist, und das hat Katrin eigentlich gesagt, wenn zu uns der Zusammenhalt gehört, dann muss man den organisieren. Wir haben in unserem Antrag viele Dinge auch richtig formuliert. Da sind viele Aufträge im Bildungsbereich, in der Kultur, Angebote im Sport, in der Politik. Und trotzdem glaube ich, dass das alles noch sehr rational ist. Die Angst, die bei vielen, bei manchen umgeht, die ist irrational. Deswegen müssen wir daran arbeiten, auch das Irrationale aufzugreifen. Und mich treibt das schon um, wie gehen wir auf solche Personen um, die Ängste haben, mit denen sie nicht umgehen können, mit denen wir haben. Wir können ja nicht alle in den Arm nehmen und sagen Trost spenden. Das nicht. Deswegen brauchen wir auch dafür Angebote und ich hoffe, dass es uns gelingt, in dieser Arbeit mit professionellen Menschen aus Bildung, aus der Wissenschaft, aus Forschung, auch für diese Frage eine Antwort zu finden. Denn das macht den Frieden aus in unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank. Ich wollte noch mal an die Redezeit erinnern, auf die wir uns verständigt haben. In der Debatte drei Minuten. Als nächstes Mike Ausendorf aus dem KV Rheinberg. Auch für drei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich sehr gefreut über diesen Leitantrag Grün sicher frei, der wirklich umfassend und tiefgehend die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit ausleuchtet. Denn wir können uns angesichts zunehmender Kriminalität dieser Debatte nicht verschließen und wir müssen es ernst nehmen, dass die Bürgerinnen und Bürger ein gesteigertes objektives und auch subjektives Sicherheitsbedürfnis haben. Mehr Sicherheit heißt für mich aber in erster Linie mehr Polizei dort, wo sie benötigt wird und vor allem eine schnellere Justiz, die überführte Straftäter auch sehr schnell bestraft und das nicht monatelang gegenlässt oder im Ernstfall sogar einfach die Fristen verstreichen lässt sodass keine Ermittlungen mehr kommt. Es gibt aber auch Stimmen die nach mehr Video Beobachtung rufen und darüber brauchen wir eine Debatte und da waren wir uns heute Morgen auf der Antragsteller Konferenz mit Julia Mayer und Verena Schäfer einig Video Beobachtung braucht Grenzen und wir müssen in der Partei eine breite Debatte darüber führen wie das aussieht denn das Gefühl der ständigen Überwachung öffentlichen Raum überall stehen das ist eine Einschränkung der Freiheit und die können wir so nicht hinnehmen und wenn wir uns die Geschichte der Bundesrepublik angucken dann haben wir eine kontinuierliche Verschlechterung der Bürgerrechte seit der Gründung es gab immer wieder Gesetzesverschärfungen die die Bürgerrechte eingeschränkt haben ab und zu mal korrigiert sagte durch das Bundesverfassungsgericht aber unterm Strich ist es immer nur schlechter geworden und die Bürgerrechte sind auf einer Rutschbahn nach unten schon heute ist es so dass im Bereich der KVB der Kölner Verkehrsbetriebe über 2500 Kameras permanent die Passagiere aufzeichnen und wenn ich sage Rutschbahn dann fragt sich vielleicht der eine oder andere wo kann das noch hingehen wo führt das hin da kann man mal nach New York gucken da ist bekannt geworden dort sind in einigen Zügen sind die Kameras ausgetauscht worden durch neue Modelle die haben eine höhere Auflösung die Kameras und die haben auch ein Mikrofon und dort wird in vielen Zügen die Kommunikation die Audio Kommunikation der Fahrgäste aufgezeichnet und das ist mal so nebenbei rausgekommen und der Leiter der New Yorker Transportgesellschaft ist darauf angesprochen worden was das denn soll und er hat lapidar gesagt wir sind verantwortlich für Terrorabwehr und Kriminalitätsabwehr und auf diese Rutschbahn dürfen wir uns nicht begeben da müssen wir Einheit gebieten wir wollen nicht permanent überwacht werden Sven du hast auf einer der letzten Lekas mal einen sehr schönen Satz gesagt wir treten nicht das Erbe der FDP an sondern das Erbe des Sozial Liberalismus in Deutschland und wenn wir Liberalismus und Freiheit sagen dann meinen wir nicht Freiheit des Geldes sondern Freiheit der Menschen und der Bürgerrechte und im Grunde haben wir hier auch einen starken Konsens wir müssen mutig sein und wir müssen uns trauen diesen auch umzusetzen denn dann werden wir auch wahrgenommen werden als Partei der Freiheit und der Bürgerrechte und zum Schluss komme ich mit dem wunderbaren Satz aus unserem Leitantrag denn wer Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen wird beides verlieren Herzlichen Dank insbesondere für die Punktlandung über der Redezeit und jetzt du heute hier Happy Birthday to you Happy Birthday liebe Sonika Happy Birthday to you Applaus 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 Und als besonderes Geschenk kriegst du natürlich eine halbe Minute Redezeit mehr André so großzügig habe ich dich noch nie erlebt danke danke euch für den lieben Gruß ich glaube der lauteste war Rainer danke Rainer zurück zum Thema was kann es schöneres geben so einen Geburtstag hier mit euch zu verbringen liebe Freundinnen und Freunde auch in einer auch in einer stabilen Demokratie bedarf es treuer Wächter die der Politik Paroli bieten wenn diese in Zeiten der Krise versucht ist den liberalen Rechtsstaat in seinem Kernbestand einzuengen liebe Freundinnen und Freunde das ist ein Zitat von Jutta Limbach Präsidentin ad des Bundesverfassungsgericht ja und aktuell musste dieses Bundesverfassungsgericht als einer dieser Wächter wieder ran das Gesetz für das Bundeskriminalamt das BKA Gesetz vom Dezember 2008 verabschiedet mit dem Best of was so der Überwachungsstaat alles so zu bieten hatte wurde in großen Teilen für verfassungswidrig erklärt Online Durchsuchung Wohnraum Wohnraumüberwachung Präventive Telekommunikationsüberwachung Datenübermittlung man war mal wieder man in diesem Fall die damalige Große Koalition war mal wieder weit übers Ziel hinaus geschossen Kernbereich Schutz Kontrolle Berichtspflichten Rechtsschutz Transparenz die rechtsstaatlichen Leitplanken bei Eingriffen in Grundrechte Löschungsregelung alles Fehlanzeige unzureichend Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt ich erinnere mich noch ganz gut es waren allein die Grünen 2008 im Landtag mit einem Antrag der hier deutlich machte dieses Gesetz kann so nicht verabschiedet werden ich kann mich gut an die Landtagsdebatte erinnern wir waren damit ziemlich allein auf weiter Flur immerhin ging es dabei um Grundrechte hier geht es um Artikel 1 Artikel 2 Menschenwürde Persönlichkeitsrechte so liebe Freundinnen und Freunde und dann liest man zwei Tage später in der Rheinischen Post der Zeitung für Politik und christliche Kultur im Kommentar von Herrn Schwertfeger zum Anschlag auf den Zick-Tempel das belegt wie wichtig Videokameras im öffentlichen Raum sind darum muss endlich Schluss sein mit den ideologischen Vorbehalten gegen diese Technik und jetzt kommt der kernige Satz Datenschutzrechtliche Bedenken müssen in Zeiten der ständigen Terrorbedrohung hinten angestellt werden nein lieber Rheinische Post das muss es nicht und ich bin froh und ich bin froh dass wir hier in Nordrhein-Westfalen hart ausgehandelt Anfang der 2000er Jahre die restriktivste Regelung zur Videobeobachtung im öffentlichen Raum durch die Polizei haben und auch wenn die Rheinische Post hier meint dass der Grundrechtsschutz in Zeiten des Terrors mal einfach nichts zählt haben wir nicht vor an diesem Gesetz etwas zu ändern und darauf können sich unsere Wählerinnen und Wähler auch verlassen ja wir Grüne waren und sind das Bürgerrechtskorrektiv in Regierungen Terrorangst oder die Vorfälle in Köln ein Silvester mit massenhaften Übergriffen all das lässt Politik schnell sich dazu hinreißen lassen mit Symbolpolitik unsere Sicherheitsfanatiker mit Symbolpolitik auch dann mit Scheinsicherheit die Bürgerinnen beruhigen zu müssen ja wir sind nicht nur die Bürgerrechtspartei mit Korrektivfunktion sondern mit diesem Antrag heute machen wir deutlich wir sind auch die Partei die sich der Herausforderung der inneren Sicherheiten in Zeiten von Terror stellt aber wir zeigen mit dieser Positionierung Grundrechtsschutz und Sicherheit sind vereinbar ja mehr noch sie sind zwei Seiten derselben Medaille wir stellen uns beiden Herausforderungen wir stehen nicht für Scheinsicherheit wir stehen nicht für Symbolpolitik wir stehen für ehrliche Antworten auf schwierige Fragen und wir stehen dazu die Leitplanken die unser Rechtsstaat hat diese hier nicht einzureißen dazu gehören ganz klar beginnt jetzt die halbe Minute ich habe Geburtstag aber ich will es nicht überstrapazieren ich bin dafür Wahrheiten auch auszusprechen Beispiel Videobeobachtung das haben wir auch im Antrag stehen nein ist kein Allheilmittel ja ganz klar aber in engen Grenzen kann es hilfreich sein im Rahmen eines Gesamtkonzeptes Beispiel in der Düsseldorfer Altstadt da ist die Polizei wegen den Videokameras nachts an Wochenenden eben schneller da um Massenschlägereien zu verhindern aber eben dann auch nur an diesen Kriminalitätsbrennpunkten wenn diese Sicherheit die Kameras keine Scheinsicherheit ist und echte Sicherheit in engen Grenzen muss es möglich sein und wir sind die Partei die immer wieder genau diese Gratwanderung diese Abwägung rechtsstaatlich trifft und diese Herausforderung werden wir uns weiterstellen darauf können sich unsere Wählerinnen und Wähler auch in dieser rot-grünen Regierung verlassen Dankeschön Herzlichen Dank Monika und jetzt freue ich mich ganz besonders den Hubert Wimmer ankündigen zu dürfen unseren ehemaligen Polizeipräsidenten aus Münster der jetzt gleich zu uns sprechen wird und vorher eine Minute noch Hubert vorher sage ich euch noch wie wir gelost haben unmittelbar danach während dran Andrea Asch KV Köln und Saeed Kellesch aus dem schönen KV Duisburg so Hubert und jetzt hast du das Wort ja liebe Freundinnen und Freunde vielen Dank für die Gelegenheit zu dem spannenden Thema der inneren Sicherheit auch aus meiner Sicht ein paar Gedanken vorzutragen ich möchte das gerne in drei Punkten machen in einem ersten Punkt eine kurze Einschätzung der Situation der inneren Sicherheit aktuell in unserem Land am zweiten Punkt da nehme ich den Begriff von Monika gern auf was sind für mich die Leitplanken grüner Innen- und Sicherheitspolitik und der dritte Punkt ist in Nordrhein-Westfalen gibt es aus meiner Sicht Handlungserfordernisse und die würde ich auch kurz gerne benennen liebe Freundinnen und Freunde man muss kein Hellseher sein um zu prognostizieren dass das Thema innere Sicherheit in den anstehenden Wahlkämpfen ein Megathema werden wird Gründe dafür sind schon genannt die NSU und die damit verbundene Wahrnehmung eines organisierten Rechtsterrorismus gefaltbefürwortender Salafismus mit den jüngsten Terroranschlägen in Paris und Brüssel sowie allgemeine Kriminalitätsphänomene wie die bundesweit aber eben auch in Nordrhein-Westfalen drastisch angestiegenen Zahlen des Wohnungseinbruchs und die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht liebe Freundinnen und Freunde mit einem massenhaft auftretenden Phänomen sexualisierter Gewalt es ist schon jetzt erkennbar dass die Opposition im Landtag den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht nicht nur zur Sachverhaltsaufklärung nutzen wird sondern auch versucht eine Stimmung zu erzeugen dass die gegenwärtige Landesregierung nicht in der Lage ist die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten diese Absicht steckt im Übrigen auch hinter den durch Tatsachen nicht zu begründenden Gefasel von No-Go-Areas und rechtsfreien Räumen in Nordrhein-Westfalen aber es ist aus meiner Sicht nicht zu leugnen Sicherheit ist für einen erheblichen Teil der Bevölkerung zu einem knappen Gut geworden in dem Sinne dass die Sicherheit gefährdet erscheint und eben nicht die Freiheit bei einer repräsentativen Erhebung der Gesamtbevölkerung antworteten 42% auf die Frage ob die Verhältnisse unsicherer geworden seien mit Ja übrigens bei den AfD-Anhängern liegt dieser Anteil bei 62% was die geistigen Brandstifter und Anführer der Rechtsradikalen und Neonationalen angeht kann man zu Recht von einem geschlossenen rassistischen Weltbild ausgehen aber ohne die um sich greifende Verunsicherung über Bedrohungen der persönlichen und sozialen Sicherheit über die Auflösung gewohnter Strukturen sind die Erfolge von AfD und anderer rechter Parteien in Europa aus meiner Sicht nicht zu erklären Deutschland bewegt sich und zwar nach rechts so ein Kommentar von Stefan Hebel in der Frankfurter Rundschau vom 11. April Was ist nun die Rolle von Bündnis 90 die Grünen aus meiner Sicht in dieser Diskussion? Weder die reflexartige Forderung nach Verschärfungen im Polizeirecht und im Strafrecht nach sicherheitsrelevanten Ereignissen noch das Herbeireden eines Überwachungsstaates und ein institutionelles Misstrauen gegenüber der Polizei bei der Diskussion über die notwendige Fortentwicklung des Polizeirechts werden aus meiner Sicht der Bedeutung dieses Themas gerecht. Auch die Formel im Zweifel für die Bürgerrechte scheint mir insgesamt zu kurz gesprungen. Zwei Sätze aus dem Leitantrag des Landesvorstandes bezeichnen aus meiner Sicht den richtigen Weg in dieser Sicherheitsdebatte. Ich zitiere, eine gut ausgestattete und hochqualifizierte Polizei ist der Garant für Rechtsstaatlichkeit und stärkt die innere Sicherheit. Die Polizei als Trägerin des Gewaltmonopols des Staates muss in der Lage sein, ihre Schutzfunktion für alle Menschen wahrzunehmen, ohne unverhältnismäßig in die Grundrechte des Einzelnen einzugreifen. Zwei zentrale Begriffe. Der erste ist Rechtsstaatlichkeit. Rechtsstaatlichkeit bedeutet, Entschuldigung, die Polizei darf nicht alles machen, was sie zur Erreichung ihrer Ziele als nützlich und zweckdienlich ansieht. Zweitens, sie ist in ihrem Handeln strikt und in jeder Situation an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt aber auch, lehnt man aus guten Gründen Eingriffsbefugnisse der Polizei etwa beim Thema Vorratsdatenspeicherung ab, muss man auch dazu stehen, dass bestimmte Ermittlungserfolge bei der Nutzung des Internets als Tatmittel für kriminelle Aktivitäten, beispielsweise Kinderpornografie und Warenkreditbetrug, nicht erzielt werden können. Das Motto Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass ist auch in diesem Zusammenhang nicht realitätstauglich. Viertens, die Polizei ist als ausschließliche Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols wie kein anderer Zweig der öffentlichen Verwaltung befugt, intensiv in Bürgerrechte einzugreifen bis hin zur legitimen Anwendung von Gewalt. Deshalb gibt es auch einen Bedarf an Kontrolle und Konfliktregulierung, nicht aus einem allgemeinen Misstrauen gegenüber der Polizei begründet, sondern als Wesensmerkmal einer rechtsstaatlich agierenden Polizei. Deshalb bin ich für die Einrichtung eines unabhängigen Polizeibeauftragten und für die Möglichkeiten der Individualisierbarkeit bei Einsätzen der Bereitschaftspolizei. Liebe Freundinnen und Freunde, der zweite zentrale Punkt ist der Begriff der Verhältnismäßigkeit. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt für alle staatlichen Eingriffe und erfordert, dass die Maßnahmen bezogen auf ihren Zweck geeignet, erforderlich und selbst bei Vorliegen dieser Kriterien noch dem Grundsatz der Proportionalität entsprechen. Das heißt, die Eingriffsintensität darf nicht in einem Missverhältnis zum angestrebten Zweck stehen. Dies ist im Übrigen, Monika, der Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichtes bei der Überprüfung von Sicherheitsgesetzen. Seit dem 11. 9. 2001 hat das Bundesverfassungsgericht in 15 Fällen Sicherheitsgesetze des Bundes und der Länder zumindest in Teilen für verfassungswidrig erklärt, wie zuletzt in dieser Woche die Änderung des BKA-Gesetzes aus dem Jahre 2009. Wäre der Erlass verfassungswidriger Gesetze eine Straftat, könnte man die Protagonisten, insbesondere den Bundesinnenminister mit Fug und Recht als Intensivtäter bezeichnen. Es wäre aus meiner Sicht, liebe Freundinnen und Freunde, ein guter Kompass für grüne Sicherheitspolitik, sich diesen nüchternen Prüfungsmaßstab bei gegenwärtigen und zukünftigen Gesetzesvorhaben zu eigen zu machen. Dann käme man ohne weiteres zu der Einschätzung, dass der aktuelle Gesetzentwurf der CDU im Landtag zur anlasslosen Schleierfahndung verfassungswidrig ist. Aber man käme auch zu dem Ergebnis, dass die Anwendung des Paragrafen 15a im Einzelfall über dessen Formulierung wir vor 15 Jahren erheblich gestritten und diskutiert haben, nicht in jedem einzelnen Anwendungsfall wieder grundsätzlich in Frage gestellt werden darf. Letzter Punkt. Aus meiner Sicht in aller Kürze konkrete Handlungserfordernisse auf Landesebene. Ich glaube, ich war ja 20 Jahre in diesem Apparat tätig, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt ist. Aber ich sehe an vielen Stellen auch einen deutlichen Optimierungsbedarf. Mit einer Polizeistärke von 1 zu 438 liegt Nordrhein-Westfalen auf dem 14. Platz aller 16 Bundesländer. Obwohl unser Land in der Rhein-Ruhr-Schiene mit circa 11 Millionen Einwohnern Siedlungsstrukturen und Kriminalitätsphänomene aufweist, die eigentlich nur mit denen in den Stadtstaaten vergleichbar sind. Nur zum Vergleich, die Polizeistärke etwa in Hamburg beträgt 1 zu 226, also pro Einwohner doppelt so viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wie in Nordrhein-Westfalen. Mit der Erhöhung der Einstellungsermächtigungen werden wir allenfalls die jetzige Polizeistärke halten können, aber keinesfalls einen zusätzlichen Personalbedarf aufgrund gewandelter Kriminalitätsformen und einer gestiegenen Erwartungshaltung an die Polizei. So was wie in Köln darf nie wieder vorkommen, was für eine anspruchsvolle Erwartungshaltung an die Sicherheitsbehörden. Damit wir dem entsprechen können, da sich die Reformfreudigkeit der SPD deutlich in Grenzen hält, um es mal euphemistisch auszudrücken, muss nach meiner Auffassung die Landtagsfraktion von Bündnis 90 die Grünen der Treiber für aus meiner Sicht notwendige Strukturmaßnahmen der nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden sein. Ich war Mitglied einer sogenannten Expertenkommission, die im Juni 2015 dem Innenminister einen langen Katalog an Vorschlägen unterbreitet hat. Umsetzung stand heute, elf Monate später, null. Ich gehe mal ganz kurz auf einige wenige Punkte stichwortartig ein. Wir haben nach meiner Überzeugung in Nordrhein-Westfalen eine anachronistische Organisationsstruktur mit 47 Kreispolizeibehörden, völlig niedlichen Aufgabenzuschnitts und damit auf der Ausführungsebene mehr Polizeibehörden als alle 15 anderen Bundesländer zusammen. Da kann etwas nicht richtig laufen. Diese Kleinteiligkeit führt zu Redundanzen in der Aufgabenerledigung und zu Schnittstellenproblemen in der Zusammenarbeit. Und noch ein Wort, was die Versorgung des ländlichen Raumes angeht. Die sicherheitsrelevanten Ereignisse und die Erscheinungsformen schwieriger Kriminalität finden nicht in den Kreisen Olpe und Höxter statt, sondern in den Ballungszonen. Hier wird man bei Prioritätenentscheidungen über der Verwendung von Personal nicht vorbeikommen. Zweiter Punkt, Aufgabenkritik. Nicht alles, was die Polizei heute an Aufgaben erfüllt, wird sie auch in Zukunft in dieser Form erledigen können. Ich mache die Erfahrung als Berater im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dass die Ordnungsbehörde der Stadt Köln nur für die Sperrung der Brücken in der Silvesternacht zuständig war, wobei sie nach §1 Ordnungsbehördengesetz allgemein für die Ordnung und Sicherheit in Köln zuständig ist. In diese Lücken ist regelmäßig die Polizei reingegangen. Es macht auch keinen Sinn, mit hohem Personalaufwand die Aufnahme von Verkehrsunfällen durchzuführen, die lediglich mit Sachschäden verbunden sind. Hier bereiten wir eigentlich nur für eine zivilrechtliche Auseinandersetzung der Haftpflichtversicherer den Sachverhalt auf. Wo ist der Mehrwert an Sicherheitsgewinn? Und wir haben festgestellt, dass in der Realität nur drei von vier der im Stellenplan aufgeführten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten arbeitstäglich im Dienst sind. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen polizeidienstunfähig werden, dass sie krank sind, dass sie auf Fortbildung sind und dass durch die vermehrte Einstellung von Frauen, die ich sehr begrüße, der Anteil an Beurlauben und Teilzeitbeschäftigungen größer geworden ist. Drei von vier sind nur im Dienst. Der Altersdurchschnitt wird weiter ansteigen, sodass insbesondere Krankheit und Polizeidienstunfähigkeit in den nächsten Jahren erkennbar steigen werden. Dies ist etwas, was im Stellenplan nach meiner Überzeugung bei der ohnehin schon sehr schmalen personellen Ausstattung der Polizei nachgebessert werden muss. Ein deutliches Zeichen unserer Partei in Richtung Verbesserung der inneren Sicherheit, auch auf dem sehr mühseligen Feld von Strukturreformen, wäre aus meiner Sicht überaus erstrebenswert. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Hubert. So, liebe Freundinnen und Freunde, das ist Hubert Wimber, Polizeipräsident außer Dienst. Außer Dienst. Außer Dienst. Er war in Münster, ich rechne mal kurz, 17 Jahre. Und neun Monate. Und neun Monate Polizeipräsident. Er steht... Applaus Wer sich in Münster ein bisschen auskennt und in der Ecke, der weiß, das ist auch der Ort, wo man über Atomtransporte und ähnliches als Polizeipräsident beschäftigt ist. Hubert, finde ich, steht wie kein anderer, den ich kenne jetzt als Polizeipräsidenten aus Münster, für eine Rechtsstaatlichkeit, für eine Polizei, wie wir sie haben wollen, nämlich Freund und Helfer, die sich ihrer Verantwortung und ihrer sozusagen besonderen Pflicht von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber ist. Vielen Dank, Hubert, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deiner Gastrede. Ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben in Kontakt. Du kämpfst im Ehrenamt und Unruhestand weiter für die Sache. Alles Gute dir und danke. Applaus Applaus So, wir fahren fort in die Debatte. Als nächstes hat Andrea das Wort für drei Minuten und dann der Seid. Applaus Ja, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Als Kölnerin und als Frau sage ich, ich fühle mich tatsächlich verunsichert. Aber verunsichert von Rechtsradikalen, die nachts durch die Straßen ziehen, sich als selbsternannte Bürgerwehren aufspielen, von Rechtsradikalen, die mittlerweile fast täglich Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte ausüben. Und deswegen sage ich und sagen wir gemeinsam ausnahmslos gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus ausnahmslos gegen beide Formen von Gewalt. Applaus Liebe Freundinnen und Freunde, und es ist heute schon oft gesagt worden, es ist die AfD, da sitzen die Brandstifter, die befeuern die Verrohung des politischen Diskurses. Wer so hetzt wie die AfD, der trägt eine Mitschuld daran, wenn Molotov-Cocktails geworfen werden und wenn Unterkünfte brennen. Und das kann man nicht oft genug sagen und betonen. Und genau deshalb sind hier wir Grüne gefragt. Wir setzen dieser tumpen Angst und diesem hasserfüllten Weltbild, unser Bild einer offenen, einer friedlichen, einer vielfältigen Gesellschaft entgegen. Liebe Freundinnen und Freunde, Vielfalt statt Einfalt, dazu braucht es uns Grüne. Applaus Aber wir müssen es natürlich auch ernst nehmen, wenn Menschen diesen Rattenfängern hinterherlaufen, wenn sie tiefer unsichert sind, wenn sie erleben, dass das Aufstiegsversprechen für sie und ihre Kinder nicht mehr gilt, wenn sie als Geringverdienerin genau wissen, dass sie wahrscheinlich in der Altersarmut landen, wenn sie als kleine Einkommensbezieher und Alleinerziehende spüren, dass Kinder für sie ein Armutsrisiko sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Grüne in unserer Politik den sozialen Zusammenhalt im Blick haben und dass wir das den Menschen in unserer Programmatik auch deutlich zeigen. Liebe Freundinnen und Freunde, die beste Sicherheitspolitik, das wissen wir, das ist eine gelingende Bildungs- und Sozialpolitik. Und da sind wir Grüne gefragt mit unseren Konzepten. Applaus Wir sind diejenigen, die gegen die soziale Spaltung und gegen das Auseinanderfallen arbeiten in unserer Gesellschaft. Und das gibt den Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Und das bewahrt sie davor, den rechten Rattenfängern hinterherzulaufen. Und wir haben als Grüne ja ermutigende Zeichen. Der Bundesverband hat eine Umfrage gemacht, dass 47% der Menschen in den Landtagswahlen in den vergangenen uns wählen, wegen unserer Sozialpolitik. Und genau daran können wir ansetzen, können wir auch in den Konzepten für die Wahlen, die vor uns stehen, auch in dem Programmprozess, der jetzt vor uns steht und den wir jetzt schon gemeinsam gestalten, ansetzen und darauf einen Schwerpunkt legen. Und liebe Freundinnen und Freunde, in diesem Schwerpunkt gehört die Verteilungsfrage ganz oben angestellt. Wenn 10% einer Gesellschaft über die Hälfte des Vermögens in ihren Händen haben, dann treibt das den Spaltpilz in die Gesellschaft. Und dann ist das auch ein Nährbogen für Kriminalität und für Ausgrenzung. Und das, liebe Freunde und Freunde, müssen wir angehen. Die Verteilungsfrage steht ganz oben in unserer Sozialpolitik. Andrea, die drei Minuten sind seit einer halben Minute um. Okay, ich komme zum Schluss. Liebe Freundinnen und Freunde, Umverteilung ist angefragt für den sozialen Zusammenhalt, für mehr Bildungschancen, für soziale Gerechtigkeit, für Kommunen und die öffentliche Infrastruktur. Dafür stehen wir als Grüne. Und dafür wollen wir heute und für 2017 kämpfen. Ich danke euch. Herzlichen Dank. Als nächstes hat der Seitas Wort. Da bist du. Der Monitor macht mich auf der rechten Seite blind. Liebe Freundinnen und Freunde, wir reden heute zur richtigen Zeit über ein wichtiges Thema für uns Grüne. Ein Thema, welches nicht nur für unsere Gesellschaft im Allgemeinen wichtig ist, sondern auch für uns Grüne im Konkreten eine große Bedeutung hat. In einer Zeit, in der wieder einmal gesellschaftlicher Hass geschürt wird, in der sich wieder einmal wieder Männer als Brandschifte entpuppen, werfen wir die Frage nach Sicherheit und Freiheit auf. Und das ist auch richtig so. Deshalb sollten wir die Chance nicht verstreichen lassen, Freiheit und Bürgerrechte programmatisch auszuweiten und nicht einzuengen. Wir sollten diese Chance nutzen, Integration zu proklamieren und nicht zu revidieren. Obwohl ich persönlich glaube, dass wir mit der Konzentration auf die Freiheit den grünen Geister viel näher gewesen wären, als wir mit der Konzentration auf Sicherheit, bin ich der Meinung, dass es ebenfalls wichtig ist, auch die Sicherheit nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber wir sollten dabei aufrichtig abwägen. Wir sollten nicht, um unsere Politik zu rechtfertigen, auf gesellschaftliche Ängste hinweisen, wie es übrigens schon immer gegeben hat und nicht erst seit der Kölner Silvesternacht. Es ist wichtig, über die Ängste der Gesellschaft zu reden. An welcher Stelle und warum Menschen Ängste verspüren, ist jedoch sehr komplex. Während die eine Schweißausbrüche erleidet, wenn sie eine Rolltreppe sieht, ist es bei dem anderen die Angst vor dem Fremden. Und ebenso komplex ist deswegen auch die Therapierung der Angst. Während sich die eine nach psychologischer Schulung wieder auf Rolltreppen traut, stelle ich bei dem anderen, der Angst vor dem Fremden hat, übelsten Rassismus fest, dem mir bekanntermaßen auch kein Psychologe Abhilfe leisten kann. Ich kann beide Angstformen nicht mit der gleichen Formel begegnen. Insofern stellt sich mir die Frage, um welche Ängste es sich handelt, wenn wir über die Kölner Silvesternacht reden. Eher ein Fall für den Psychologen oder eher ein Fall für die Rassismusforschung. Wenn ich bedenke, dass die lautesten Angstschreie erstens nach der Silvesternacht und zweitens nicht nur in Köln, sondern bundesweit zu vernehmen waren, dann bin ich eher bei der Rassismusforschung und nicht bei der psychologisch behandelbaren Angst. Liebe Freundinnen und Freunde, die Kölner Ringe sind nicht der einzige neue Ort, an dem demnächst Kameras die Freiheit der Bürger beobachten werden. Aus grüner Sicht viel prekärer finde ich die Kameras in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil, wie zum Beispiel im schönen Duisburg-Marxloh. Stadtteile, die allein aufgrund der Tatsache ihrer Multikulturalität von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zu kriminellen Hochbogen stilisiert werden und wir mit ganz viel Geld für Integrationsarbeit gegenarbeiten müssen. Liebe Freundinnen und Freunde, dort in Marxloh soll zukünftig an einer Stelle beobachtet werden, an der es zur Kultur der dort lebenden Menschen gehört, sich gelegentlich an Straßenkreuzungen zu treffen, um sich die Welt schön zu reden und dabei eine Zigarette zu rauchen. Am Beispiel Marxloh wird mehr als deutlich, dass wir nicht mit der Sorgfältigkeit abgewogen haben, die uns Grüne gut gestanden hätte, sondern haben uns dem Diktat des Innenministers gebeugt, der bei uns in Duisburg den Ruf eines Sheriffs genießt. Ich kann verstehen, dass man gelegentlich Kompromisse mit den Koalitionspartnern eingehen muss, aber mit der Videoüberwachung haben wir, ohne vorher eine Grundsatzdebatte geführt zu haben, unser Verständnis von Freiheit, dem Sicherheitsbegriff untergeordnet. Und in Bezug auf Duisburg-Marxloh haben wir sogar integrationspolitische Maßnahmen die letzten zehn Jahre auf Einstreich weggewischt. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist Verena Schäffer. Bereithalten können sich schon Ulrich Langhorst aus dem KV Dortmund und Julia Mayer aus dem KV Bonn. Verena, du hast das Wort für vier Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist ja schon in vielen Beiträgen angeklungen, es gibt eine Verunsicherung in der Bevölkerung, es gibt ein subjektives Gefühl der Unsicherheit, aber ja, es gibt auch ein reales Problem mit steigenden Wohnungseinbrüchen, mit dem Zulauf zum Sarfismus und natürlich auch mit der gestiegenen Zahl der Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte. Solche Probleme müssen wir thematisieren, wir müssen sie ansprechen und gegen Maßnahmen diskutieren. Das ist unsere Aufgabe, auch als Grüne. Diese nehmen wir auch an. Und das unterscheidet uns von CDU und FDP, die ja immer wieder dieses Mantra vortragen von einer angeblichen Unsicherheit in Nordrhein-Westfalen. Und das finde ich ehrlich gesagt unverantwortlich, denn da werden Ängste geschürt, die man so nach der polizeilichen Kriminalstatistik auch nicht nachweisen kann. Und diese Rechnung von CDU und FDP, dass man Ängste schürt, dass man die Bevölkerung verängstigt und damit Stimmung und Stimmen für repressive Politik gewinnt, das wird so nicht aufgehen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, der da betrieben wird. Denn im Gegenteil, das stärkt die Falschen. Und deshalb braucht es auch uns Grüne, die Fehlentwicklung thematisieren, die Antworten darauf finden. Aber wir werden Symbolpolitik und wir werden Panikmache nicht mitmachen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben in den letzten Jahren die Einstellung bei der Polizei ja massiv erhöht. In diesem Jahr 1920 neue Polizeibeamtinnen und Beamte, die wir einstellen, das sind so viele wie noch nie. Und das ist auch ein grüner Erfolg, denn wir haben immer gesagt, gerade auch nach den Terroranschlägen, dass wir keine bürgerrechtsfeindlichen Verschärfungen von Sicherheitsgesetzen wollen. Nein, sondern wir wollen die Polizeipräsenz auf der Straße, in den Kommissariaten, um Kriminalität wirklich wirksam zu verhindern und zu verfolgen. Und das ist auch unsere Linie bei der Videobeobachtung, dass wir sagen, wir wollen zum einen Kameras nur an Kriminalitätsschwerpunkten und zum anderen müssen die Videoaufzeichnungen immer auch am Bildschirm mitverfolgt werden von erfahrenen Polizeibeamten, um Kolleginnen und Kollegen an den konkreten Einsatzort zu lotsen. Wir haben als Grüne aber auch die Problematik von Videobeobachtung immer betont, denn natürlich ist es ein Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist auch dieser Einsatz sehr eng im Polizeigesetz ja geregelt und wird vom Polizeipräsidenten nur an wenigen Orten hier in NRW eingesetzt. Sie kann immer nur ein Baustein von polizeilicher Arbeit sein. Und deshalb ist auch für uns klar als Grüne, dass wir Forderungen von der CDU nach einem Aufweichen dieser gesetzlichen, strengen Regelungen, die wir in NRW haben, um Videoüberwachung flächendeckend anlasslos einzusetzen, dem werden wir als Grüne immer eine klare Absage erteilen. Ein anderes Phänomen, was uns momentan große Sorge bereitet, ist das Thema gewaltbereiter Salafismus, der Zulauf, den es nach wie vor gibt. Und da sagen wir als Grüne, wir brauchen Prävention, wir brauchen Repression. Und ja, wir müssen uns die Frage stellen, was treibt es eigentlich junge Menschen, Jugendliche dazu, dass sie sich von unserer demokratischen Gesellschaft abwenden, dass sie sich solchen Salafisten zuwenden und dass sie auch in NRW offensichtlich Anschläge vorbereiten und wie wir erlebt haben, auch ausführen. Wir müssen diesen Zulauf stoppen, das schaffen wir nur, wenn wir Repression und Prävention zusammendenken und daran arbeiten wir auch im Land. Was aber nicht passieren darf, Was nicht passieren darf, ist, dass jetzt ein Generalverdacht gegen Muslimen und Muslime ausgesprochen wird, die hier friedlich leben, die für demokratische Rechtsstaatlichkeit stehen. Und gerade angesichts der hohen Zahl von Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Moscheen, muss klar sein, dass wir Grüne auch dafür stehen, auch Sicherheit für Geflüchtete, für Migrantinnen und Migranten, für Muslimen und Muslime zu machen und dafür auch verantwortlich sind. Und wir Grüne werden immer wieder auch gegen Personen und Gruppen aufstehen, die hier Gewalt, die Hass schüren wollen und werden dem deutlich entgegentreten. Vielen Dank. Danke, Verena. Als nächstes kommt Ulrich Langhorst aus dem KV Dortmund. Ulrich, du hast das Wort für drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist richtig und wichtig, dass wir heute hier zum Thema Sicherheit und Freiheit hier diskutieren und uns positionieren. Und wir haben ja schon eben auch schon zum Thema Videobeobachtung gesprochen. Das ist bei uns in Dortmund auch ein Thema. Ich glaube, da gilt es, und das haben wir, glaube ich, bei dem Antragsverfahren auch erlebt, um Feinjustierung noch und einige Punkte, die ja noch geklärt werden müssen. Aber ich möchte im Grunde noch mal den Schritt an den Anfang zurück wagen. Was sind denn für uns eigentlich so die Grundlagen unserer Freiheit und Sicherheit? Für mich ist die freieste und sicherste Gesellschaft eine Gesellschaft, die vom respektvollen Miteinander, von gelebter Demokratie und von sozialer Gerechtigkeit geprägt ist. Diese Punkte sind für mich wesentlicher Bestandteil der Basis unserer Freiheit und Sicherheit. Diese Basis, ich würde mal sagen, gilt es zu hegen und zu pflegen. Und es ist gerade grüne Aufgabe, das mit zu begleiten und mitentscheidend zu begleiten. Eine freie und sichere Gesellschaft ist und bleibt verbunden mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Freiheit kann sich erst dann entfalten, wenn jeder ein Leben und jeder und jede ein Leben in Würde führen kann. Und dazu gehört ein existenzsicherndes Einkommen, gute Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das sind Prioritäten grüner Politik. Im Antrag wird auf die unersetzliche ehrenamtliche Arbeit der Betreuung von Geflüchteten hingewiesen. Ich finde, dieses Engagement der Ehrenamtlichen, das ist schon ein paar Mal gesagt worden, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Tagtäglich wird von tausenden Helferinnen und Helfern in unserem Land, in den Kommunen, Integration vorbereitet, Integration vermittelt und ganz maßgeblich auch Integration gelebt. Egal, ob den geflüchteten Menschen die deutsche Sprache beigebracht wird, ob ihnen beim Umzug in die eigene Wohnung geholfen wird, ob sie die Unterstützung bei der deutschen Bürokratie erhalten, es entstehen Bindungen und es entsteht für die Menschen, die zu uns kommen, ein echtes erstes Ankommen. Das Ehrenamt ist ein hohes Gut, ich möchte fast sagen, ein Schatz, den es zu bewahren gilt. Auch da haben wir, glaube ich, mit diesem Antrag erste Pflöcke gesetzt und das gilt es noch weiter auszubauen. Die Angriffe der Rechtsextreme und Rechtspopulisten gegenüber Geflüchteten, aber auch gegen Ehrenamtliche und damit auch letztendlich gegenüber der gesamten Demokratie oder demokratischen Gesellschaft sind und bleiben unerträglich. Und da ist der Antrag mit dem Sport, also die Strukturen und gegen Rechts im Sportbereich zu stärken, aber nach meinem Dafürrten kann das eigentlich auch nur ein erster Schritt sein. Im Sport, da müssen noch weitere Schritte folgen, da stehen wir gerne auch bereit, dort weiter mitzuarbeiten. Am 4. Juni findet bei uns in Dortmund der sogenannte bundesweite Tag der deutschen Zukunft der Nazis statt. Bundesweit wird dazu aufgerufen, es ist eine gute Gelegenheit für Grüne aus ganz Nordrhein-Westfalen und Dortmund ist mehr oder weniger die geografische Mitte Nordrhein-Westfalens, also alle haben kurze Wege, nach Dortmund zu kommen und klare Flagge gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und gegen Recht zu zeigen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, am 4. Juni nach Dortmund zu kommen, obwohl, wie ich gehört habe, am 4. Juni noch eine Veranstaltung des Landesverbandes stattfindet, aber das soll nicht sozusagen in direkter Konkurrenz stehen. Wir freuen uns auf euch. Wenn wir also über Freiheit und Sicherheit diskutieren, müssen wir neben den Symptomen auch die Gesamtsituation in den Blick nehmen. Ein Satz noch. Und da gibt es in den unterschiedlichsten Feldern viel Arbeit zu erledigen. Ich bin mir sicher, wir Grüne können das. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Ulrich. Als nächstes ist Julia Mayer, KV Bonn, am Rednerpult. Und bereithalten können sich schon Irene Mielitsch aus dem KV Gelsenkirchen, Josefine Paul, KV Münster, Mirko Kranenfeld, KV Gelsenkirchen und Terry Reinke, KV Gelsenkirchen. Liebe Freundinnen und Freunde, als Sprecherin der LAG Demokratie und Recht liegt mir das Thema Innen- und Bürgerrechtspolitik sehr am Herzen. Der Kampf um Bürgerrechte, das ist unser Kernthema. Und das ist schon immer gewesen. Hier haben wir ein ganz starkes Profil. Die Innen- und Sicherheitspolitik hingegen wird von uns eher stiefmütterlich behandelt. Die aktuelle politische Lage im Innen- und Ausland macht dieses Thema aber vermutlich zu einem der heiß diskutiertesten der nächsten Wahlen. Und genau deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass es uns Grünen gut tut, sich mit Innen- und Sicherheitspolitik intensiv zu beschäftigen und dabei starke Positionen vor dem Hintergrund unserer grünen Werte zu erarbeiten. Positionen, die teilweise auch sicherlich wehtun werden. Liebgewonnene Antibilder wie der Verfassungsschutz, zu dem wir Grünen teilweise zu Recht eine ganz schwierige Beziehung haben, bekommen dann eine ganz neue Bedeutung. Und wir bekommen damit neue Herausforderungen, nämlich, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, den Verfassungsschutz komplett neu aufzustellen und umzustrukturieren. Im Rahmen der von uns im Antrag aufgestellten Leitplanken gezielt Maßnahmen anzubieten, das wird nicht einfach werden. Aber wir brauchen diese ganz konkreten Projekte, diese ganz konkreten Maßnahmen, wie wir allen Menschen in unserem Land Freiheit und Sicherheit, Vertrauen in den Rechtsstaat und die Gewährung aller Grundrechte garantieren wollen. Das Grundproblem ist das schwierige Zusammenspiel zwischen Sicherheit und Freiheit. Und ich sage hier ganz bewusst Zusammenspiel und nicht Gegensatz. Denn wir sind nur frei, wenn wir sicher und ohne Angst leben können. Und umgekehrt ist ohne Freiheit aber auch niemand sicher. Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes, Ferdinand Kirchhoff, hat hergeleitet, Freiheit ist ein Grundrecht, Sicherheit ist es aber nicht. Und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum BKA-Gesetz unterstützt diese These. Danach muss Sicherheit immer im Dienste der Freiheit stehen. Und das müssen wir den Menschen auch so deutlich sagen. Ich glaube aber auch, dass wir uns mehr Gedanken um die Gewährleistung der Sicherheit machen müssen. Und wenn dazu eine gut begründete, ortsgebundene Videobeobachtung zur Gefahrenabwehr an Kriminalitätsschwerpunkten gehört, dann dürfen wir dieses Instrument nicht aus prinzipiellen Erwägungen ablehnen, sondern wir müssen uns ganz genau anschauen, die empirischen Testergebnisse abwarten und diese dann vor dem Hintergrund unserer grünen Freiheits- und Datenschutzleitlinien bewerten und abwägen, ob dieses Instrument nun für uns in Frage kommt oder auch nicht, um unsere Freiheit zu schützen. Denn jede und jeder hat das Grundrecht auf Freiheit. Und wir sind dazu verpflichtet, diese zu gewähren. Es muss möglich sein, sich auch nachts auf den Kölner Ringen oder in der Düsseldorfer Altstadt gefahrlos aufhalten zu können. Lasst uns also daran gehen, auf Basis der im Antrag so gut formulierten Leitlinien noch ein, zwei, drei Schritte weiter zu gehen und diese in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Und dazu bietet der Antrag eine ganz tolle Ausgangsposition und ich freue mich gemeinsam mit der LAG auf die gemeinsame Arbeit und die vielen Diskussionen, um das zu erreichen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Jetzt kommen wir also zum starken Gelsenkirchener Block. Als erstes Irene, danach ein Zwischenspiel aus Münster und dann geht es weiter mit Gelsenkirchen. Irene, vier Minuten, bitteschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist wirklich gut und auch richtig, dass wir Grüne heute diesen Antrag zur Sicherheit und zu Bürgerrechten auf den Weg bringen, denn ich bin tatsächlich, auch nach allem, was ich hier heute gehört habe, der festen Überzeugung, dass eine grüne Innenpolitik einen entscheidenden Beitrag leisten kann, auch angesichts der, ja man muss sagen, doppelten Gefahr, der wir dieser Tage ausgesetzt sind. Da ist zum einen die äußerst angespannte Sicherheitslage, was uns ja auch sehr, sehr schmerzlich durch die Terroranschläge in Paris und Brüssel wieder vor Augen geführt wurde. Und wir müssen mit Blick auf gewaltbereiter Islamisten auch von einer konstant hohen Anschlagsgefahr weiterhin ausgehen. Dabei sind Terrorakte von Nazis in Deutschland schon heute traurige Realität. Über 1.300 Anschläge auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte seit Anfang 2015, aber nur jede vierte Tat wird aufgeklärt. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist erschütternd und das ist beschämend. Es ist allerhöchste Zeit, dass endlich die Netzwerkstrukturen hinter diesen Anschlägen ermittelt werden, damit der Staat nach den schmerzlichen Erfahrungen mit dem NSU den Naziterror diesmal rechtzeitig erkennt. Und die zweite Gefahr geht allerdings von der Politik selbst aus, wenn wir mit vorschnellen Analysen und purer Symbolpolitik auf aktuelle Ereignisse reagieren, denn dadurch werden Ängste geschürt und die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben, aber eben kein Stück mehr Sicherheit geschaffen. Anschaulich zu sehen am Beispiel der Kölner Silvesternacht. Wir waren alle selbstverständlich tief betroffen von der Dimension der sexuellen Übergriffe. Doch wer danach etwa vom Bundesinnenminister Vorschläge für die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit erwartet hat, ja, der wurde bitter enttäuscht. Zuerst hat Thomas de Maizière ohne jede Kenntnis von Fakten frech mit dem Finger nach Nordrhein-Westfalen gezeigt und die alleinige Schuld bei der Kölner Polizei abgeladen. Aber seine eigene Verantwortung durch die ihm unterstellte Bundespolizei, ja, die hat er mal eben unter den Teppich gekehrt. Und nach diesem billigen Ablenkungsmanöver war sich auch die Bundesregierung nicht zu schade, die Herkunft der Täter in den Mittelpunkt ihrer Konsequenzen zu stellen, statt einer sachlichen Aufarbeitung und seriösen Vorschläge zur Kriminalitätsbekämpfung hat man die Übergriffe auf Frauen schamlos instrumentalisiert und mit einer Verschärfung des Asylrechts darauf reagiert und das Ganze auch noch Kölngesetz genannt. Das ist an Populismus nicht mehr zu überbieten und das hat mit wirksamen Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit nicht das Geringste zu tun, liebe Freundinnen und Freunde. Wir Grüne, wir gehen einen grundsätzlich anderen Weg. Wir fragen nach dem richtigen Konzept für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und nach den Ursachen für Kriminalität. Wir nehmen die Lage ernst und wir prüfen gewissenhaft alle Mittel, um mehr Sicherheit für die Menschen zu erreichen, ohne nutzlose Symbolpolitik und Debatten, die den gesellschaftlichen Frieden gefährden. Und dazu gehen wir auch ran an das Thema Personal und Ausstattung bei der Polizei. Und wir diskutieren auch die einsatzbezogene Tauglichkeit von Bodycamps. Und mit einem Polizeibeauftragten wollen wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Polizei verbessern und stärken den Einsatzkräften den Rücken. So sieht eine an der Sache orientierte Politik bei den Grünen in Nordrhein-Westfalen aus, liebe Freundinnen und Freunde. Denn eins ist klar und diese Gewissheit sollten wir immer bei uns haben. Wir werden Freiheit und Bürgerrechte niemals preisgeben für Maßnahmen, die keinen Sicherheitsgewinn bedeuten und am Ende die Gesellschaft spalten. Wir stecken aber auch nicht den Kopf in den Sand, sondern wir stellen uns der Debatte und machen konstruktive Vorschläge, wie es gehen kann. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Irene. Als nächstes hat das Wort Josefine Paul aus dem Kaffermünster. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, ein kleines Münsteraner Zwischenspiel sein zu dürfen. Mutig nach vorne für eine bunte Gesellschaft. Ich glaube, diese Vielfalt, die wir damit einfordern und die wir für so wichtig halten, braucht ganz klar eine grüne Handschrift. Denn wir erleben in den letzten Wochen und Monaten leider, dass die Grenzen des Sagbaren zu Ungunsten von Minderheiten verschoben würden. Frei nach dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und leider erleben wir auch, dass diese Grenzen des Sagbaren auch verschoben werden im medialen Diskurs. Da dürfte ein Herr Matuszek noch ungestraft sagen, ich bin homophob und das ist auch gut so. Und erst als er auch noch rassistisch ausfällig geworden ist, hat die Welt es für nötig gehalten, ihm mal die rote Karte zu ziehen. Aber das zeigt auch, dass Vorurteile, Diskriminierung und Ausgrenzung kein Phänomen der extremen Rechten sind, sondern dass sie Wurzeln mitten in unserer Gesellschaft und dass es deswegen eine besondere Herausforderung ist, diese Ängste und Sorgen, aber vor allem auch diese Vorurteile ernst zu nehmen und klar Position zu beziehen. Und wir beziehen klar Haltung gegen jede Form der Diskriminierung, wir beziehen klar Haltung gegen Rechtsextremismus und wir stehen für eine vielfältige Gesellschaft und wir werden es nicht zulassen, dass die AfD den politischen Diskurs weiter versucht zu bestimmen. Und wir setzen an der Stelle vor allem auf Prävention. Wir setzen, und Katrin hat es vorhin schon gesagt, auf Zuhören und Reden. Wir setzen auf Diskussion, wir setzen auf politische Bildung. Wir setzen aber auch da auf Repression und konsequentes Hinsehen, wo es unabdingbar ist und wo rechtsextreme Anschläge und Volksverhetzung die ganze Härte eines Rechtsstaats zu spüren bekommen müssen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen aber auch dort hinsehen, wo es um sexualisierte Gewalt geht und wo es um alltäglichen Sexismus geht. Irene hat die Übergriffe von Köln gerade schon angesprochen. Und wir wollen eine Polizei, die sensibilisiert ist und wir wollen Ordnungsbehörden, die hinsehen und wissen, dass etwas nicht richtig ist, wenn viele weinende Frauen auf sie zukommen und davon sprechen, dass ihnen nun Recht geschehen ist. Wir wollen sexualisierte Gewalt auch in die Planung von Großveranstaltungen einbeziehen. Sie müssen auch eine Rolle spielen bei der Durchführung und bei der Planung von Polizeieinsätzen. Und wir haben einen Schritt schon getan bei der Vernetzung von Frauenhilfeinfrastruktur und Polizei- und Ordnungsbehörden, bei den Security Points anlässlich des Karnevals in Köln und Düsseldorf. Diese Konzepte gilt es sich jetzt genauer anzuschauen und dort weiterzuentwickeln, wo möglicherweise noch Potenziale sind. Denn, und das muss doch ganz klar sein, Frauen und Mädchen haben ein Recht darauf, sich sicher zu fühlen. Immer, überall und ausnahmslos. Und wir wollen keine Angsträume und wir wollen gegen Angsträume vorstellen, denn der öffentliche Raum gehört uns allen. Er gehört Mädchen, er gehört Frauen, er gehört Jungen, er gehört Männern, aber er gehört auch allen Menschen, egal welcher Herkunft. Und das ist mir auch noch wichtig, deutlich zu machen. Sexualisierte Gewalt ist nicht in unsere Gesellschaft eingewandert, sondern Sexismus und auch sexualisierte Gewalt, auch die Wurzeln tief in unserer Gesellschaft. Und es sind nicht in erster Linie Flüchtlinge, die gefährlich für Frauen sind. Es ist eine Kultur des Sexismus, die Frauen allzu oft als billige Ware unverfügbar hinstellen. Gut, die drei Minuten sind um, also das Intermezzo, die Intervention aus Münster. Ich will nur noch ein Wort sagen, Sexismus ist die Wurzel, in der auch sexualisierte Gewaltwurzel und auch dort gilt es genau hinzuschauen, wenn im Internet gehetzt wird. Wir wollen auch dort ganz klare Kante beziehen, wo der Boden des Grundgesetzes eindeutig verlassen wird und wo es sich um Straftaten handelt. Liebe Freundinnen und Freunde, und damit beende ich das Münsteraner Intermezzo. Dankeschön. Herzlichen Dank. Der Mirko kommt auch schon auf die Bühne und danach kann Terri sich bereit halten. Bitteschön. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin seit 16 Jahren Polizeibeamter und habe in dieser Zeit sieben Jahre Hundertschaftserfahrung gesammelt. Und ich stimme in fast allen Punkten mit unserem Gastredner Hubert Wimber überein. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Ich möchte mich an dieser Stelle gegen die persönliche Kennzeichnung von Polizeibeamten aussprechen und zwar aus vollem Grund. Die persönliche Kennzeichnung ist im Grunde reine Symbolpolitik, die ja hier an anderer Stelle auch schon kritisiert worden ist, weil wir ja keine Symbolpolitik betreiben wollen. Sie ist deshalb Symbolpolitik, weil es in NRW noch keinen einzigen Fall gegeben hat, bei dem ein Verfahren gegen einen Polizeibeamten nicht zustande gekommen ist, weil er nicht identifiziert werden konnte. Darüber hinaus ist es gefährlich für die Beamten, diese individualisierte Kennzeichnung einzuführen. Die Hundertschaftsbeamten haben es mit sehr gut organisierten, polizeifeindlichen und sehr gewaltbereiten Gruppen zu tun. Salafisten, Rechtsextremisten, Linksextremisten, Rockerbanden, Hooligans, Ultragruppierungen, organisierte Kriminalität sind durchaus in der Lage, auch kodierte Kennzeichnungen zu entschlüsseln, weil sie Computerexperten haben, teilweise in ihren Reihen. Und dafür möchte ich die Kolleginnen und Kollegen da draußen bewahren. Darüber hinaus halte ich es für einen Fehler, den Gesetzesweg zu bestreiten, nur weil die Einigungsstelle auf dem Weg des Mitbestimmungsrechts für Arbeitnehmer, das heißt in diesem Fall die Polizeibeamten nicht das Ergebnis herbeigeführt hat, was sich die Grünen wünschen. Die Grünen haben immer wieder das Mitbestimmungsrecht hochgehalten. Das muss für Polizeibeamte auch geben. Das heißt, wenn es eine Einigungsstelle gibt, wo das Innenministerium zusammen mit dem Hauptpersonalrat sitzt und beide gleiche Stimmanteile haben und es gibt keine Mehrheit für diese Maßnahme, hat man das aus grüner Sicht meiner Meinung nach durchaus zu respektieren. Ich möchte mich aber nicht nur gegen gegen die individuelle Kennzeichnung aussprechen, sondern auch für Schulterkameras. Es gibt Leute, die sagen, eine Schulterkamera kann einen tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten nicht abwehren. Bei einem entschlossenen Täter ist das durchaus der Fall, dass man nicht einen solchen Angriff mit einer Schulterkamera abwehren kann. Es gibt allerdings auch unentschlossene Täter und Solidarisierungseffekte. Ein unentschlossener Täter kann sich dadurch schon beeindruckt fühlen und es kommt zu einem tätlichen Angriff weniger, was ich sehr begrüßen würde. Solidarisierungseffekte, die eingedämmt werden durch so eine solche Kamera, begrüße ich an dieser Stelle auch. Darüber hinaus gibt es schon auf den Streifenwagen Kameras, die Verkehrskontrollsituationen aufnehmen, sodass ich davon überzeugt bin, dass es einen gerichtsfesten Gesetzesentwurf geben kann an dieser Stelle. Ich möchte mich also für einen Trageversuch aussprechen, bei dem die Kollegen ihre eigenen Erfahrungen machen können, um diesen hinterher zu evaluieren. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken, Glück auf, und ich gebe an meine Kollegin Terrin Weyher. Dankeschön, aber das mit dem Weitergeben mache ich schon noch. Terri, du hast abschließend in der Aussprache das Wort, bevor Celia dran ist. Also wie ihr seht, das ist bei uns im KV in Gelsenkirchen eine ebenenübergreifende, zum Teil auch kontroverse Diskussion zu BürgerInnenrechten, und ich möchte euch als Europaabgeordnete aus Gelsenkirchen noch die europäische Perspektive zu diesem Thema ein bisschen näher bringen. Für mich steht ein wirklich zentraler Satz in diesem Antrag. Und dieser Satz ist, dass ein starker Staat ein Staat ist, der sich vor seinen BürgerInnen und Bürgern auch zurücknehmen kann. Ein Staat, der Selbstbestimmung zulässt, der nicht alles kontrollieren muss und der nicht wahllos Daten sammelt. Das ist eine demokratische Stärke, die eben anders ist, als die Stärke, die Leute wie Putin oder Erdogan oder die NSA wollen. Wir wollen eine wirkliche demokratische Stärke, die nicht alle BürgerInnen und Bürger unter Generalverdacht stellt, sondern die demokratische Prozesse organisiert und in der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sehr, sehr hohe Werte sind. So ein Staat muss aber auch sehr präzise schauen, wo wir mehr Staat und mehr Staatlichkeit brauchen. Und nach den Anschlägen in Brüssel und in Paris haben wir gesehen, dass es eben nicht die wahllose Datensammelwut ist, die wir brauchen, sondern einen besseren Austausch von bereits vorhandenen Ermittlungsergebnissen und vor allem mehr Zusammenarbeit über Grenzen hinweg in der Europäischen Union. Denn nicht die offenen Grenzen in der Europäischen Union haben den Terrorismus begünstigt, sondern die fehlende Zusammenarbeit zwischen Polizei- und Justizbehörden über Grenzen hinweg. Und da sind wir als Grüne im Europäischen Parlament die Stimme, die immer wieder darauf hinweist, dass wir da mehr tun müssen und dass wir endlich Ergebnisse brauchen. Das ist nicht nur im Bereich von Sicherheit sehr, sehr zentral, sondern auch im Bereich von zum Beispiel Kampf gegen Geldwäsche oder Steuerhinterziehung. Und dafür brauchen wir eine europäische Staatsanwaltschaft, dafür brauchen wir eine enge Zusammenarbeit unter dem Mantel von Europol, damit gemeinsam europäisch ermittelt werden kann. Und wir wollen einen Staat, der seine eigenen Grenzen kennt und der das Grundgesetz achtet. Und ehrlich gesagt, in den letzten Wochen und Monaten hat sich die Bundesregierung doch in diesem Zusammenhang immer wieder nur peinlich verhalten. Es ist doch peinlich, dass das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung immer wieder darauf hinweisen muss, dass wir in einem Staat leben, wo das Grundgesetz gilt und wo es grundlegende Freiheits- und Bürgerinnenrechte gibt, die auch die Bundesregierung zu achten hat. Und was für uns auch zentral ist, ist, dass wir in dieser Auseinandersetzung auch in Zeiten von Terrorismus nicht wie die AfD zum angeblichen Schutz des Grundgesetzes das Grundgesetz selber abschaffen wollen, sondern dass wir ganz klar sagen, dass das Grundgesetz für uns der Rahmen ist, in dem in diesem Land und auch die Menschenrechte und die Grundrechte, auf dem die Europäische Union gemeinsam Politik gemacht wird, um Freiheit und Sicherheit gleichzeitig zu erreichen. Und dafür müssen wir eben auch diese Selbstbestimmung zulassen und genau definieren, wann und wo eingegriffen werden darf. Und Malte hat eben erwähnt, ich komme zum Schluss, Malte hat eben erwähnt, dass wir vorletzte Woche in Straßburg das Europäische Parlament leider die Fluggastdatenspeicherung abgestimmt hat. Es gab aber auch einen sehr, sehr großen grünen Erfolg in dieser Woche in Straßburg und das ist die von Jan Philipp Albrecht vorangetriebene Datenschutzverordnung, die europaweit hohe Standards im Bereich von Datenschutz vorsieht und das ist für uns ein Riesenerfolg. Dafür stehen wir als Grüne nicht nur in NRW, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Terri! Das löst aber hier in der Anlage Begeisterungsstürme aus. Unglaublich. So, jetzt sind wir am Ende der Aussprache und am Ende der Aussprache hat jetzt Silvia Lörmann das Wort. Bitteschön, Silvia. Liebe Freundinnen und Freunde, man merkt es an der Diskussion Bund, Land, Kommunen, Europa. Wir steuern mit Volldampf auf zwei Ereignisse zu, die für die Menschen in unserem Land, für ihr Leben und unsere Lebensgrundlagen entscheidend sein werden. Die Landtagswahl wird darüber entscheiden, wie sich Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln wird. Ob das Industrieland Nummer eins, auch das Zukunftsland Nummer eins wird. Ob aus dem Einwanderungs- und Zufluchtsland das Integrationsland wird. Ob aus dem Land der Chancen das Land der Gerechtigkeit wird. Ob auch unsere Kinder noch saubere Luft, klares Wasser und gesunde Wälder erleben werden. Wir wissen, und das bleibt so wahr wie am ersten Tag, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, liebe Freundinnen und Freunde. Hier bei uns wird die ernste Auseinandersetzung darüber geführt werden im nächsten Jahr, ob Deutschland weiter verwaltet oder endlich gestaltet wird. Unsere Landtagswahl ist im Grunde Teil der Bundestagswahl. Schon im Mai 2017 geht es darum, ob es künftig in Berlin eine Politik der klugen Köpfe oder die Fortsetzung von Basar und Hahnen kämpfen wird. Aus meiner Sicht hat es noch nie so eine schlechte Regierung in Deutschland gegeben. Und damit muss endlich Schluss sein. Und dazu müssen wir beitragen, liebe Freundinnen und Freunde. Es kann doch nicht sein, dass ein Ministerpräsident, der Minister im Kabinett Merkel hat, von Unrechtsstaat spricht und dann nicht so konsequent ist und die eigenen Minister aus dieser Unrechtsregierung abzieht. Das kann doch nicht wahr sein. Darüber muss doch gesprochen werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und bei diesen Hahnenkämpfen und diesen miesen Kompromissen, da nutzt die schönste Raute nix. Und es geht auch darum, ob die Grenzen offen bleiben oder Deutschland abgeschottet wird. Ob es weiter vorwärts in eine moderne und aufgeklärte Gesellschaft oder zurück in die 50er Jahre geht. Ob Deutschland eine Exportnation der sauberen Technologien wird oder der Verbrennungsmotoren des letzten Jahrhunderts bleibt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir kämpfen für ein gutes Leben für alle, ohne Schäden für Mensch und Umwelt. Und lasst uns im Mai nächsten Jahres zeigen, dass Nordrhein-Westfalen mit viel Grün ein Modell für den Bund ist. Und das können wir sagen, wir haben verdammt viel geschafft. Ja, natürlich gibt es Kritik. Wenn sie konstruktiv ist, wenn sie berechtigt ist, dann nehmen wir sie an, wir sind lernfähig. Aber wir lassen uns unsere Erfolge auch nicht kaputt reden, liebe Freundinnen und Freunde. Die Richtung von Nordrhein-Westfalen, die stimmt. Wir sind das erste Land mit einem Klimaschutzgesetz und einem Klimaschutzplan. Beides ist vorbildlich und eine Chance für die Wirtschaft. Wir haben die direkte Demokratie und die Mitbestimmung gestärkt und beziehen die Menschen mit ein. Die Politik der Einladung, das ist das, was wir machen. Und die Politik des Gehörtwerdens ist das, was Winfried Kretschmann macht. Beides sind die gleichen Politikansätze mit den Menschen, nicht gegen die Menschen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir stärken den ländlichen Raum, indem wir Breitbandnetze ausbauen und Schulen erhalten. Wir schaffen mehr Ganztag und dank Schulkonsens so viel längeres gemeinsames Lernen wie nie in Nordrhein-Westfalen und geben damit allen eine Chance in einem Bildungssystem, in dem das Potenzial der Kinder die Erfolge bestimmt und nicht die Herkunft, liebe Freundinnen und Freunde. Wir investieren in Kitas, Schulen und Hochschulen so viel wie noch nie. Wir setzen Integration und Inklusion um. Bei uns gehören alle Kinder dazu. Das, Herr Lindner, schafft wahre Freiheit, liebe Freundinnen und Freunde. Und das werden wir, bei aller Frage, ist es genug Geld bei der Inklusion, das werden wir gegen die Angriffe der AfD ganz massiv verteidigen. Guckt euch das Bildungsprogramm an. Das ist nicht letztes Jahrhundert, das ist vorletztes Jahrhundert, liebe Freundinnen und Freunde. Und da müssen wir uns beweisen und da werden wir uns beweisen. Und ja, das hat die Debatte heute gezeigt, wie qualifiziert zum Thema innere Sicherheit. Ja, das ist gut. Wir stehen für einen handlungsfähigen, sicheren Rechtsstaat und stellen zum Beispiel mehr Polizistinnen, mehr Richter und mehr Steuerfahnder ein. Und ich finde es toll, Mirko, Irene, dass wir jetzt inzwischen auch so viele engagierte Polizistinnen und Polizisten in unserer Partei haben, dass darüber gerungen wird, was sind die richtigen Antworten. Das werden wir fair und wunderbar tun. Das ist auch ein Markenzeichen von uns Grünen. Dies und viel mehr packen wir an mit klaren Zielen und mit Zuversicht und in großer Solidarität und Geschlossenheit. Ja, wir wollen und wir können die Welt verändern. Das erlebe ich auch vor Ort. Eine der schönsten Botschaften der letzten Besuche, da war ich im Ellihäus-Knackhalter und jetzt hört zu, es ist wirklich wunderbar. Wir arbeiten daran, dass Marxloh eine Let's-Go-Area wird. 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. Gute Leistungen, viel Kultur in der Schule, viel Demokratie in der Schule. Das ist eine Schule der Vielfalt und da sind wir spitze und da kann sich der Osten von uns was abgucken, liebe Freundinnen und Freunde. Es sind diese Beispiele, diese vielen, vielen Beispiele in den Gemeinden, in den Vereinen, in den Initiativen, die mir und uns immer wieder zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir uns von unserem Kurs nicht abbringen lassen dürfen. Und deshalb lasst uns über unsere Erfolge reden, sie erzählen und erklären. Katrin, finde ich, hat das schon wunderbar verstanden. Wir haben unser Land besser gemacht und wir wollen mit neuen Ideen unser Land in Zukunft noch besser machen. Und da können wir was lernen. Wenn andere ein Gartenzahn aufstellen, dann feiern die jede Latte einzeln. Wenn wir Grüne einen Zaun aufstellen, dann diskutieren wir auch nachher noch darüber, ob es ein Jägerzaun oder ein Maschendrahtzaun ist und ob die Farbe allen, die am Zaun vorbeigehen, auch wirklich zuzumuten ist. Ich finde, mit diesem Quatsch sollten wir aufhören. Wenn der Zaun da steht, dann sollten wir uns alle darüber freuen. Ja, Detailarbeit, Fleiß und Expertenwissen sind wichtig und richtig. Komplexe Probleme erfordern immer auch komplexe Lösungen. Das ist unser Markenzeichen. Das ist gut, aber das reicht nicht. Wir müssen auch weiter uns und den Menschen gegenüber ehrlich sein. Viele meinen, dass Politik immer nur aus neuen großen Reformen besteht. Nein, wir brauchen Kontinuität. Und wir haben seit 2010 viel angepackt. Es wird in den nächsten Monaten darauf ankommen, genau hinzusehen und da, wo es nötig ist, nachzusteuern. Vor allem aber müssen wir deutlich machen, was auf dem Spiel steht und das Erreichte verteidigen. Unser Auftrag ist es, an den zentralen Zukunftsfragen weiter, beharrlich weiterzuarbeiten. Ich will nur den Klimawandel als zentrale Menschheitsfrage oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort und in Europa nennen. Ja, gestern, ich habe das auch gesehen, ist das Klimaschutzabkommen von Paris in New York feierlich unterzeichnet worden. Aber Worte allein, gute Abkommen, reichen nicht. Sie müssen mit Leben gefüllt werden und dafür braucht es die Grünen. Für diese Frage wird es ohne Grüne keinen Fortschritt geben, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Und ich soll ja lange leben, habt ihr mir eben gesagt am Anfang. Ich möchte noch erleben, dass die Braunkohletagebaue zugemacht werden. Das möchte ich noch erleben und dafür werden wir arbeiten hier in Nordrhein-Westfalen, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn wir nicht wollen, dass die Laschets und Lindners das Land schlechtreden, dann müssen wir verkörpern, dass Nordrhein-Westfalen unsere Heimat ist, in der es sich zu leben lohnt, für die wir gerne arbeiten und auf die wir stolz sind. Und machen wir uns nichts vor. Die Auseinandersetzung wird beinhart. Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, die vielen zu uns geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, ihnen eine Zukunft zu geben. Für uns sind Nächstenliebe und Solidarität eine Selbstverständlichkeit. Die Willkommenskultur, es ist vielfach zu Recht angesprochen, ist ein großartiges Zeichen einer deutschen Gesellschaft, die tolerant ist, die hilfsbereit und mitfühlend ist, die multikulturell ist. Und es kommt darauf an, diese Willkommenskultur in eine geordnete Willkommenskultur zu verwandeln. Das wirksamste Mittel gegen Menschenfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist es, allen Menschen zu zeigen, dass dieses Land ihnen eine Chance gibt, sich einzubringen und sich selbst ein Leben aufzubauen. Egal von wo sie kommen, welchen Pass sie haben und wie lange sie schon in Deutschland leben. Dunja Hayali hat einen wunderbaren Satz gesagt, als sie die Bildungsbotschafterin der Didakter war. Sie hat gesagt, Kinder sind keine Rassisten. Darum ist es so wichtig, da anzuknüpfen, damit unsere Kinder stark bleiben und neugierig bleiben aufeinander und das nicht umkippt. Dann brauchen Sie keine rechten Führer, liebe Freundinnen und Freunde. Und damit das gelingt, durch alle Felder durch, wird Nordrhein-Westfalen noch in diesem Jahr den bundesweit ersten konkreten Integrationsplan auf den Weg bringen. Die Landtagsfraktion hat dazu einen riesigen, wunderbaren Kongress gemacht. Damit werden wir unsere Vorreiterrolle als Einwanderungs- und Integrationsland erneut bekräftigen. Wir bieten allen Menschen eine Chance in unserer liberalen, offenen und toleranten Gesellschaft. Ja, diese Gesellschaft ist bedroht. Nicht nur durch eine CDU, die durch Laschet ökologisch nicht nur hinter Röttgen, sondern hinter Jürgen Röttgers zurückgeworfen hat. Das ist die Lage, liebe Freundinnen und Freunde, in der Ökologie, in der ökologischen Erneuerung. Durch eine neoliberale FDP in grellem Anstrich. Nein, auch durch eine neue Rechte, die unter schicken Anzügen mit unter braune Hemden trägt. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir für diese Gesellschaft kämpfen. Viele von euch können sich an unsere Kämpfe erinnern. Für Frauenrechte und gegen Diskriminierung. Für ein gesundes Leben, gegen Müllverbrennung, gegen verseuchte Luft und verpestete Umgebung. Unsere Kämpfe gegen Atomkraft und für erneuerbare Energien. An unsere Kämpfe für lebenswerte Städte und Gemeinden. Diese Erinnerung, diese Kraft, die müssen wir wachrufen. Für Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung. Das ist unser Auftrag. Wir müssen unsere Erfolge der letzten 35 Jahre grüner, erfolgreicher Politik verteidigen und müssen die Menschen davon überzeugen, dass unsere Erfolge auch ihre Erfolge sind. Ihre Freiheit, ihre Selbstbestimmung, unsere Grundwerte. Dafür sind starke Grüne die Garanten. Liebe Freundinnen und Freunde, damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Dieser Gedanke von Hermann Hesse hat uns 2010, hier in Neuss, haben wir es besiegelt, in eine Minderheitsregierung geführt und lässt uns seit mittlerweile sieben Jahren dieses Land gestalten. Mit viel Arbeit, mit viel Freude und mit euch zusammen. In diesem verflixten siebten Jahr habe ich nach 26 Jahren meinen Lebensgefährten Rainer Dams geheiratet. Ich war sehr gerührt und bin es immer noch, wie viel Freude offenbar die Partei auch daran hat. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ein bisschen gerührt und wenn man von einem so tollen Bürgermeister getraut wird, dann kann das ja nur Glück bringen. Und wenn ihr möchtet, dass ich in den kommenden Jahren an eurer Seite für ein gerechteres, für ein freies und für ein ökologisches Nordrhein-Westfalen streite, dann biete ich euch jetzt, nein, nicht die Ehe, aber meine Leidenschaft und mein Engagement an. Ich bin gerne bereit, im nächsten Jahr eure Spitzenkandidatin zu sein, wenn ihr denn dazu im September ja sagt. Danke. Applaus Applaus Ja, liebe Silvia, ich möchte dir ganz herzlich danken für deine eindrückliche Rede. Ich finde, es tut richtig gut, aus deinem Mund noch mal zu hören, was wir eigentlich alles geschafft haben, welche Erfolge wir als Grüne bewirkt haben für NRW. Und ich glaube, die Reaktion von den Delegierten hier spricht für sich. Du hast deine Spitzenkandidatur angekündigt, wir danken dir dafür und entscheiden tun wir das dann auf den Parteitag im September. Ganz, ganz herzlichen Dank, wir freuen uns. Applaus Vielen Dank. So, und bevor wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag kommen, möchte ich noch mal alle, die in der Debatte beteiligt waren, bitten, sich bereit zu halten, gleich noch mal mit auf die Bühne zu kommen. Und jetzt haben wir was ganz Wunderbares. Wir haben hier eine neunseitige Synopse, aus der ihr sehen könnt, worauf sich alle geeinigt haben. Das heißt, wir haben nur noch eine einzige Abstimmung hier zu machen, nämlich die Schlussabstimmung. Und dafür, nehmt doch bitte noch mal eure Televoting-Geräte in die Hand. Wir versuchen das jetzt noch mal. Also, wenn ihr jetzt die Karte mit dem Chip nach oben hineinsteckt und ich das Zauberwort sage, die Abstimmung ist eröffnet, sollte gleich das grüne Licht leuchten. Und ihr könntet mit drei Ja-Stimmen, mit zwei Nein, mit eins enthalten, euch enthalten und tut das bitte jetzt. Und denkt dran, auch eure Stimmabgabe mit dem Enter-Taste abzuschließen. Und jetzt frage ich mal vorsichtig an die Technik, wie es jetzt aussieht. Ich glaube, es gibt weißen Rauch. Also, ich mag es kaum glauben, aber ich schließe mal die Abstimmung. Wir sind ganz gespannt auf das Ergebnis. was sich jetzt auf meinem Monitor aufbaut. Und ich sehe, dass wir 197 Ja-Stimmen haben. Das sind 92,92%. Zwei Nein-Stimmen, das sind 0,94%. 13 Enthaltungen. Das Ganze bei 212 abgegebenen Stimmen. Herzlichen Dank, der Antrag ist beschlossen. Wunderbar. Und einen Dank an die Technik. Jetzt wissen wir, es geht. Und jetzt können wir auch gleich, wenn es soweit ist, einen wunderbaren Landesvorstand wählen. So, und jetzt hat die Katrin das Wort. So, wir bitten jetzt noch einmal alle Rednerinnen und Redner auf die Bühne. Und zwar sind das Malte Spitz, Ute Kotschi, Mike Außendorf, Monika Düker, Hubert Wimber, Andrea Asch, Seid Kellesch, Verena Schäffer, Ulrich Langhorst, Julia Meier, Irene Mialitsch, Josefine Paul, Mirko Kranfeld und Terry Reinke. Auf Regie. auf geht's, auf geht's, auf geht's, eh rein, auf geht's, Vielen Dank. Dann bitten wir Mona Neubauer und Sven Lehmann dazu und zum Schluss noch mal Silvia Lörmann. So, und während diese wunderbaren Bilder gemacht werden, wechseln wir hier oben auf dem Präsidium und es geht dann gleich weiter mit Eike und Anna. Herzlichen Dank. Vielen 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 Dank. , aber gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich bitte euch, den Jahresabschluss so anzunehmen und uns die Entlastung zu geben. Dankeschön. Vielen Dank, Wolfgang. Und zwar hören wir jetzt zum einen die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission und zum anderen die Stellungnahme des Landesfinanzrats. Wir beginnen mit der Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission, die sich also den Jahresabschluss sehr intensiv angeschaut hat. Diese Stellungnahme geben ab Andrea Svoboda vom KV Bottrop und Martin Hase vom KV Essen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß angesichts der bevorstehenden Wahlen zum Landesvorstand, seid ihr wie immer ganz heiß auf dem Bericht, der sehr ausführlich und lang sein könnte, der Rechnungsprüfungskommission. Ich halte mich aber angesichts unseres ambitionierten Programms kurz und bündig. Ich möchte euch einfach mitteilen, wir haben uns Mitte März getroffen in Düsseldorf und haben in sehr angenehmer Atmosphäre mit dem Wolfgang, der Isabel und dem Jörg die Kasse geprüft. Wir, das heißt die Susanne Rickers, der Martin Hase, der Stefan Graf und ich. Der Martin Hase, ich habe den heute noch nicht gesehen, also kann sein, dass tatsächlich meine Stellungnahme jetzt die einzige ist, aber ich glaube, das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Umso schneller sind wir wieder bei dem, was wir eigentlich tatsächlich heute machen wollen. Ihr wollt ja von mir wissen, ist die Rechnungslegung ordentlich? Ich sage mal, ja, das war sie, sie war vorbildlich. Sind die Mandatsbeiträger alle abgeführt worden? Ihr habt die Listen vorne liegen, der Landesvorstand kommt dem LDK-Beschluss nach und veröffentlicht die. Ihr seht, da gibt es anderthalb kleine Ausfälle. Jetzt kann man auf die gucken, wir gucken aber gern auf die 31 Mandatsträgerinnen, die hier ordentlich und 100% abführen. Und darum sage ich auch von der Rechnungsprüfungskommission ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ihr wollt ja wissen, ob auch die Spenden ordentlich verbucht sind. Ja, natürlich sind sie das. Und die Aufwendungen des neuen großen LAWO sind sie angemessen und wirtschaftlich. Und ja, natürlich, auch das ist in 2015 der Fall. Die Reisekosten, ja, die werden immer besser. Das heißt also, man kann da immer noch ein bisschen an den Formalia feilen und tatsächlich vielleicht alles mal ausfüllen. Isabel Theuer und auch der Jörg May sind da immer behilflich. Ich glaube aber, dass wir als Landesverband tatsächlich auf einem sehr guten Weg sind. Und der Öko-Fonds, ich selber bin in Bottrop aktiv und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn Initiativen und Verbände vielleicht noch Maßnahmen anpacken wollen und nicht zu Geld kommen. Und die Kommunen immer Klammer werden, die sonst ja aus freiwilligen Mitteln vielleicht noch was zugeschossen hätten. Darum bin ich und bleibe ich mit euch dabei. Der Öko-Fonds ist genau das wunderbare finanzielle Mittel, den Leuten da vor Ort unter die Arme zu halten. Er wird abgerufen und wir können dafür eigentlich zusammen immer nur wieder werben. Also ganz sachlich ist es ja meine Aufgabe, jetzt euch als LDK zu empfehlen, den Landesvorstand für das Haushaltsjahr 2015 zu entlasten. Und das tue ich hiermit. Ganz emotional, da sind wir Kassenprüfer nämlich auch, kann ich nur sagen, die Finanzen hier im Landesverband, die sind wunderbar und ordentlich sortiert. Der Vorstand wird gleich gewählt und damit kann auch aus finanzieller Hinsicht der Wahlkampf kommen. Ich danke euch. Vielen Dank und als nächstes hören wir die Stellungnahme des Landesfinanzrats, der sich ebenfalls mit dem Jahresabschluss auseinandergesetzt hat. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt hat die Andrea das schon relativ kurz gemacht und wir vom Landesfinanzrat beschäftigen uns natürlich auch intensiv mit dem Abschluss 2015 und gleich noch mit dem Haushalt 2016, das kommt dann auch noch, beziehungsweise morgen. Und ich möchte es aber noch kürzer machen und zwar erstmal natürlich einen vielen Dank an das gesamte Team, an das ganze Finanzteam, eine sehr angenehme, sehr angerichtete Zusammenarbeit und auch gut diskutiert. Und deswegen zum Schluss kann ich nur sagen, dass wir vom Landesfinanzrat dem, nein wir wollen einstimmig empfehlen, wir empfehlen euch einstimmig dem zuzustimmen. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich lese euch jetzt den Text für die Beschlussfassung vor und danach machen wir die Abstimmung mit der Stimmkarte. Der Beschluss lautet wie folgt. Die Landesdelegiertenversammlung entlastet den Landesvorstand für das Haushaltsjahr 2015. Wer der Entlastung zustimmt, hebe bitte jetzt seine Stimmkarte. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Somit ist der Jahresabschluss bei ganz wenigen Enthaltungen angenommen und der Landesvorstand für das Haushaltsjahr 2015 entlastet. Genau, dafür danken wir euch sehr herzlich und würden jetzt gerne, bevor wir gleich zur Neuwahl des Landesvorstandes kommen, gerne ein Mitglied des Landesvorstandes verabschieden, das nicht mehr wiederkandidiert gleich. Das ist nämlich Sigrid Bär. Liebe Sigrid, komm bitte nach vorne. Wir sind ja im Landesvorstand 20 Mitglieder, 19 wollen weitermachen, das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Du willst es nicht, was uns sehr traurig stimmt, weil du hast vier Jahre jetzt im Landesvorstand mitgearbeitet und du hast damals kandidiert, als wir zum ersten Mal diesen großen Landesvorstand gewählt haben, auch ganz bewusst als Brücke zur Landtagsfraktion. Und ich sag mal, das ist deswegen so erstaunlich und toll, weil dein Arbeitspensum als parlamentarischer Geschäftsführer natürlich absolut irre ist. Ich weiß nicht, so 80, 90 Stunden die Woche? Ja, das kostet... Kommt hin, genau. So, und dann noch ehrenamtlich weiter im Landesvorstand mitzuarbeiten, ist einfach großartig. Du hast auch trotz deines Wahnsinns-Arbeitspensums immer an den Sitzungen teilgenommen. Und du hast nicht nur teilgenommen, du hast auch Anträge koordiniert, du hast Initiativen gestartet, du hast Workshops organisiert, du hast einfach richtig auch da Arbeitsleistungen reingebracht. Und dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön vielleicht von euch an Siegeried. Du hast aber auch nicht nur organisiert, du hast auch einfach deine Themen und deine thematischen Anliegen weiter vorangetrieben. Und das wissen alle, dein Herz- und Leib- und Magenthema, die Schul- und Bildungspolitik natürlich. Aber du warst auch immer, das darf ich so sagen, Lobbyistin für Ostwestfalen-Lippe. Natürlich, ja. So, neben Marianne und Mike sozusagen so die OWL-Lobbyisten im Landesvorstand. Und du hast aber auch, das darf ich auch sagen, weil wir da auch sozusagen öfters mal Berührungspunkte haben, dich um das, sag ich mal, Westennest-Thema Religionspolitik gekümmert im Landesverband. Das ist deswegen ein Westennest-Thema, weil das geht ja so sehr ans persönliche Religion, Weltanschauungen. Und wir haben uns aber auf einen Prozess gemacht, auch du in der Religionskommission auf Bundesebene, dass wir sozusagen mal politisch klären und diskutieren, was wir Grünen eigentlich verändern wollen. Und da gibt es ganz, ganz viele Akteurinnen, Akteure im Landesverband, die hast du immer wieder zusammengeholt. Du hast vernetzt, du hast ausgeglichen, du hast diskutiert, du hast informiert. Und man kann mit dir auch einfach ganz wunderbar streiten. Ich sage nur das Stichwort Tanzverbote an stillen Feiertagen. Wir können ja heute Abend tanzen dann. Tanzen und Abend, genau. Also da kann man mit dir auch ganz wunderbar streiten. Das werden wir auch weiterhin tun. Und auch an dieser Stelle wirklich für dieses wirklich ganz, ganz wichtige Thema, was die Grünen auch beackern, ein großes Dankeschön für dein tolles Engagement im Landesvorstand. So, und was wir aber besonders vermissen werden, das darf ich vielleicht zum Abschluss sagen, sind deine Gesangseinlagen. Ich weiß nicht, also es gibt ja Menschen hier, die haben auch regelmäßig mit Sigrid in Gremiensitzungen zu tun. Wenn jemand Geburtstag hat, das wisst ihr, stimmt sie viel Glück und viel Segen an. Auch bei jedem Geburtstag im Landesvorstand warst du sozusagen der Ton angeben. Alle haben auch dann wirklich unisono mitgesungen. Wir haben am letzten Montag das mal geprobt, da konntest du nämlich nicht, als du nicht dabei warst. Und da haben wir dann mal was anderes gewählt, nämlich heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Das war doch etwas kakophon und etwas chaotisch. Das heißt, also wir werden leider ohne dich auskommen müssen, was deine Gesangskunst angeht. Aber Sigrid, ganz, ganz großes Dankeschön für vier Jahre in Ehren am Landesvorstand. Toll, dass du mitgearbeitet hast. Vielen Dank. Ja, lieber Sven, ganz herzlichen Dank für die lieben Worte. Das sind vier ganz spannende Jahre gewesen, gerade nachdem der Landesvorstand sich ja neu organisiert hat. Und das ist das Tolle, dass man wirklich über das ganze Land dann auch nochmal viel stärker grün aktivieren kann. Und diese Koordinationsfunktion, die hat mir in der Tat viel Spaß gemacht. Aber wir haben jetzt in dem nächsten Jahr viel, viel zu tun. Nicht nur in der parlamentarischen Geschäftsführung. Als Landtagsfraktion haben wir ein ganz klares Ziel. Dieses Land muss grüner werden. Und das ist jetzt der Schwerpunkt für mich nochmal für das nächste Jahr in der Kooperation. Und dem neuen Landesvorstand, der gleich gewählt wird, dem wünsche ich alles erfolgreiche und gute Arbeiten weiterhin. Dankeschön. Applaus Danke. 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 So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Und das ist der Antrag zur Verlängerung der Amtszeit des Landesvorstandes, der euch zugegangen ist. Den wird Wolfgang Rettich nun vorstellen. Danke. Danke. Liebe Freunde und Freunde, in der Regel liegt unsere Landesdelegiertenkonferenz im Juni. Dieses Jahr haben wir unsere reguläre LDK aus dem Juni in den April vorgezogen. Hintergrund ist, dass wir in diesem Jahr insgesamt drei LDK durchführen. Und diese haben wir zeitlich auseinandergezogen, um sie besser in den politischen Kalender einzubetten. Gleichzeitig steht die turnusgemäße Wahl des Landesvorstandes für die nächsten zwei Jahre an. Gemäß unserer Satzung wählen wir den Landesvorstand für maximal zwei Jahre. Das heißt, spätestens im April 2018 ist dann erneut ein Landesvorstand zu wählen. Unsere Satzung gibt uns aber auch die Möglichkeit, dass eine LDK oder ein LPR die zweijährige Wahlperiode des Landesvorstandes um drei Monate zu verlängern. Dies beantragt der Landesvorstand, um den politischen Jahreskalender 2018 planen zu können. Und das jetzt schon, weil wir heute ja auch den Landesvorstand wählen. Vier Gründe möchte ich euch aufführen. Warum? Erstens, in einer politischen Jahreskalender lässt sich die reguläre LDK in der letzten Hälfte des zweiten Quartals, also Juni, besser integrieren und mit den weiteren Gremien und Treffen wie Landesparteirat, Kreisvorstände treffen, LRG-Sprecherinnen treffen und so weiter besser verknüpfen. Eine Landesdelegiertenkonferenz im April heißt auch, dass viele Termine dann sehr dicht nacheinander angesetzt werden. Das heißt auch, eine stark verdichtete politische Kalender für ehrenamtliche Mitglieder. Ebenso ist eine Landesdelegiertenkonferenz, und das seht ihr ja hier, ein sehr großer logistischer Aufwand für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landesgeschäftsstelle. Um deren Arbeitsbelastung gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt zu bekommen, ist eine LDK im Juni aus den genannten Gründen eben besser. Den Jahresabschluss 2017, ich habe ja gerade den von 2015 vorgestellt, inklusive den Abschlüssen von Landtagswahletat 2017 und Bundestagswahletat 2017 im April 2018 vorzulegen, wäre ein Kraftakt. Bei einem regulären Jahresabschluss treten schon Probleme auf. Ihr habt ja gesehen, die Broschüre ist erst vor 14 Tagen online gegangen, weil wir vorher noch Gremienberatung hatten. So haben wir immer Ende Februar und März den normalen Jahresabschluss fertig. Dann kommt aber die Beratung im geschäftsführenden Vorstand, im Landesvorstand, in der Haushaltskommission, im Landesfinanzrat. Dazu auch noch der Jahresabschluss wird geprüft, in der Rechnungsprüfungskommission. Und im Jahr 2018 kommen eben noch zwei Wahlkampfetate dazu, die ja in den normalen Haushalt einmünden. Das ist sehr, sehr viel. Daher bitte ich euch, diesen Antrag zuzustimmen, um die Amtszeit des heute zu wählenden Landesvorstands um maximal drei Monate zu verlängern. Diese drei Monate werden wir nicht komplett benötigen. Aber ob wir jetzt einen Monat und drei Wochen brauchen oder zwei Monate und eine Woche benötigen, ist in der Grobplanung noch nicht abzusehen. Ziel ist es, eine LDK für 2018 im Juni 2018 abzuhalten, um dort eine turnusgemäße Landesvorstandswahl durchzuführen. Und dass bis dorthin auch der Landesvorstand, der jetzt gewählt ist, nicht nur Kommissaristand zwei Monate im Amt ist. Vielen Dank. Danke, Wolfgang. Dann bitte ich euch jetzt um das Handzeichen, Kartenzeichen, wenn ihr dem Antrag zustimmt. Dankeschön. Die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung ist der Antrag dann angenommen. Viele von euch wären sicher gerne heute auch in Hannover gewesen, so schön Neues auch ist. Findet ja dort heute die große Demo für fairen Welthandel statt. Von dort erreichen uns jetzt aktuell Grüße, die wir gerne einblenden würden. Wenn das denn funktioniert. Wenn das denn funktioniert. Und aus diesem Anlass würden wir gerne den V6, den Antrag für bessere Handelspolitik in Europa, nur fairer Handel ist freier Handel, vorziehen. Und den würde Katharina Dröge jetzt vorstellen. Katharina, du hast fünf Minuten Zeit. Mehr als ich dachte. Ja, liebe Grüne, ihr seht hier erste Eindrücke der Demo aus Hannover. Die hat gerade erst angefangen. Ich habe aber von Kolleginnen, die dort vor Ort sind, gehört, dass jetzt schon zigtausende Menschen auf der Straße sind, um gegen die Pläne zum Freihandelsabkommen TTIP zu demonstrieren. Anlass ist der Besuch des amerikanischen Präsidenten Barack Obama morgen. Und es steht die starke Vermutung im Raum, dass Merkel, dass Barack Obama diesen Besuch nutzen werden, um nochmal eine TTIP-Werbeveranstaltung zu machen, um nochmal für dieses Abkommen zu werben. Entgegen aller Kritik, entgegen der Demonstration heute, auch entgegen der Demonstration im letzten Herbst, als 250.000 Menschen gegen TTIP auf die Straße gegangen sind, entgegen sinkender Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Die Bertelsmann Stiftung hat erst diese Woche festgestellt, dass nur noch 20 Prozent der Menschen in Deutschland denken, dass TTIP eine gute Sache ist. Vor zwei Jahren war das noch die Hälfte in der Bevölkerung. Und inzwischen hat sich dramatisch etwas verändert. Viele Menschen denken bei TTIP, bei diesem Freihandelsabkommen, an intransparente Hinterzimmerverhandlungen, an Schiedsgerichte, die den Rechtsstaat aushöhlen, und an Verhandlungen, die Regelungen zum Schutz von Umwelt und Sozialem unter Druck setzen und aufzeichnen. Und ich sage euch, das ist auch richtig so, dass viele Menschen daran denken, denn genau das ist es, was mit TTIP aktuell verhandelt wird. Und genau deshalb sagen wir als Grüne, dass die Verhandlungen, so wie sie jetzt geführt werden, gestoppt werden müssen, dass diese Verhandlungen in die falsche Richtung gehen und dass es eine grundlegende Kurskorrektur der europäischen Handelspolitik braucht. Liebe Grüne, wir brauchen diese grundlegende Kurskorrektur, denn die Europäische Union müsste eigentlich dafür verhandeln, dass es eine Wiederbelebung der multilateralen Verhandlungen gibt, dass sie wiederbeleben, dass sie wirkliche Chancen verhandeln für die ärmsten Länder dieser Welt mit ambitionierten Zielen für den Umweltschutz, für gute Arbeitsstandards, für Menschenrechtsstandards. Doch trotz aller Kritik an diesen Verhandlungen zu TTIP und CETA und auch trotz der Kritik, die es jetzt im letzten Jahr an den Verhandlungen der WTO in Nairobi gegeben hat, passiert nichts. Tut unsere Bundesregierung, tut Angela Merkel so, als wäre nichts geschehen. Sie hat nichts verstanden und zieht diese Verhandlungen weiter durch. Das Einzige, was Angela Merkel verändert hat, ist die Rhetorik und die Verhandlungen in Brüssel verändert haben, ist die Rhetorik. Sie tun so, als hätten sie ein bisschen was verstanden. Sie gehen ein bisschen auf die Menschen zu und nutzen das Ganze eigentlich nur als Strategie, um im Hinterzimmer weiter die alte Agenda durchzuziehen. Und es ist unser Job, deutlich zu machen, dass das nicht funktionieren wird. Es ist unser Job, Licht in diese Verhandlungen zu bringen. Aus diesem Grund hat auch die grüne Bundestagsfraktion, haben Britta Hasselmann, Anton Hofreiter und ich stellvertretend für die grüne Bundestagsfraktion jetzt auch Klage beim Europäischen Gericht eingereicht, um deutlich zu machen, dass wir es nicht akzeptieren werden, dass wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die am Ende über dieses Abkommen abstimmen müssen, nicht die gleichen Rechte haben sollen, wie unsere Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament, dass wir uns mit unseren Mitarbeitern austauschen können, dass wir Fachexpertise zurate ziehen können für dieses Abkommen. Und ich finde, es ist genauso wenig akzeptabel, dass wir mit euch über das reden können, was wir gelesen haben. Denn wenn dieses Abkommen einmal ausverhandelt ist, werden wir nichts mehr daran ändern können. Dann ist der Deal geschlossen und dann wird es nur noch um ein Ja oder Nein gehen. Und der Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, was an den Verhandlungen nicht funktioniert, der muss jetzt sein. Nur dann haben wir eine Chance, wirklich noch was in den Verhandlungen zu ändern. Und dass das nicht funktioniert, sehen wir jetzt gerade beim Freihandelsabkommen CETA. Das ist das, was die Europäische Union mit Kanada verhandelt. Hier hat Sigmar Gabriel so getan, als hätte er jetzt wirklich nach Abschluss der Verhandlungen noch bahnbrechend etwas erreicht. Er hat jetzt behauptet, er hätte einen ständigen, einen richtigen Gerichtshof in CETA verhandelt. Und das ist alles nur Rhetorik, das ist alles nur der Versuch der SPD am Ende, eine Zustimmung zu diesem Abkommen abzuringen. Denn tatsächlich hat er wirklich nur kleine Verbesserungen noch durchsetzen können, weil es eben gerade so schwierig auch ist, ein Abkommen, das fertig ausverhandelt ist, noch einmal aufzumachen. Was wir in CETA haben, ist weiterhin das alte System des Schiedsgerichts, ist weiterhin problematisch. Und deswegen sage ich, wenn sich da nichts mehr gravierend ändert, dann kann, dann darf diese Bundesregierung aus meiner Sicht und aus Sicht der Bundestagsfraktion diesem Abkommen nicht zustimmen. Und ich fände es wichtig, dass heute ein starkes Signal aus NRW geht, dass ihr das auch so seht. Denn die Zeit ist knapp, das Zeit, wenn es sich schließt, im Herbst wird dieses Abkommen in den Europäischen Rat kommen. Und dann wird die Bundesregierung Ja oder Nein sagen müssen. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir auch im Bundestag die Debatte darüber führen müssen. Und unsere einzige Chance, dieses schlechte Abkommen noch zu verhindern, ist es eben Druck auf die SPD auszuüben und sie ins Wort zu nehmen. Die haben auf dem Parteitag versprochen, dass sie im Abkommen, in dem Schiedsgericht enthalten sind, nicht zustimmen werden. In dieser Verantwortung steht Sigmar Gabriel und aus dieser Verantwortung dürfen wir ihn nicht herauslassen. Deswegen finde ich es so wichtig, wenn heute von diesem Parteitag ein klares Zeichen ausgeht, dass wir das scharf kritisieren und dass wir uns mit den Demonstrantinnen und Demonstranten in Hannover solidarisieren. Vielen Dank, Katharina. Zu diesem Antrag hat es eine Reihe von Änderungsanträgen gegeben, die allesamt geeint sind und euch eben als Synopse zugegangen sind. Somit können wir jetzt sofort zur Beschlussfassung des Antrags kommen. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich wiederum um ihr oder sein Kartenzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Ich sehe auch keine. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Okay, liebe Freundinnen und Freunde, es geht direkt weiter und zwar steigen wir jetzt ein in den Tagesordnungspunkt 4, Wahlen des Landesvorstands. Als erstes, bevor wir loslegen, möchte ich über das Wahlverfahren abstimmen lassen. Das Wahlverfahren ist euch zugegangen, liegt euch vor und ich möchte das Wahlverfahren jetzt kurz vorstellen und einige Hinweise geben. Gewählt wird der Landesvorstand mit dem elektronischen Abstimmungssystem, mit dem wir eben schon geprobt haben und welches jetzt auch zuverlässig funktioniert. Wir werden zuerst die vier Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstands wählen. Zuerst die Vorsitzende, dann den offenen Vorsitzendenplatz, die politische Geschäftsführung und dann die Landesschatzmeisterin, den Landesschatzmeister. Danach wählen wir die 16 weiteren Mitglieder des Landesvorstands. Zunächst werden die acht Frauenplätze gewählt und dann die acht offenen Plätze. Die Frauenplätze und die offenen Plätze werden jeweils in Einzelwahl in einem Abstimmungsverfahren gewählt. Und abschließend wählen wir dann aus dem gewählten Landesvorstand die frauenpolitische Sprecherin. Grundsätzlich gilt bei den Wahlen, gewählt ist, wer mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. Die Delegierten haben in jedem Wahlgang so viele Stimmen, wie Plätze zu besetzen sind. Gewählt ist im ersten Wahlgang, wer mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält. Erreichen in einem Wahlgang, im ersten Wahlgang weniger Personen, das Quorum als Plätze zu besetzen sind, kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Für diesen zweiten Wahlgang sind diejenigen Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die im ersten Wahlgang 15 Prozent oder mehr der gültigen Stimmen erhalten haben. Sollten auch im zweiten Wahlgang nicht alle zu besetzenden Plätze besetzt worden sein, kommt es zu einem dritten Wahlgang. Und in diesem dritten Wahlgang scheiden alle aus, die weniger als 25 Prozent der gültigen Stimmen im zweiten Wahlgang erhalten haben. Sollten auch nach dem dritten Wahlgang nicht alle Plätze besetzt worden sein, wird der Wahlgang neu eröffnet. Die Redezeit beträgt für den geschäftsführenden Landesvorstand sieben und für alle weiteren Kandidaten vier Minuten. Wir stellen Fragen. Es gibt die Möglichkeit, während einer Vorstellungsrunde schriftlich hier vorne bei der Antragskommission Fragen einzureichen. Diese Fragen müsst ihr unter Angabe eures Namens einreichen. Ansonsten werden die Fragen nicht zugelassen. Und ich bitte euch auch, die Fragen leserlich aufzuschreiben, damit wir hier auf dem Präsidium die zügig vorlesen können. Wenn die Kandidaten Fragen gestellt bekommen, haben sie danach noch zwei Minuten Zeit, auf die Fragen einzugehen. Wir werden maximal drei Fragen losen. Soviel zum Wahlverfahren. Ich werde jetzt über dieses Wahlverfahren abstimmen. Wer dem so vorgestellten und euch vorliegenden Wahlverfahren zustimmt, hebe jetzt bitte die Stimmkarte. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist das Wahlverfahren einstimmig angenommen. Und wir können jetzt mit der Wahl des Landesvorstands beginnen, beziehungsweise mit der Wahl des geschäftsführenden Landesvorstands. Und wir besetzen zuerst den Platz der Landesvorsitzenden. Hierfür liegt uns eine schriftliche Bewerbung vor von Mona Neubauer. Ich frage, gibt es weitere Bewerbungen für den Platz der Landesvorsitzenden? Das sehe ich nicht. Dann ist die Liste der Bewerberinnen geschlossen. Noch einmal der Hinweis, wenn ihr Mona eine Frage stellen wollt, werft diese bitte während der Vorstellungsrede hier unten ein. Und ich erteile Mona jetzt das Wort zur Vorstellung. Du hast sieben Minuten. Es ist sehr, sehr unruhig und laut hier im Saal. Wir würden jetzt alle bitten, die in den Gängen stehen und sich unterhalten, bitte rauszugehen oder sich hinzusetzen. Und die nächste Stufe ist das namentliche Aufrufen. Das ist auch nie so angenehm. Zumindest nicht für euch. Liebes Präsidium, vielen Dank. Super Einstieg in die Rede. Liebe grüne Freundinnen und Freunde, zwei Jahre lang durfte ich jetzt das Privileg haben, eure Landesvorsitzende zu sein. Und ich bewerbe mich heute erneut als eure Landesvorsitzende. Als die Frau in einer Doppelstürze der grünen NRW. Und das ist gut so. 2016, das klingt doch nach modern, nach Zukunft. Es geht jetzt um die Richtungsentscheidung für die Zukunft. Es ist jetzt unser grüner Auftrag, die Zukunft so zu gestalten, dass sie ökologisch, gerecht, demokratisch und friedlich ist. Und im nächsten Jahr, in 2017, da wird sich entscheiden, ob in NRW die Kräfte des Stillstands übernehmen. Die Kräfte, die unser Land nur verwalten wollen. Oder ob starke Grüne weiterhin Motor einer Landesregierung sein können, die mutig die Zukunft gestaltet. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, die Herausforderungen der Zukunft kann man nicht mit den Lösungen der Vergangenheit begegnen. Und wir als Grüne beweisen seit 2010, dass wir die richtigen Antworten haben auf die Gegenwart, aber auch für die Zukunft. NRW ist ein starkes Land. Aber NRW wird nur ein starkes Land bleiben, wenn es den Umbau in ein ökologisches und in ein klimaverträgliches Wirtschaften bewältigt. Und daran wollen wir als Grüne weiter arbeiten. Wir haben in NRW als erstes den Klimaschutzgesetz verabschiedet. Und wir, Grüne, wollen komplett raus aus der Kohle und rein in die Erneuerbaren. Applaus Der Anteil, den RWE, E.ON und andere Energieversorgungsunternehmen am Ausbau der Erneuerbaren haben, liegt bei 12%. Das bedeutet, 88% dessen, was wir erleben an Erneuerbaren, wird getragen von Bürgerinnen, in Energiegenossenschaften, auf den privaten Hausdächern. Und es wird von Landwirten getragen. Und wir als Grüne streiten weiter an deren Seite, weil wir wissen, dass es nicht nur darum geht, erneuerbare Zukunft für die Energieversorgung zu haben, sondern auch endlich eine dezentrale Versorgung für ein starkes Industrieland, auch wie NRW. Und dann, liebe Freundinnen und Freunde, dann liegt unser Wirtschaftswachstum auch nicht mehr bei 0%, wenn wir nicht mehr den Dinosauriern hinterherrennen. Wir wollen raus aus der Verschwendung von Rohstoffen und rein in eine umweltfreundliche Art des Produzierens. Wir wollen raus aus verschmutzter Luft, rein in eine moderne Verkehrspolitik. Die Ingenieure an unseren Unis und Instituten, die entwickeln doch hier die modernste Technik. Ich will, dass wir dann hier auch produzieren. Ich will ein Tesla-Werk auch in NRW haben. Ich will, dass wir rausgehen aus der Tierquälerei, wenn wir unsere Lebensmittel produzieren. Rein in eine biologische, ethische und wirtschaftlich tragbare Produktionsweise und Landwirtschaft. Uralte Familienbetriebe gehen gerade sprichwörtlich vor die Hunde, weil internationale Konzerne mit Milch, Getreide und Fleisch spekulieren. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Spekulation und Gier macht nicht mal vor dem Lebensmittel Nummer 1, dem Wasser, Halt. Und ich sage euch, wenn wir als Grüne auch 500 Jahre Reinheitsgebot beim Bier anstoßen, dann machen wir das heute Abend erst, nachdem wir Fracking eine eindeutige Absage erteilt haben. Unser Wasser bleibt sauber. Es kommt eben immer noch auf uns Grüne an. Draußen, die Menschen wollen eine saubere Umwelt und eine ökologische Wirtschaft. Und außer uns Grünen gibt es keine Partei, die die Umwelt wirklich schützen will. Und wir wollen die Umwelt schützen, weil wir nur dann den Menschen ein besseres, ein gesundes und ein gutes Leben ermöglichen können. Umweltschutz ist nämlich auch ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit in NRW und global. So entstehen neue Arbeitsplätze. So müssen Menschen nicht mehr ihre Heimat verlassen. So sorgt man für die Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde. Wie kann es denn sein, dass heutzutage Dienstleistungen, Swaps, Finanzkapital, ja sogar Waffen ohne Grenzen um die Welt sausen, wobei Schutzsuchende an unteren Grenzen mit Bollwerken aus Stacheldraht abgewährt werden? Ich frage mich, sind wir so weit, dass ein Container, der ins Meer fällt, mehr wert ist, als ein Menschenleben, das im selben Meer jämmerlich ertrinkt? Liebe Freundinnen und Freunde, was wird denn in den Geschichtsbüchern stehen, wenn wir auf 2016 zurückblicken? Dass Europa, die Trägerin des Friedensnobelpreises, Krieg gegen Schutzsuchende geführt hat? Dass sie ihrer Jugend keine Perspektive geboten hat? Dass sie nicht Vorzeigeort für eine grüne Wirtschaft wurde? Liebe Freundinnen und Freunde, wir kämpfen für ein besseres Europa. Wir kämpfen für eine Umwelt, für eine Friedens-, für eine Sozialunion. Und 30 Jahre nach Tschernobyl kämpfen wir selbstverständlich für den europaweiten Atomausstieg. Diese belgischen Schrottreakteuren müssen vom Netz und zwar sofort, denn Strahlung kennt keine Grenzen. Und leider, leider kennen auch Rassismus, Antisemitismus und Extremismus keine Grenzen. 2016 darf nicht das Jahr werden, in dem unsere offene Gesellschaft Schiffbruch erlitten hat. Wir sind für Selbstbestimmung und Toleranz. Wir sind liberal und verständnisvoll. Und deshalb sind wir gegen die AfD und ihr Gesellschaftsmodell der 50er Jahre. Ich habe vor knapp 20 Jahren rübergemacht aus dem bayerischen Dorf. Weil in diesem bayerischen Dorf war mein Weg als Frau vorgezeichnet. Und es war klar, wo die Reise hingeht für mich als Mona Neubauer vom Schmied in Oberpeiching. So, ich möchte nicht, dass NRW zu einem bayerischen Dorf wird. Dafür braucht es uns Grüne, dass wir modern, offen und in die Zukunft blicken bleiben. Und wir als Grüne werden den Satz, wir schaffen das, gemeinsam mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern mit Leben füllen. Und der gilt selbstverständlich für alle Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben, Nationalität oder Religionszugehörigkeit. Wir kümmern uns um alle Menschen, um ihre Sorgen, um ihre Nöte und Bedürfnisse. Egal wie lange sie schon in Deutschland leben, ob sie hier geboren sind oder nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich meine, damit wir das alles schaffen können, brauchen wir jetzt mehr denn je einen wirklich starken und gut ausgestatteten Staat. Ich war nämlich im letzten Jahr in den USA, um es genau zu sagen, in Oregon, in Portland. Also das ist der Traum, kann man eigentlich sagen, für uns Grüne, wenn man dort ankommt. Fahrradwege, sicher, schnell, wirklich klug gemacht. 2013 wurde dort die erste autofreie Brücke eröffnet, in den USA autofrei. Auf den Hochhäusern stehen Windräder für die Energieversorgung, Lebensmittel, local and organic, gibt es gar nicht anders in Portland. Traum also? Nein, leider nein. Zeitgleich habe ich nämlich in Portland eine unzählige Anzahl von Obdachlosen gesehen, darunter super viele Jugendliche. Ökonomisch Schwache leben da längst in irgendwelchen wirklichen Ghettos am Rand der Stadt. Wer es sich nicht leisten kann, kann auch in Portland, wo es ökologisch so schön ist, nicht an Bildung teilhaben, nicht am Gesundheitssystem oder anderen Sozialleistungen. Und solche Verhältnisse, liebe Freundinnen und Freunde, will ich für NRW nicht. Ich will ein NRW der Möglichkeiten, der Aufsteiger und ein NRW der Gerechtigkeit. Und dafür brauchen wir gute Kitas, wir brauchen gute Kitas, wir brauchen gut ausgestattete Schulen und wir brauchen die besten Unis im Land. Und wir brauchen Kommunen, die ausgestattet sind mit Finanzen, weil sich, ihr kennt diesen Spruch seit 2010, arme Kommunen nur Reiche leisten können. Wir müssen im Jahr 2016 die Brücken in die Zukunft bauen. Ihr alle seid unterwegs in den Kreisverbänden, in Landesarbeitsgemeinschaften, ihr arbeitet zusammen mit der Wirtschaft, mit Vereinen, Verbänden, ihr trefft euch mit Wissenschaftlern, um Ideen für uns als Grüne, als Impulsgeber für die Landtags- und Bundestagswahl zu finden. Und Leute, überlassen wir doch bitte das Feld nicht den Parteien, die in die Vergangenheit wollen, nicht denen, die den Neoliberalismus aus ihrem schwarz-gelben Koffer mit magentafagenden Schlössern holen wollen, nicht denen, die sich in der Gegenwart bequem einrichten. Leute, lasst uns rausgehen, jeder und jede mit seinen und ihren Stärken. Lasst uns im Team spielen und gemeinsam für die Zukunft um die beste Lösung rinnen. Für ein NRW, dessen Menschen bereit sind für die Zukunft, für ein NRW, wo alle ein Zuhause finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Mona. Es liegen keine Fragen vor und insofern können wir direkt in die Abstimmung gehen. Bitte nehmt eure Televoting-Geräte zur Hand. Dort müsst ihr dann wieder die Chipkarten einführen und da oben stehen schon die Auswahlmöglichkeiten. Mit der 1 werdet ihr Enthaltung, mit der 2 Nein und mit der 3 Mona Neubauer. Wenn ihr die entsprechende Nummer getippt habt, müsst ihr dann noch mit der Enter-Taste bestätigen. Hier laufen auch Menschen im Saal rum, die euch bei technischen Problemen helfen. Meldet euch dann bitte deutlich. So, und ich eröffne jetzt die Abstimmung. Egal. Egal. Okay, da hinten gibt es ein Problem in der Mitte. Wer geht hier? Haben ansonsten alle die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzugeben? Und da stehst du mal bitte auf, dann kann man dich sehen. Und dann möchte da bitte jemand noch kurz vorbeigehen. Haben alle jetzt die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme abzugeben? Oder gibt es irgendwo noch technische Probleme? Das sehe ich jetzt nicht. Dann schließe ich den Wahlgang. So, das ging sehr schnell. Wir haben bereits ein Ergebnis. Wir haben insgesamt abgegebene Stimmen 263, davon 263 gültig. Das Quorum liegt somit bei 132. Enthalten haben sich 10 Delegierte. Mit Nein gestimmt 15. Und auf Mona Neubauer entfallen 238 Stimmen. Das sind 90,49%. Mona, ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Liebe Freundinnen und Freunde. Ich wurde gefragt, ob ich die Wahl annehme. Ich möchte euch sagen, ihr seid Wahnsinn. Ich danke euch für dieses Vertrauen. Ich glaube, was mir gelungen ist, ist, dass ich Bock darauf habe, dass wir 2017 richtig gut abschneiden bei der Landtagswahl. Das packen wir jetzt an. Ganz, ganz vielen Dank. Applaus So, bevor wir jetzt zur nächsten Wahl kommen, möchte ich gerade noch durchsagen, dass die Kinderbetreuung heute schon um 17 Uhr endet. Deshalb bitte ich euch alle, eure Kinder bis 17 Uhr aus dem Kinderparadies abzuholen. Denn dann ist das Bällebad zu. Danke. So, dann können wir jetzt weitermachen mit der Wahl des offenen Vorsitzendenplatzes. Hier liegt die schriftliche Bewerbung von Sven Lehmann vor. Ich frage, gibt es weitere Bewerbungen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich jetzt die Bewerberliste und erteile Sven Lehmann das Wort. Applaus Wenn ihr Fragen an Sven habt, bitte ich wie gewohnt, die hier vorne einzuwerfen. Liebe Mona, ich wäre gerne wieder der Mann an deiner Seite. Applaus Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich hier oben stehe. Liebe Freundinnen und Freunde, vor fünf Jahren um diese Zeit, kurz nach Fukushima, stand ich mit vielen von euch vor dem Berliner Hauptbahnhof. Zusammen mit Zehntausenden. Wir haben demonstriert gegen die Verlängerung der Atomlaufzeiten, gegen den Plan, den die Bundesregierung zusammen mit der Atomlobby ausgeheckt hatte. Dieser Protest war eindrucksvoll und er war erfolgreich. Wir haben die Bundesregierung zur Kehrtwende gezwungen und wir alle waren vom Gefühl getragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns steht. Im letzten Sommer war dieses Gefühl wieder da. Ich war genau wieder wie viele von euch an den Bahnhöfen im Land. Wir haben Menschen, die Terror, die Krieg und Tod entkommen sind, willkommen geheißen und ihnen das Gefühl gegeben, hier seid ihr sicher, ihr gehört dazu. Jetzt, im Jahr 2016, ist einiges anders. Die Silvesternacht in Köln und anderswo hat einiges verändert. Was dort passiert ist, das war sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Worüber aber fast alle Parteien danach nur noch geredet haben, das war Begrenzung, Abschottung und unsere Werte, die die anderen gefälligst einzuhalten haben. Populisten haben seitdem Konjunktur. Rechte Parteien gewinnen an Zulauf und viele Anliegen, für die wir lange gekämpft und die wir durchgesetzt haben, stehen unter Beschuss. Auch wir selbst werden manchmal unsicher und fragen uns, was der richtige Weg ist. Denn wir haben kein höheres Wissen darum, was richtig und was falsch ist. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die moralisch handeln. Überheblichkeit steht keiner Partei gut an. Aber Anpassung an irgendeine Stimmung ist eben auch keine Lösung, liebe Freundinnen und Freunde. Ich finde es wichtig, auch in schwierigen Zeiten unseren grünen Kompass zu behalten und die eigenen Werte nicht zu verramschen. Nur weil der Wind uns mal härter ins Gesicht bläst. Verlässlich sein, verlässlich bleiben, darauf kommt es jetzt an. Wir müssen Probleme lösen und sie nicht dramatisieren. Und dafür brauchen wir vor allem eins, Zuversicht. Ich finde, wir Grüne sind diese Partei der Zuversicht. Und genau deswegen bewerbe ich mich noch einmal für zwei Jahre als euer Landesvorsitzender, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bewerbe mich um dieses Amt vor einem Superwahljahr 2017, das verdammt hart wird. Wir haben in Nordrhein-Westfalen sechs Jahre Regierung, enorm viel erreicht und verändert. Aber für eine Bilanz, und sei sie noch so gut, werden wir nicht gewählt. Wir werden gewählt für das, was wir noch vorhaben. Und dafür brauchen wir klare Kante bei unseren grünen Anliegen, dafür müssen wir zuspitzen und mobilisieren. Das gilt vor allem dann, wenn Kohle- und Betonromantiker jetzt allen Ernstes wieder zum Sturm auf Natur- und Umweltschutz blasen und behaupten, hier läge eine Gefahr für einen modernen Wirtschaftsstandort. Ihnen sagen wir, ihr hinkt Jahrzehnte der Zeit hinterher. Denn viele, viele kleine und mittlere Betriebe haben schon längst umgestellt und setzen auf erneuerbare Energien, auf Digitalisierung, auf Nachhaltigkeit und sind dort auch Exportweltmeister. Und wir haben diese Betriebe in Nordrhein-Westfalen. Und auch große Teile von CDU und SPD hängen dem nostalgischen Glauben nach, es gehe nicht ohne die Kohle. Wir werden das Gegenteil beweisen. Mit einer Politik der ökologischen Modernisierung, mit einer Politik, die auf Wandel setzt und die nicht ihren Kopf verliert, wenn mal das Steigerlied erklingt, sondern die genau dann den Kopf einschaltet, um auch in Zukunft den Menschen in NRW eine Perspektive, eine Zukunft zu garantieren, liebe Freundinnen und Freunde. Klare Kante ist auch angesagt, wenn es um den Schutz unserer hart erkämpften Standards gegen Freiheit und Handelsabkommen wie CETA und TTIP geht. Und mit klare Kante meine ich Protest, wie wir ihn heute zehntausende Menschen in Hannover zeigen, Protest, wie wir ihn in den Parlamenten zeigen und, sollte die EU so weitermachen, Protest, wie wir ihn auch zeigen müssen, wenn es dann zur Abstimmung in Bundestag und Bundesrat kommt. Auch das gehört nämlich zur grünen Glaubwürdigkeit dazu, liebe Freundinnen und Freunde. Glaubwürdigkeit heißt für Grüne auch, unsere offene Gesellschaft zu verteidigen. Und seien wir mal ehrlich, aus dem Wir-schaffen-das-der-Kanzlerin ist längst eine Politik der Abschottung und der Schikane geworden. Und wer könnte das besser bezeugen, als die vielen Menschen in Idomeni und anderswo, die in Regen und Dreck vor einer Festung Europa fahren. Menschen, die nicht zurück können, weil ihre Häuser in Flammen stehen oder ihre Familien ermordet wurden. Diese Menschen schickt Europa jetzt in die Türkei, in ein Land, dessen Regierung Minderheiten tyrannisiert und dessen Präsident gerade die totalitäre Herrschaft probt. Und die nächsten Deals mit Regimen wie in Libyen oder dem Sudan sind bereits in der Planung. Der Umgang mit diesen Menschen ist beschämend. Und wir werden nicht aufhören, für europäische Werte, wie Menschenwürde, gerade dann zu kämpfen, wenn die Regierungen in Europa ihnen mit Füßen treten, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere offene Gesellschaft ist bedroht, wenn die AfD zweistellige Ergebnisse bei Wahlen holt und alle Parteien sich davon treiben lassen und umherirrlichtern. Und mit diesen Irrlichtern meine ich nicht nur Union und FDP, sondern damit meine ich auch Sigmar Gabriel und Sarah Wagenknecht. Viel ist bei Pegida, AfD und Co. von den besorgten Bürgern die Rede, die sich jetzt endlich mal Luft machen und deren Sorgen man doch ernst nehmen müsse. Ich sage dazu nur, auch ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass in Deutschland wieder Häuser von Menschen angezündet werden, die niemandem etwas getan haben. Ich mache mir Sorgen, dass rechte Dumpfbacken Menschen als Vieh bezeichnen, weil sie schwarze Haare haben oder Kopftücher tragen und die ihnen noch nicht einmal das Feldbett in der Turnhalle gönnen. Ich mache mir Sorgen, dass Kinder Angst haben müssen, aus einem Bus auszusteigen, weil draußen ein hasserfüllter Mob tobt und der Staat wegschaut. Und umso dankbarer bin ich, wie sehr die Anständigen, die Solidarischen, die Helfen in diesem Land sich nicht stumm machen lassen. Menschen, die privat Geflüchtete bei sich aufnehmen, die fast jeden Tag mit ihnen Sprache üben, Zeitungen lesen oder zum Sport gehen oder die Kleider sammeln und nach Griechenland oder Italien fahren, um die schlimmste Katastrophe zu verhindern. Das ist nämlich die viel größere Bewegung. Das ist die Gegenbewegung zu Pegida und Co. Das sind die wahren Heldinnen und Helden unserer Zeit, nicht die hasserfüllten Großmäule, die sich Freige an Schwächeren vergehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und sollen Sie uns ruhig gut Menschen schimpfen, dann gehen wir erst recht hin und zeigen Flagge für Mitmenschlichkeit und für das Grundrecht auf Asyl. Sollen Sie uns ruhig Genderwahn vorwerfen, dann gehen wir erst recht hin und verteidigen den Schutz von Lesben, von Schwulen, von Transmenschen, die aus ihren Ländern fliehen müssen, weil ihnen dort Folter oder Verfolgung droht. Und deswegen sage ich an dieser Stelle auch sehr klar, ich bin sehr froh darüber, dass wir soeben beschlossen haben, dass wir das Ansinnen der Bundesregierung, die Länder Nordafrika als sogenannte sichere Herkunftsländer auszuweisen, nicht mittragen werden, liebe Freundinnen und Freunde. Was mich persönlich besonders umtreibt, seit ich eigentlich denken kann und eigentlich immer mehr umtreibt, ist die soziale Frage. Erst vorgestern wurde ich gefragt, warum die Grünen eigentlich so still bei dem Thema geworden sind. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in der Tat die Sorge, dass ich mich, dass wir uns alle miteinander an die soziale Schieflage in diesem Land gewöhnen könnten. Ich möchte mich aber nicht daran gewöhnen. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass Kinder bekommen für viele Menschen ein Armutsrisiko bedeutet und dass viele Kinder immer neue Ausreden erfinden müssen, warum sie nicht mitkönnen auf eine Klassenfahrt, weil sie das einfach sich schlicht nicht leisten können. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass viele ältere Pfandflaschen sammeln müssen, um ihre Existenz zu bestreiten, weil die Rente nicht reicht. Ich möchte, dass alle Menschen im Alter teilhaben können und zwar nicht nur die, die 30 oder 40 Jahre eingezahlt haben, sondern alle. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass der so wertvolle wie anstrengende Beruf der Erzieherin oder des Pflegers so unterirdisch schlecht bezahlt ist und zwischen den Geschlechtern auch noch so ungerecht verteilt. Und ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass in unseren Städten Arme und Arbeitslose immer weiter an den Rand gedrängt werden, weil sie in den schicken sanierten Straßenzügen nicht erwünscht sind. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen einen neuen Sozialpakt. Mehr Investitionen in Bildung, in soziale Angebote und in öffentliche Aufgaben. Die Sparorgien der letzten Jahrzehnte rächen sich und der soziale Zusammenhalt geht vor die Hunde, wenn Arme in einen Konkurrenzkampf getrieben werden mit Zugewanderten um günstige Wohnungen oder um öffentlich geförderte Jobs. Wir müssen unseren Sozialstaat so umbauen, dass er Abstiegsängste nimmt und armutsfest ist. Umso heuchlerischer ist das Agieren von Sigmar Gabriel, der in der Großen Koalition sowohl die Mittel für die Schulsozialarbeit streicht, als auch die für den sozialen Arbeitsmarkt drastisch kürzt und der jetzt angesichts der Wahlerfolge der AfD wieder sozial blinkt. Und deswegen sage ich auch sehr, sehr deutlich an die Adresse von Sigmar Gabriel, gute Sozialpolitik macht man nicht, weil man sich bessere Wahlergebnisse erhofft, gute Sozialpolitik macht man, weil sie wichtig ist, liebe Genosse von der SPD. Und gute Sozialpolitik fängt, das wisst ihr, vor Ort an und deswegen dürfen wir auch nicht blind sein auf dem grünen Auge bei der Frage, wie wir unsere Kommunen wieder handlungsfähiger machen können. Und das sage ich übrigens völlig unabhängig davon, mit wem und ob wir nach 2017 eine Koalition eingehen. Damals in der rot-grünen Bundesregierung haben wir auch durch Deregulierung und Steuersenkungen dazu beigetragen, dass den Kommunen Milliarden an Steuereinnahmen verloren gegangen sind. Das darf uns in einer Bundesregierung mit grüner Beteiligung nie wieder passieren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich komme zum Schluss. Wir haben in unserer Partei oft gestritten über den richtigen Weg, für meinen Geschmack manchmal sogar etwas zu wenig, denn Streit gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Für 2017 heißt es jetzt, gemeinsam geschlossen zu kämpfen, für Klima, Umwelt und Natur, gegen Freihandelsabkommen, die unsere Demokratie untergraben, gegen Rassismus und Hass und für Menschenrechte und eine offene Gesellschaft, in der alle gleiche Chancen und gleiche Rechte haben. Ich bin jetzt seit sechs Jahren euer Vorsitzender. Bei meiner ersten Kandidatur übrigens genau in dieser Halle habe ich den Satz gesagt, ich möchte ganz einfach dazu beitragen, diese Welt zu verändern. Sechs Jahre und einige schwierige Entscheidungen später gilt dieser Satz noch immer ungebrochen und im nächsten Jahr kommt vielleicht die größte Herausforderung, nämlich zwei Richtungswahlen zu gewinnen. Ich bin bereit, diese Herausforderung mit euch zusammen anzupacken. Ich hoffe, ihr nehmt das Angebot an. Mein Name ist Sven Lehmann. Ich bewerbe mich um das Amt des Landesvorsitzenden. Vielen Dank. Applaus 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 So, dann fangen wir jetzt mal an mit wählen. Applaus Applaus Ihr habt wie immer eingeblendet oder noch nicht eingeblendet, aber die Verteilung ist dieselbe wie eben. Ich bitte euch, eure Stimmengeräte zur Hand zu nehmen. Mit der 1 stimmt ihr Enthaltung, mit der 2 Nein und mit der 3 stimmt ihr mit Ja für Sven Lehmann. Und ich eröffne hiermit die Abstimmung. Applaus 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 seine Stimme abzugeben oder Ihre Stimme. Dann schließe ich die Abstimmung. Wir haben ein Ergebnis. Es wurden insgesamt 269 Stimmen abgegeben. Davon waren alle gültig. Das Quorum liegt daher bei 135. Es gab sieben Enthaltungen, 14 Nein-Stimmen und 248 Stimmen empfiehlen auf Sven Lehmann. Sven, nimmst du die Wahl an? Nimmst du die Wahl an? Ja, ich liebe euch auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme die Wahl natürlich sehr gerne an. Ich bin vor dieser Wahl ein gewisses Risiko eingegangen, weil ich vor dieser Wahl gesagt habe, dass ich gerne Ende nächsten Jahres für den Deutschen Bundestag kandidieren möchte. Und dabei bleibe ich auch, das zu wollen. Ob ihr das wollt, ist dann eure Frage im Dezember. Aber worauf ich mich sehr, sehr freue, ist auf dieses große Vertrauen, auf diese große Geschlossenheit diesem Landesverband. Und jetzt machen wir es so, wir machen einen ganz, ganz geilen Programmprozess, ein super Programm. Da machen wir einen tollen Wahlkampf, gehen in die Landtagswahl und die Bundestagswahl und genau so machen wir das. Vielen, vielen Dank für dieses Ergebnis. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wählen jetzt als nächstes die politische Geschäftsführung. Vielen Dank. Hierfür liegt uns eine schriftliche Bewerbung vor und zwar von Marianne Weiß. Vielen Dank. Das sehe ich nicht. Vielen Dank. Ich erteile dir das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist jetzt aber echt eine Benchmark hier, die hier vor mir gelaufen ist. Ich möchte gerne die Dritte in diesem Bunde sein. Ich werde aber diesen Bund nicht stören, weil mein Job ist ja ein ganz anderer. Mein Job ist dieses Profil und dieses Bild von den Grünen, was Mona und Sven jetzt gerade gemalt haben, auch tatsächlich zu organisieren und umzusetzen. Das ist die politische Geschäftsführung, in die Partei reinzukommunizieren. Und darum fange ich ganz anders an. Ich fange, manche wird es nicht überraschen mit meinem Leib- und Magenthema, mit dem Essen an. Mit dem guten, mit dem gesunden Essen. Das ist für mich persönlich ein wichtiges Thema. Es ist aber auch politisch ein wichtiges Thema für mich. Keine Angst. Ich fange jetzt nicht wieder eine Geschichte an wie vor zwei Jahren, als ich von Volksküchen erzählt habe in Gorleben und dass die Grünen wieder mehr Bewegung haben müssen. Ich will einen Volkstrend heute zum Essensthema machen, nämlich Streetfood. Streetfood ist etwas, was sich in den letzten Jahren sozusagen epidemieartig ausgebreitet hat. Und mein Traum ist es, dass wir in diesem Wahlkampf, von dem wir heute auch schon viel gesprochen haben, mit einem grünen Streetfood-Truck unterwegs sind und eben genau da sind, wo das gute Leben ist, wo wir für unsere Ziele, für gute Ernährung, für Tierschutz, für ökologische Landwirtschaft werben können und das genau mit einem guten Lebensgefühl verbinden. So würde ich mir die Grünen im Wahlkampf wünschen. Auf der Straße, das ist natürlich ein gutes Stichwort, weil wir werden nicht nur in angenehmen Zusammenhängen auf der Straße sein. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Das tun wir ja auch heute gegen TTIP, aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten, gegen rechts auf die Straße zu gehen für den internationalen Atomausstieg. Das ist sozusagen das weitere Pflichtprogramm. Und wir werden rausgehen müssen, wir werden auf die Straße gehen müssen, aber nein, da finde ich ehrlich gesagt, wir dürfen rausgehen in den beiden Wahlkämpfen, auf die wir jetzt zukommen. Wir wollen den Aufbruch 2017 schaffen. Und ich war in den letzten zwei Jahren sehr viel unterwegs in dieser Sache. Und in vielen Kreisverbänden, in vielen grünen Zusammenhängen. Was ich da gesehen habe, war, dass sowohl bei den Jungs mit den Undercut-Haaren, an die ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen werde, aber auch bei den Silberlocken eine ganz große Bereitschaft da war, für Öffnung, für einen anderen, für einen sehr dialogorientierten Wahlkampf, für neue, für kreative Ideen. Das macht mir total Mut, weil, wenn ihr mir euer Vertrauen gebt, wird mich dieser Wahlkampf in den nächsten Jahren ja am intensivsten von allen Aufgaben beschäftigen. Und ich merke, dass ihr da auch wirklich Bock drauf habt und dass ihr mitmacht. Klar, keine einfache Ausgangslage für uns. Die Landtagswahl wird zwar bundesweit beachtet, aber immer so ein bisschen im Schatten der Bundestagswahl. Wir können nicht damit rechnen, dass sich die Medien so richtig begierig auf uns stürzen. Die werden sich wahrscheinlich eher dafür interessieren, ob jetzt Kraft oder Laschet oder ob der Lindner diese totgeglaubte FDP wieder hochbringt oder wie die AfD abschneidet. Und wir haben eine Situation, dass wir, die wir für Veränderungen, die jetzt ja schon mehrfach auch so plastisch beschrieben ist, für eine ökologische Erneuerung stehen, es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die gleichzeitig verunsichert und ein bisschen unängstlich ist, die nicht sehr veränderungsbereit ist, trotz allem Engagements, das wir heute auch schon gehört haben. Das wird es schwer machen, sozusagen für diese Veränderungen wirklich auch zu werben. Aber es ist schon einfach. Ich meine, einfach war es auch nicht durchzusetzen, dass wir jetzt einen Atomausstieg haben. Das hat ja uns auch keiner geglaubt. Oder auch so einen banalen Satz, wie das Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Das ist noch gar nicht lange her. Da musste man über diesen Satz streiten. Das haben wir geschafft, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen werden wir es an diese Veränderungen auch jetzt in 2017 schaffen. Wir nehmen einfach diese Herausforderung an. Ich möchte mit euch zusammen dafür sorgen, dass wir sehr attraktiv und sichtbar sind im Netz, aber eben natürlich auch vor Ort. Was brauchen wir für diesen gewinnenden Wahlkampf? Also eins ganz sicher, nämlich eine ganz klare und vor allen Dingen überall vertretene Überzeugung, dass Grün wirkt. Silvi hat dazu ja auch schon einige Beispiele genannt. Ich sage jetzt auch nochmal Verkleinerung des Abbaugebiets in Garzweiler. Keine Landesregierung in NRW hat bisher so viel für Kinder, Bildung und Familien investiert. Der Ratschnellweg Ruhe. Ein Beispiel, ein praktisches Beispiel für moderne Mobilität. 82 Prozent mehr Betreuungsplätze für Kinder unter drei als noch unter Schwarz-Gelb. Ist euch das und ist uns das wirklich immer präsent? Vertreten wir das immer? Ich will ehrlich gesagt dafür sorgen, dass wir das tun. Und werde mich dafür genau einsetzen. Weil ich finde, wir brauchen uns nicht klein zu machen. Und als erstes immer so die Haare in der eigenen grünen Suppe suchen. Silvia hat das Beispiel schon gebracht mit dem Zaun. Und ich möchte mit dem Zaunfall winken, dass wir uns tatsächlich nicht verstecken brauchen. Wir dürfen dabei natürlich nicht überheblich sein oder besserwisserisch sein. Aber wir können dazu stehen, dass wir nach Kräften an dieser besseren Welt arbeiten. Und dass wir NRW gut mitgestalten. Und an dieser inneren Haltung, da müssen wir glaube ich noch ein bisschen arbeiten, sehe ich auch mit als meine Aufgabe an. Und mit euch zusammen wird uns das gelingen. Für Bilanzen wird man nicht gewählt. Grüne Ideen für Bund und Land, ganz klar, das müssen konkrete Problemlösungen sein. Zu den Themen, die unsere Wählerinnen und Wähler interessieren. Zum Beispiel zu sozialen Fragen, zur Armutsbekämpfung, der Sicherheit im Alter. Aber wir brauchen auch langfristige gesellschaftliche Perspektiven. Ihr habt mit euren mittlerweile 439 grünen Ideen für NRW, die bei uns eingegangen sind, da schon für reichlich Stoff und gesorgt für ein gutes grünes Programm. Aber auch das Programm und die Bilanz werden nicht reichen. Da müssen wir von Baden-Württemberg in einer anderen Sache lernen. Baden-Württemberg hat uns viel Erfolgreiches gezeigt. Aber eine Sache sollen wir auf jeden Fall, glaube ich, beherzigen. Nämlich das ist diese Frage des Blicks über den eigenen Tellerrand. Ich möchte, dass wir eine ganz klare Wahlkampforientierung haben, hin auf die, die wir für Grün erreichen können. Also ganz genau hinschauen, welche Gruppen wir in der Gesellschaft wie ansprechen können. Ich will mit euch Zielgruppenwahlkampf machen und ich sage, das kann im Einzelfall auch heißen, dass das eine oder andere Plakat vielleicht nicht alle Grünen optimal anspricht. Aber wir müssen ja auch nicht überzeugt werden. Diese beige Öko-Linie in Baden-Württemberg hat in Baden-Württemberg wahrscheinlich auch nicht alle Grünen vom Hocker gerissen. Aber die Wählerinnen und Wähler und darauf kommt es im Wahlkampf einfach an. Also raus mit Silvia, raus an die Haustüren, Gespräche führen und nicht darauf warten, dass irgendwelche Massen zu uns kommen, wenn wir eine Podiumsdiskussion mit fünf oder mehr grünen Expertinnen und Experten veranstalten. Jetzt habe ich zum Wahlkampf geredet und zum Rausgehen. Und trotzdem müssen wir auch nach innen schauen, weil das zusammenhängt. Wir brauchen eine gute innere Parteientwicklung, damit wir draußen attraktiv sind. Dass sich Parteien auch verändern müssen, wenn sie ihrer Rolle in Zukunft gerecht werden sollen. Und dass wir neue Mitstreiter gewinnen wollen, ist ja auch klar. Da wird niemand widersprechen. Aber für diesen großen Debattenbedarf, den es in der Gesellschaft gibt, den wir bei uns auch haben, finde ich, müssen wir noch nach besseren Räumen suchen. Das ist noch nicht ausreichend. Und Beteiligung ist gefragt. Und zwar eine Beteiligung, die dem Leben der Menschen, die sich beteiligen wollen, eben auch entspricht. Und die nicht nur die anspricht, die sowieso schon Funktionärinnen und Funktionäre sind. Ich finde, wir sind da auf einem guten Weg mit unserem Programmprozess. Wir sind am 30.01. mit unserem Forum gestartet. Wir haben mittlerweile 439 Ideen gesammelt. Wir diskutieren heute in Workshops weiter. Und genau diese Art von Beteiligung möchte ich, dass sie in der Partei selbstverständlich ist und nicht die Ausnahme. Und die Politik muss zum Leben passen. Dass wir nicht nur in Wahlkampfzeiten aktiv sind und nach draußen uns orientieren, das sagen wir immer alle. Aber wir wissen alle oder zumindest viele von uns kennen aus ihrem eigenen Alltag was ganz anderes. Nämlich die Gremiensitzung, die Kommunalpolitik, die parlamentarische Arbeit schluckt so viel Zeit, dass genau das, was man für Politik in seinem Leben aufbringen kann oder möchte, davon geschluckt ist. Deswegen haben wir versucht, im letzten Jahr bei unserer Klimakampagne genau darauf einzugehen und Angebote zu machen für Aktionen fürs Rausgehen, die niedrigschwellig sind, die man einfach umsetzen kann, wo man nicht ganze Aktionskomiteeswochen dafür einsetzen muss, sondern die man schnell machen kann. Und ich finde, das ist ein guter Weg. Und auf diese Art möchte ich euch weiterhin zum Aktivwerden, zum Rausgehen motivieren und euch darin unterstützen. Marianne, kommst du bitte zum Schluss? Parteien müssen sich mehr öffnen. Auch eine Banalität, klar. Die Alten, die Jungen, Migrantinnen, Migranten, alle sollen sich bei uns einbringen. Unwiderstehlich grün wollen wir sein. Ehrlich gesagt hätte ich in diesen Punkten, die ich jetzt zuletzt genannt habe, insbesondere in den letzten Jahren, gerne noch mehr vorangebracht. Aber die Zeit hat nicht immer für alles gereicht. Und deswegen schaue ich jetzt nach vorne. Und ich möchte mit dem an vielen Stellen personell erneuerten Team aus der LGS, wo wir jetzt tolle neue Leute haben und gute erfahrene und auch tolle, erfahrene Leute, mit eurer und meiner Lust auf Stimmen für Grün gewinnen. Und mit diesem richtigen Maß an Mut, an dem vielbeschworenen Mut. Ich glaube, wir können viel bewegen. Wenn ihr mich darin unterstützt, dann will ich das als politische Geschäftsführerin gerne tun. Und ich sage jetzt noch eins. Ich will das, obwohl mit diesem Job schon ein gewisser Verlust an Lebensqualität verbunden ist. Ich pendle oft zwischen Bielefeld und Düsseldorf. Ich habe sehr viel Ärger mit der Bahn. Ich sage das Stichwort Hamm für die Eingeweihten. Aber zum Glück habe ich wirklich eine wunderbare Unterstützung durch meinen Mann, meine Familie, meine Freundinnen und Freunde. Und ich möchte jetzt einmal an dieser Stelle was tun, was vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist. Ich möchte ihm stellvertretend Danke sagen für alle, die mit politisch aktiven Menschen eng zusammen sind. Und die mit gutem Essen, da ist es wieder das gute Essen, aber auch mit anderen Support dazu beitragen, dass wir das tun können, was wir tun. Vielen Dank, lieber Klaus. Ich sehe dich gar nicht, wo du bist. Marianne, Marianne, du musst jetzt zum Ende kommen. Ein Satz. Ich bringe euch Praxiserfahrung aus über 20 Jahren Wahlkampf vor Ort mit. Aber natürlich auch das neue Wissen aus meiner Tätigkeit als Landesgeschäftsführerin. Ich bin sehr offen für Neues. Ich freue mich auf die Wahlkämpfe. Ich freue mich darauf, die Partei weiterzuentwickeln. Und ich denke, zusammen können wir nur gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Marianne. Es gibt keine Fragen. Das heißt, wir können sofort zur Abstimmung kommen. Nehmt bitte jetzt eure Stimmgeräte zur Hand und wir blenden jetzt wieder die Optionen ein. Mit eins wählt ihr wieder die Enthaltung, mit zwei nein und mit drei sagt ihr ja zu Marianne Weiß. Ich eröffne die Abstimmung. Da hinten gibt es ein Problem im Mittelblock und die Hilfe ist schon unterwegs. Wenn ihr technische Probleme habt mit den Abstimmgeräten, dann steht auf und haltet sie deutlich nach oben, winkt ein bisschen. Da hinten sehe ich noch ein Problem im von mir aus linken Block. Steh nochmal bitte auf, damit du gesehen wirst. Genau. Ja, Hilfe kommt von links. Gibt es noch weitere Delegierte mit technischen Problemen? Dann bitte deutlich aufzeigen. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Hatten alle die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben? Ich denke, das ist der Fall. Dann ist die Abstimmung hiermit geschlossen. Okay, und das ging jetzt auch ganz schnell. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben 258 abgegebene Stimmen. Davon sind alle gültig. Das Quorum liegt somit bei 130. Es gab 17 Enthaltungen, 36 Nein-Stimmen und auf Marianne entfallen 205 Stimmen. Das sind 79,46 Prozent. Marianne, ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Ja, vielen Dank. Natürlich gerne. Dankeschön. Gut, dann kommen wir nun zum Platz des Schatzmeisters. Oder der Schatzmeisterin. Hier liegt eine schriftliche Bewerbung von Wolfgang Rettich vor. Ich frage in die Runde, gibt es weitere Bewerbungen? Das ist nicht der Fall. Dann hat Wolfgang jetzt die Möglichkeit, sich sieben Minuten vorzustellen. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn Glückwünsche und Gespräche eher draußen geführt würden, als hier vor der Bühne, weil wir dann die Möglichkeit hätten, weiter mit dem Parteitag fortzuführen. Wolfgang, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, vor knapp zwei Jahren bin ich das erste Mal angetreten, um euer Landesschatzmeister in NRW zu werden. Und ihr habt mir euer Vertrauen gegeben. Diese zwei Jahre sind sehr schnell vergangen. Und ich muss sagen, sie sind mir zu schnell vergangen. Ich habe noch so viel Lust. Ich habe noch so viel Elan. Ich habe noch so viele Ideen. Daher kandidiere ich noch mal für das Amt des Landesschatzmeisters. Mutig nach vorne möchte ich mit euch in den Landtagswahlkampf gehen. Ich möchte mutige grüne Projekte in den Fokus rücken. Ich möchte Menschen motivieren, grün zu wählen. Und ich möchte ein nachhaltigeres und sozialeres NRW. Für einen guten Wahlkampf, meine lieben Freundinnen und Freunde, ist eine leistungsfähige Partei nötig. Und die braucht solide Finanzbasis. Hierfür haben wir im Landesverband, aber auch in vielen Orts- und Kreisverbänden gut vorgesorgt. Doch es gibt Aufgaben für die Zukunft. Zwar ist der Landesverband NRW einer der leistungsstärksten Landesverbände der Grünen. Dennoch ist die Leistungsfähigkeit innerhalb der Grünen hier in NRW sehr unterschiedlich. Die Landespartei steht zum Vergleich zu anderen Landesverbänden gut da. Bei den meisten Kreisverbänden sieht das ähnlich aus. So haben unsere Kreisverbände Anfang 2015 im Schnitt 100.000 Euro Vermögen für Wahlkämpfe und Rücklagen. Aber die Spanne reicht von minus 17.000 Euro bis plus 300.000. Ähnlich sieht es aus, wenn man in unsere Kreisverbände hinein sieht. Es gibt Ortsverbände, die stark sind und Ortsverbände, die nicht wissen, wie sie den nächsten Wahlkampf finanziert bekommen. Hier möchte ich weiter ansetzen und mit mehr Transparenz, mit mehr Ideen, mit mehr Kooperation und mit mehr Best-Practice-Erfahrungen auch die Verbände zu stärken, die unsere Hilfe brauchen. Aber auch die Verbände möchte ich in den Blick nehmen, die eine gute Finanzausstattung aufweisen. Mit einer detaillierten Auswertung und NRW-weiten Vergleichszahlen haben wir im letzten Jahr ein Instrument entwickelt, dass die Kreisvorstände ihre Finanzen besser planen können. Dabei steht im Vordergrund der kluge Umgang mit unseren Finanzen für Wahlkämpfe. Vorsorge zu betreiben, unsere Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren und uns Strukturen in den Kreisgeschäftsstellen besser finanziell auszustatten. Neben dem großen Thema Parteifinanzen, das hat der Landesschatzmeister als Stellenprofil, möchte ich mich auch verstärkt dem Thema politische Personalentwicklung widmen. Mit einem eigenen Weiterbildungsformat habe ich im letzten Jahr begonnen, die Kompetenzen vor Ort bei den Orts- und Kreiskassiererinnen und den Rechnungsprüferinnen zu stärken. Dieses Programm möchte ich weiterführen. In diesem Bereich gilt es auch, Schulungsangebote für Satzungsfragen und Ähnliches aufzubauen. Gerade im ehrenamtlichen Bereich stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, neue Leute zu aktivieren, Mitglieder zu motivieren, Familie, Beruf und Freunde auf der einen Seite und das politische Ehrenamt auf der anderen Seite unter einen Hut zu bringen. Die Landtagswahl und die Bundestagswahl bieten die Chance, Mitglieder zu gewinnen, Menschen zu motivieren, sich einzumischen für eine gerechtere Welt. Aber Politik will ein Stück weit auch erlernt werden. Daher möchte ich im Rahmen meiner Arbeit im Ratschlag politische Personalentwicklung meine Erfahrungen weiterhin einbringen, um unsere Strukturen zu verbessern, neuen Leuten den Weg in die Partei zu erleichtern und Mitgliedern die Mitarbeit bei uns zu vereinfachen. Liebe Freundinnen und Freunde, als Landesschatzmeister ist man auch Teil des Landesvorstandes. Ich möchte meine Erfahrungen aus meinem kommunalen Mandat in Bochum mit in den Landesvorstand einbringen. Die Probleme, Sorgen und Nöte vor Ort, aber auch die tollen und interessanten Projekte aus den Kommunen möchte ich als Ideen, als Sammlung mit einbringen. Für die Menschen vor Ort ist die Kommunalpolitik sehr nah. Wenn Turnhallen vor Ort geschlossen werden, weil sie dringend für geflüchtete Menschen als Unterkünfte gebraucht werden, weil Freiräume, die für die Erholung vorgesehen waren, versiegelt und bebaut werden und weil Bus- und Bahnangeboten aufgrund Finanzlager einzelner Kommunen eingestellt werden. Hier braucht es unsere Ideen, um lebenswerte Kommunen zu garantieren. Diese Sichtweise möchte ich als Schwerpunkt meiner politischen Arbeit in den Landesvorstand einbringen. Liebe Freundinnen und Freunde, am Ende möchte ich mich noch einmal beim Landesfinanzrat und der Haushaltskommission für unsere kollegiale und gute Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren bedanken. Danken möchte ich auch dem Landesfinanzrat dafür, dass er mir auf seiner letzten Sitzung das einstimmige Votum ausgesprochen hat. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bewerbe mich um zwei weitere Jahre im Landesvorstand als Landesschatzmeister. Ich möchte mit euch mutig nach vorne gehen für ein grünes NRW. Vielen Dank. Vielen Dank Wolfgang. Wie schon gewohnt könnt ihr mit der Nummer 1 für Enthaltung stimmen, mit der 2 stimmt ihr mit Nein und mit der 3 für Wolfgang Rettich. Und ich würde die Abstimmung jetzt eröffnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Könnte jeder und jeder, ah da vorne im Mittelgang links von meiner Seite aus, sind noch Probleme bei der Stimmabgabe. Könnte bitte einmal eine Unterstützung in den Mittelgang kommen? Ah da. So, konnte jetzt jede und jeder von euch seine oder ihre Stimme abgeben? Sieht so aus. Dann schließe ich die Abstimmung und wir warten auf das Ergebnis. Und das Ergebnis liegt vor. Es wurden 251 Stimmen abgegeben. Alle waren gültig. Das Quorum liegt daher bei 126. Bei vier Enthaltungen und sechs Nein-Stimmen entfielen 251. Stimmen auf Wolfgang. Dann schließe ich die Abstimmung. Dann schließe ich die Abstimmung. Dann schließe ich die Abstimmung. Wolfgang, Wolfgang. Wolfgang, Wolfgang, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme sehr gerne die Wahl an und ich freue mich auf den Landtagswahlkampf nächstes Jahr. Den rocken wir. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Ich muss zum Schluss. kommen. Vielen Dank. 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 Wir Grüne wissen, dass Schulen längst nicht mehr nur ein Ort der Wissensvermittlung sind. Hier werden Weichen für die Zukunft unserer Gesellschaft gestellt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam heute den Leitantrag beschlossen haben, denn er ist weitaus mehr als nur ein sicherheitspolitischer Antrag, sondern eben ein Antrag für Innen- und Bürgerrechtspolitik. Als Grüne plädieren wir darin, insbesondere für die Präventionsarbeit, denn wir wissen, dass Radikalisierung, egal in welche Richtung, nur auf fruchtbaren Boden stoßen kann, wo zuvor Nachlässigkeit geherrscht hat. Mit Weitblick wollen wir deshalb als Grüne uns aufstellen für 2017 und darüber hinaus. Den populistischen Angstmachern zum Trotz zeigen wir, dass wir schon längst eine Einwanderungsgesellschaft sind. Für uns Grüne ist eine zeitgemäße Integrationspolitik, und das ist wichtig, nämlich Gesellschaftspolitik. Sie richtet sich nicht mehr nur einseitig an sogenannte Migrantinnen und Migranten, sondern an alle Bevölkerungsgruppen. Rechtspopulisten, Rechtsextremen, genauso wie Islamisten und allen anderen, die uns als Gesellschaft auseinanderdividieren wollen, zeigen wir die rote Karte. Wie ein gelingendes Miteinander geht, zeigen uns zahlreiche Initiativen und Organisationen überall in NRW. Von Urban Gardening über Theater bis zu den RadfahrerInnen. Überall sind Menschen mit unterschiedlichsten Biografien zu finden. Was sie eint, ist das jeweilige Projekt. Diese Beispiele nehmen wir uns als Grüne zum Vorbild. Wir wollen eine Politik machen, die Menschen zusammenführt, statt sie zu spalten. Als Grüne wissen wir, dass Nachhaltigkeit nicht nur Generationengerechtigkeit auf der Zeitachse meint, sondern Generationengerechtigkeit auch auf der Einkunftsseite. Die 16-Jährigen von heute sind nämlich die Zukunft von morgen. Dafür will auch ich mich in den kommenden zwei Jahren weiter engagieren. Im Landesvorstand der Grünen NRW will ich mich für eine moderne Gesellschaftspolitik einsetzen und freue mich über eure Stimmen. Danke. Vielen Dank, Günnel. Auch hier liegen keine Fragen vor. Und jetzt bewirbt sich Ditte Gurag. Ditte, auch du hast vier Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Bewerbung für den Landesvorstand habe ich unter das Motto Global Denken, Lokal Handeln gestellt, weil dieser Slogan mein, politisches Wirken, präzise beschreibt und Kerngrün Selbstverständnisses sein sollte. Wir leben in einer globalisierten Welt, in einer vernetzten Welt, in der niemand, kein Mensch, kein Land, keine Region existiert ohne den Einfluss der anderen. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht internationale Themen die Schlagzeilen bestimmen, seien es der Krieg in Syrien, der Brexit oder Angriffe auf die Freiheit der Kunst durch den türkischen Präsidenten. Es wäre eine Illusion zu glauben, Landespolitik oder auch internationale Politik ließe sich betreiben, ohne den Rest der Welt mitzudenken. NRW wirkt auch als Bundesland in die Welt durch Rüstungsexporte, durch Handels- und Entwicklungspolitik. NRW kann friedliche oder auch gewalttätige Konfliktaustragung fordern. Umgekehrt strahlen die Krisen dieser Welt wie im Nahen Osten oder an den östlichen Grenzen der EU ebenso wie ihre Potenziale direkt auf NRW aus. Die Welt steht als Flüchtling vor unserer Tür, als Zuwanderer aus den krisenerschütterten Ländern Südeuropas oder als Informatikerin, die unseren Fachkräftemangel beheben hilft. Und es sind internationale Konflikte und Krisen der EU samt ihren Folgen, die als Katalysator der Radikalisierung wirken, sei sie rechts- oder neosalafistisch. Und was ist mit der Energieversorgung? Unsere Energieversorgung kann nicht national gewährleistet werden, aber die Frage ist doch, wie gestalten wir sie nachhaltig? Umso mehr, wenn Erzeugung und Transport länder- und Kontinente-übergreifend geschieht. Oder unsere Forderung nach einem Atomausstieg. Was nützt sie national, selbst wenn Deutschland alle Atomkraftwerke abstellen würde? Was schützt uns vor dem Super-GAU in Cottenom oder Tionge? Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Gedanken machen auch darüber, welche Aufgaben die EU übernehmen soll und welche nicht. Standards in Umwelt- oder Arbeitsschutzfragen beispielsweise sollte durchaus Brüssel entscheiden. Und zwar so, dass sie nicht untergraben, aber durchaus lokal ausgestaltet werden können. Dagegen sind viele konkrete Entscheidungen hinsichtlich der öffentlichen Daseinsvorsorge beispielsweise auf kommunaler Ebene wesentlich besser aufgehoben. Und dem Ausverkauf eben dieser öffentlichen Daseinsvorsorge, genau wie unseres Rechtsstaates, der droht durch so esoterische Abkommen wie Täter oder CTIP, dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen. Die EU ist in ihrer jetzigen Form kein Gestalt gewordener grüner Traum. Reformen in der EU sind dringend notwendig. Dafür müssen wir streiten. Wir müssen streiten für mehr Demokratie, für transparentere Entscheidungen. Und auch ich, ich bin sicherlich wie viele von euch enttäuscht, dass die EU keine menschenrechtsorientierte Flüchtlingspolitik betreibt zurzeit. Aber trotz all dem, trotz aller Schwierigkeiten und aller Kritik ist die EU immer noch die beste Antwort, die wir haben. Die beste Antwort auf nationalistisches Geschrei. Auf die Globalisierung. Und sie sichert den Frieden in Europa. Und daher, daher müssen wir gerade jetzt, gerade angesichts rechter Polemik, umso deutlicher Haltung beziehen. Für Europa. Deshalb nochmal der Appell an alle Demokratinnen, klar und laut und deutlich zu sagen, wir stehen auf gegen Rassismus. Wir Grüne stehen auf gegen Europafeindlichkeit. Wir sind die Europapartei und an uns kommt ihr nicht vorbei. Keine Fragen, bitte. Als Nächste darf sich jetzt Sophie Caro vorstellen. So, liebe Freundinnen und Freunde. Auf die Plätze, mutig, los. Das ist unser Motto in den letzten Monaten gewesen. Und es ist eigentlich euch allen klar, was damit gemeint ist. Wir bereiten uns auf die Wahlkämpfe 2017 vor. Wir laufen uns warm. Wir sind selbstbewusst und mit Haltung. Und das sind alles Dinge, die wir heute schon gehört haben. Auf die Plätze. Was heißt das denn eigentlich noch? Das heißt, dass wir sichtbar sein müssen. Dass wir auf die Straße gehen müssen. Und auf die öffentlichen Plätze, um uns gegen Rechts zu positionieren. Gegen die AfD. Gegen Rassismus. Oder wie heute, gegen TTIP. Und auf öffentlichen Plätzen kann und muss Politik mit demokratischen Mitteln stattfinden. Aber wir wissen auch, und das eigentlich nicht erst seit der Kölner Silvesternacht, dass öffentliche Plätze auch Angsträume sein können. Dass dort Dinge stattfinden können. Dass dort Frauen bedrängt werden können. Und dass das für Angst und für Unsicherheit in der Bevölkerung sorgt. Am Ende des Tages und am Ende der Nacht will ich aber frei und sicher, ich will unbeschwert und auch unversehrt mich auf diesen Plätzen bewegen können. Egal, was ich anhabe. Und egal, ob ich eine Frau bin. Das ist aber leider gerade keine Selbstverständlichkeit. Das sollte es aber. Und das sollte es ausnahmslos. Und mich empört das unglaublich, dass es das nicht ist. Und viele hat es im Januar eben auch empört. Aber viel zu kurz. Das ist wie so ein Effekt verpufft. Und es ist in so Absurditäten geendet wie Bürgerwehren. Und es ist in Rassismus abgedriftet und in wohlfeile Ratschläge. Ich brauche das aber alles nicht. Denn ich will die Hälfte der Macht und ich will auch die Hälfte der Plätze. Und dafür brauche ich Verbündete. Wie zum Beispiel den Aufruf von Ausnahmslos. Und ich brauche Feminismus. Und ich brauche eben auch unsere Partei. Und wir zeigen genau mit unserem guten Beschluss von heute Morgen zur Sicherheitspolitik. Und wir zeigen auch mit dem Beschluss oder mit dem Antrag, der morgen noch ansteht, wo wir uns ausnahmslos eben auch gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen aussprechen. Dass wir daran uns eben festhalten, dass eine Gesellschaft, eine grüne Gesellschaft anders aussehen sollte. Es braucht uns dazu. Und es braucht uns in den Parlamenten. Und es braucht uns auch in einer Regierungsbeteiligung wie in NRW. Damit eben unsere Forderungen auch durchgesetzt werden können. Und ich will daran mitwirken, dass wir in NRW eine progressive Frauenpolitik machen. Für Gleichberechtigung. Dass wir im Wahlprogramm dort ein festes Fundament haben, auf das wir uns stützen können. Und dass wir am Ende eben auch ein erfolgreiches Wahlergebnis mit nach Hause nehmen. Und deswegen bewerbe ich mich hier und heute zum zweiten Mal als Beisitzerin und auch als frauenpolitische Sprecherin für diesen wunderbaren Landesverband NRW. Brauchtest du dafür Mut, um wieder zurück zu unserem Motto zu kommen? Naja, schon. Denn ihr braucht ja auch schließlich tagtäglich Mut, um immer wieder eure Positionen klar zu machen und für das einzustehen, was uns ganz besonders wichtig ist. Online wie offline für unsere grüne Vision zu kämpfen. Und als Feministin zum Beispiel setzt man sich dafür immer wieder auch so was wie Hate Speech aus. Und das geht es eben maßgeblich weiterhin zu bekämpfen. Und ich würde sagen, dass wir dabei maßgeblich mutiger sind als alle anderen Parteien. Wir sind natürlich sowieso von Natur aus der Gegenpol zur AfD, aber wir sind auch mutiger als die SPD. Wir haben eine klare Position und genau deswegen setze ich mich auch schon seit 2004 überzeugt für grüne Politik ein. Ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus dem KV Düsseldorf. Ich bin beruflich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Meine Wurzeln, auch wenn ich jetzt seit kurzem zu alt dafür bin, liegen aber bei der grünen Jugend. Junge Leute liegen mir also nach wie vor auch noch am Herzen. Heute stehe ich hier auch mit dem Votum der LAG Frauen und mit dem Votum des Bezirksverbandes Niederrhein-Wuppa. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mir weiterhin die Chance geben würdet, in diesem Landesverband und in diesem Gremium mitzuwirken und weiter mitzuwischen. Danke. Sophie, auch bei dir liegen keine Fragen vor und als nächste Bewerberin darf sich jetzt Nathalie Corners vorstellen. Heute Morgen hörte ich Radio. Da gab es ein Lied von den Ärzten und eine Zeile ist mir davon die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gegangen. Keine Sorge, ich singe jetzt nicht. Aber die Zeile ist, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ich finde, das könnte eigentlich der Titel für die kommenden beiden Wahlkämpfe sein oder als Banner über allen Wahlkampfständen liegen, weil das ist eigentlich der Inhalt des Ganzen. Wenn unsere Vorschläge und Ideen etwas mehr Gehör finden würden, dann wäre vielleicht die Welt nicht so, wie sie ist. All diese Meldungen letzte Woche, wieder mehrere hundert Flüchtlinge, die ertrunken sind. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, es ist gut, dass der Flüchtlingsstrom ein Stück weit weniger geworden ist. Ein Flüchtlingsstrom. Eigentlich müsste ich jetzt die Delegierten meines Kreisverbandes bitten, einmal aufzustehen. Denn genau sie wären die Anzahl an Menschen angerechnet auf diese LDK, die einen Strom darstellen. Einen Strom von vier Delegierten. Und da draußen stehen Menschen vor verschlossenen Grenzen, vor hohen Zäunen, im Dreck und im Matsch. Und wir haben doch hier eigentlich in der Halle noch ordentlich Platz. Nein, es ist nicht unsere Schuld. Wir haben oft genug darauf hingewiesen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Dass es Bereiche in Deutschland gibt, die trotz gesamtwirtschaftlich guter Lage die Armut immer größer wird. Und dass die Kinder bei uns absolut davon abhängen, wie ihre soziale Herkunft ist. Wer selber zu wenig hat, fürchtet die Konkurrenz, sogar die vor Geflüchteten. Und wer Angst hat, er liegt dem Hass. Das hat die AfD wunderbar bedient. Und wenn ich dann höre, dass Frau Storch sagt, dass der Islam eine Ideologie ist, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann fällt mir dazu nur eins ein, die AfD hat eine Ideologie, eine menschenverachtende Ideologie, die mit unseren grünen Grundwerten nicht vereinbar ist. Aber es wird nicht darum gehen, AfD-Wähler zu überzeugen. Und wir werden auch den Hass nicht wegbekommen. Wir müssen die Menschen an die Urne bekommen, die sich vorstellen können, grün zu wählen. Und es muss gelingen, dass die kommen und die anderen können uns egal sein. Wir müssen klar machen, dass die Welt, so wie sie ist, auch anders sein könnte. Mit einem starken Programm, mit unglaublichen 400 Anträgen und Ideen in Antragsgrün, mit den Workshops heute und mit einem wunderbaren LAFO. Ich bringe euch die Voten meines Kreisverbandes und des Bezirksverband Mittelrhein mit, sowie der LAG-Quer- und der LAG-Verbraucherpolitik. Und ich bringe euch das ausdrückliche Go meiner Kinder mit. Und das ist deswegen so wichtig und jetzt nicht lachen, weil ich fand heute Morgen in meinem Koffer den Zettel meines jüngsten Sohnes. Frische 14 Jahre. Und den möchte ich heute mit euch teilen, weil er schreibt, liebe Mama, ich wünsche dir ganz viel Glück. Ihr macht das total super und ihr müsst stark weitermachen, denn ich finde, es braucht echt noch viel mehr Grün in ganz NRW. Und dem möchte ich nichts mehr hinzufügen, außer ich bitte um euer Vertrauen. Applaus Nathalie, auch für dich liegen keine Fragen vor. Und nun kann sich Irene Mihalic... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ophelia Nick hat jetzt die Möglichkeit, sich vorzustellen. Applaus Schon Martin Luther King sagte, noch bevor du diesen Morgen dein Frühstück beendet hast, bist du auf die halbe Welt angewiesen. Das ist es, was wir uns wünschen. Gut informierte Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit ihrem Einkauf die Welt beeinflussen. Die sich nicht beim Kleidungsdiscounter mit Billigware eindecken. Die bevorzugt Bio einkaufen, die nicht im Internet, sondern im Buchladen ihr Buch kaufen. Aber da müssen wir natürlich auch ehrlich sein. Auch wir sind alle nicht perfekt und kaufen sicherlich auch nicht immer alle sozial, plastisch vermeiden, klimafreundlich und so weiter ein. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, hier gibt es ein paar, die sagen, doch, wir schaffen es. Super. Der Anspruch aber der meisten Verbraucherinnen und Verbraucher, der Bürgerinnen und Bürger ist, dass Kleidung unter guten sozialen Bedingungen hergestellt wird. Und wir wünschen uns, dass die technischen Geräte ressourcenschonend hergestellt sind und langlebig sind. Und wir wünschen uns eine Wirtschaft, die nicht ausbeutet, die Rohstoffe und Energiearm produziert. Und wir wünschen uns eine gesunde, von Medikamenten und chemiefreie Lebensmittel. Und wir wünschen uns eine Landwirtschaft, die Gewässer und Böden nicht belastet und Arten schützt. Und da sind die Grünen und die Einstellung vieler Bürgerinnen und Bürger, vieler Verbraucherinnen und Verbraucher, da sind wir uns sehr nah. Das zeigt sich aber nicht an unseren Umfragewerten. Das sollte es aber. Und dafür steht die nächste Zeit im Landesvorstand. Ich denke, und davon bin ich überzeugt, dass wir Grün mehr können und dass wir das auch selbstbewusst zeigen können, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir können wirklich stolz sein auf unsere vielen Ideen, auf unser Detailwissen, auf unser Beharren. Und, liebe Freundinnen und Freunde, mehr als 400 Anträge bei Antragsgrün, auch das ist sicherlich grüne Politik. Damit können wir uns sehen lassen. Und unsere Entwürfe von der Zukunft, die sind durchdacht. Und wir stehen dabei nicht für einzelne Themen. Wir denken nämlich die Themen zusammen. Wirtschaft und Umwelt. Freiheit und Sicherheit. Mobilität und Klimaschutz. All das schließt sich auch nicht aus, sondern das ist ohne das andere nicht denkbar. Und da auch ein Gruß an die Automobilindustrie, die meint, sich da aktuell drüber hinwegzusetzen, beziehungsweise schon in letzter Zeit. Das geht nicht. Ja, wir sind nicht bequem und wir schießen auch ab und zu über unser Ziel hinaus in der berechtigten Sorge, zu viel auf diesem Planeten zu zerstören. Und dann werden wir schnell als Verbotspartei bezeichnet, als Moralapostel. Wir verbrennen im Moment die Ressourcen unserer Erde wie ein großes Feuerwerk. Und der Kreislaufgedanke ist uns abhandengekommen. Als Landwirtschaftspolitikerin sieht man, welche Ausmaße das dann annehmen kann. Riesige, urwaldverdrängende Sojafelder, Gülle-Seen in Deutschland, Algenschwemmen im Meer, multiresistente Keime mit Todesfolgen, Überfluss in der westlichen Welt und Hunger und Armut in vielen Teilen der Welt. Und das Wachsen und Weichen hat auch unserer Landwirtschaft, unseren Landwirtinnen und Landwirten nichts gebracht. Das immer billiger und mehr hat viele Milchbäuerinnen und Bauern in eine existenzielle Krise geführt. Und hier schlägt knallhart eine liberalisierte Marktwirtschaft zu, die viele bäuerliche Familienbetriebe zum Aufgeben zwingt. Milch ist zurzeit zu viel auf der Welt und sie ist billiger als Wasser. Wir Grüne stehen dabei ganz klar an der Seite der Bäuerinnen und Bauern. Und wir kämpfen für ihn, für eine Landwirtschaft, die gesund und nachhaltig ist, von der man leben kann. Bei der Tierwohl, Umweltschutz und Biodiversität eine Rolle spielt. Ich habe das Votum des Kreises Mettmann, der LHG Wald, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und das Frauenvotum des Bezirksverbandes Niederrhein-Wuppa. Die kommende Zeit im Landesvorstand bedeutet Programmarbeit und die Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahlkampf. In der Überzeugung, dass wir Grüne die richtigen Ideen für die Zukunft unseresen, will ich mein ganzes Wissen als Tierärztin und als Agrarpolitikerin in den nächsten Jahren einsetzen und werbe für eure Unterstützung. Vielen Dank, Ophelia. Keine Fragen auch an dich. Und jetzt machen wir in der richtigen alphabetischen Reihenfolge weiter. Es war eben doch kein Versprecher von mir. Irene Mihalic, auch du hast vier Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe es so empfunden. Ich finde, Dichter konnten Freude und Schock bei den letzten drei Landtagswahlen in diesem Jahr eigentlich nicht beieinander liegen. Und eins müssen wir ganz klar feststellen, nach diesen Wahlergebnissen im politischen Koordinatensystem droht eine Rechtsverschiebung. Die CDU verliert ihre Bindungskraft im Mitte-Rechts-Spektrum und rutscht in eine regelrechte Identitätskrise. Und bei jedem Versuch, von dieser Krise irgendwie zu profitieren, scheitert die SPD mit Sigmar Gabriel an der Spitze grandios. Und rechts außen geht die AfD auf Stimmenfang und zieht mit einer Mischung aus organisiertem Egoismus und Hass in die Parlamente ein. Denn Intoleranz, Ausgrenzung und kulturelle Arroganz, das ist der Markenkern der AfD. Und das Schlimme ist, diese Anti-Werte werden gewählt. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich und dem müssen wir uns mit aller Kraft entschieden entgegenstellen, liebe Freundinnen und Freunde. Ob das gelingt, ist natürlich eine Frage der Haltung. Ja, wir haben Angela Merkel zugestimmt, als sie im letzten Sommer zumindest in schönen Worten eine Politik der Stacheldrähte und Grenzzäune abgelehnt hat. Die Worte der Kanzlerin waren ja auch sozusagen das wohltuende Kontrastprogramm zu den Horst Seehofers dieser Welt, die mit ihren schrillen Forderungen nach Obergrenzen und Abschottung die Grenzen des Anstands, der Humanität und der Menschenrechte so deutlich überschritten haben. Aber schöne Worte machen noch keine menschenfreundliche Politik. Denn das, was Angela Merkels Regierung zu verantworten hat, ist das glatte Gegenteil. Da werden autoritär regierte Länder, in denen Menschenrechte praktisch nicht stattfinden, plötzlich zu sicheren Herkunftsstaaten gemacht. Da werden wirkungslose Maßnahmen zur Terrorbekämpfung auf den Weg gebracht, mit dem einzigen Ziel, die Ängste und Vorurteile in der Bevölkerung stimmungsmäßig auszunutzen. Und da werden schmutzige Deals mit autoritären Staatschefs wie Erdogan gemacht, Abhängigkeiten aufgebaut, Menschenrechte unterlaufen. Liebe Freundinnen und Freunde, all das hat doch nichts mit Haltung zu tun. Das ist unterwürfig. Und es wird immer klarer, es ist die Rolle von uns Grünen, das Gegenmodell zu dieser in jeder Hinsicht gescheiterten Politik zu entwerfen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Rolle annehmen. Wir müssen verlässlich sein, Orientierung bieten, aber vor allem die eigene Orientierung nicht verlieren. Aber wir sagen das eben nicht nur, sondern wir buchstabieren das auch durch für Rechtsstaatlichkeit, für eine Politik der Menschenrechte und der Vielfalt, gegen Ausgrenzung und rechte Gewalt. So machen wir das, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist natürlich auch richtig, was aktuell um uns herum passiert, verunsichert große Teile der Bevölkerung. Und wir Grüne nehmen diese Verunsicherung sehr ernst. Aber wir biedern uns nicht an, sondern wir zeigen Haltung, wo andere Parteien diese längst aufgegeben haben. Das heißt nicht, dass wir unsere Position in Beton gießen. Aber Treibholz, liebe Freundinnen und Freunde, im Strom der Beliebigkeit wollen wir auch nicht sein. Und das will ich ganz klar sagen, ohne gelebte Grundsätze spült man ganz schnell an Ufern an, die wir nie anfahren wollten. Es kommt in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze Menge Arbeit auf uns zu. Und wir alle wissen sehr genau, dass es im kommenden Wahljahr um mehr geht, um viel mehr geht, als um irgendeine Prozentmarke oder ein Schaulaufen für Koalitionen. Es gilt, eine offene Gesellschaft zu verteidigen und einer Spaltung entschieden entgegenzutreten. Und dazu braucht es uns. Dazu braucht es starke Grüne im Land und im Bund. Ich möchte im Landesvorstand, wenn ihr mich lasst, daran mitarbeiten, dass wir das auch wirklich hinbekommen. Und dafür bitte ich um euer Vertrauen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin davon überzeugt, wir schaffen das und zwar zusammen. So, vielen Dank, liebe Irene. So wie ich sehe, auch hier keine Fragen. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Bewerberinnen bislang, die sich so toll an die Redezeit gehalten haben. Die nächste und abschließende Bewerbung kommt von Verena Verspol. Auch du hast vier Minuten, Verena. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, kommenden Montag habe ich ein Pressestreitgespräch mit dem Vorsitzenden der AfD, Arnsberg. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dieser Schlechtmensch muss sich verdammt warm anziehen. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Grüne und das heißt, dass ich inhaltlich richtig gut vorbereitet bin. Wenn ich auch zugeben muss, dass mir der Begriff Schlechtmensch großen, großen Spaß macht, dann ist es doch so, dass gerade wir Grünen eben keine plumpen Parolen parat haben, sondern Werte, Konzepte und Ideen. Wir müssen klare Kante gegen Recht zeigen und das werden wir auch und zwar mit klaren Inhalten. Aber auch mit deutlicher Sprache. Unsere Ideen sind halt nicht eindimensional. Sie sind oft nicht in zwei Schlagwörtern darzustellen, aber das ist auch gut so. Lösungen für vielseitige Aufträge können nicht trivial sein. Trotzdem müssen wir genau deshalb einen Fokus darauf setzen, wie wir Konzepte auch übermitteln. Und genau dafür stehe ich heute wieder vor euch. Ich möchte ein zweites Mal für den Landesvorstand kandidieren und jetzt dazu beitragen, dass wir für klare Inhalte eine deutliche Sprache finden. Ab jetzt zählt 2017, denn NRW braucht gute Grüne und keine schlechten Braunen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sollten uns aber dabei keineswegs von den schlechten Menschen treiben lassen. Aber wir sollten deutlich, und das ist hier in allen Reden rausgekommen, ihr Gegenspieler sein. Und uns gelingt das mit unseren Inhalten. Meine Inhalte, das sind als Lehrerin die Bildungspolitik und als Sauerländerin der ländliche Raum. Schule ist im Wahlkampf ein hochsensibles Thema, bei dem wir ganz genau auf unsere Inhalte achten müssen und auch auf unsere Botschaften. Wir haben da viel geschafft in der Schulstruktur. Jetzt müssen wir den Instituten Zeit geben für innere Schulentwicklung und unsere größte Unterstützung. Das können wir nicht immer anordnen und somit aufoktroyieren, sondern vielmehr müssen wir Ideen stärken, Förderprogramme aufsetzen, damit wir Schulen ihre eigenen Akzente setzen können in unserer vielseitigen Bildungslandschaft, die wir haben. Für mich sind hier fünf Themen essentiell, die ich kurz herausheben möchte. Das ist erstens gesunde und bewegte Schule. Liebe Freundinnen und Freunde, müsste es nicht grundlegend sein, dass Kinder in Schule erfahren, wie es ihnen gut geht? Zweitens Leistungsdruck. Wie kann es sein, dass unsere Gesellschaft auf Noten statt auf Kinder guckt und Kinder Schulangst entwickeln, in der vierten Klasse Haarausfall haben und in der Grundschule weinen vor einer Deutscharbeit sitzt? Das ist unsere Gesellschaft. Und wir müssen schauen, wie wir diesen Druck weiter in Schule minimieren und in Kinder nehmen können. Schule ist ein Lebensraum. Er besteht nicht aus Tafel und Schulbank. Es ist kein 8-to-1-Job. Hier lebt eine kleine Gesellschaft und dies bedarf flexiblen Zeitstrukturen und Wohlfühlatmosphären. Orte, an denen man gern und effektiv Zeit verbringt. Und viertens Demokratie und Vielfalt in Schule muss genau deswegen Demokratie gelebt werden. Deswegen müssen wir die Schülerinnen und Eltern noch stärker einbinden. Und wir müssen weiter deutlich machen, Rassismus und Homophobie haben auch hier keinen Platz, liebe Freundinnen und Freunde. Wir schaffen das mit einem weiteren Schwerpunkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung und dann haben wir außerdem einen klaren ökologischen Schwerpunkt hier. Fünftens Digitalisierung. Wir müssen auch die digitale Realität in Schule widerspiegeln. Digitalisierung ist überall und natürlich auch in der Schule. Wir sind an vielen Stellen schon auf genau dem richtigen Weg. Wir müssen den aber immer weiter entwickeln. Übrigens ohne ein Pflichtfach Informatik, liebe Freundinnen und Freunde. Und das Thema ist eine Querschnittsaufgabe für alle Fächer, der wir mit Spezialisierung nicht gerecht werden. In meinem Themenfeld ländliche Räume spielen ganz viele politische Arbeitsbereiche und da kann ich mich heute nicht auslassen. Aber mir ist wichtig, dass wir Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir für beide Großräume unsere Konzepte weiterentwickeln. NRW ist Stadt und ist Land. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, unser ländlicher Raum ist dabei nicht Billigessensfabrik für Deutschland. Er ist Lebensraum und Erholungsraum und er kann für ökologische und regionale Versorgung sorgen. Präzise grüne Inhalte und klare Kante, dafür stehe ich und dafür möchte ich weitermachen. Und ich bitte euch für eure Unterstützung und danke euch. Vielen Dank, Verena. Auch bei dir liegen keine Fragen vor. So, und wenn wir jetzt gleich den Wahlgang eröffnen, dann habt ihr bis zu acht Stimmen. Ich glaube, das ist gleich auch nochmal oben an der Leinwand angeschlagen. Ich wiederhole es. Mit der drei wählt ihr Katja Dörner, mit der vier Gönül Eylange, mit der fünftete Gurag, mit der sechs Sophie Caro, mit sieben Nathalie Konias, mit der acht Irene Mihalic, mit der neun Ophelia Nick und mit der zehn Verena Verspol. Mit der eins könnt ihr euch enthalten und mit der zwei lehnt ihr alle Bewerberinnen ab. Und jetzt eröffne ich den Wahlgang und ihr könnt jetzt eure Stimmen abgeben. Und jetzt eröffne ich den Wahlgang. und jetzt eröffne ich den Wahlgang. Vielen Dank. 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 Katja. Katja, Vielen Dank. Ja, auf der Bühne, ja, es gibt und von die , , die , die , die, die , , die, , 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 und, , und, und, die Frage, die Frage lautet, die Frage lautet, wie stehst du zu digitalen Fragen? Bitte schön, du hast zwei Minuten. Ich liebe konkrete Fragen. Ich liebe konkrete Fragen. Na ja, ich bin Webdesigner und ich stehe sehr offen zur digitalen Frage, ich stehe zu Netzneutralität, ich stehe auch zu einem offenen Netz für alle und ich stehe auch zu E-Government sehr positiv und ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Dankeschön. Vielen Dank, Mike. Als nächster kann sich der Janosch Damen der Versammlung vorstellen. Janosch, das vier Minuten, bitte schön. Liebe Freundinnen und Freude, viel getan, viel zu tun. Mutig voran. Auf dem Weg zu einem gesünderen Nordrhein-Westfalen ist uns Grün viel in den letzten sechs Jahren gelungen. Beispielsweise unzählige neue Ausbildungsplätze in der Altenpflege zu organisieren. Wir haben die Krankenhausplanung neu auf den Weg gebracht und in regionale Verantwortung gestellt und dabei Qualität als ein zentrales Merkmal von Planung ausgerichtet. Wir haben den Antibiotikaverbrauch, den überschießenden Antibiotikaverbrauch in der Landwirtschaft offengelegt. Wir haben Maßnahmen bei Mensch und Tier ergriffen, unnötigen Einsatz von Antibiotika zurückzudrängen, zu mehr Vernunft zu kommen. Wir haben in Land, Bund und in Kommunen alle gemeinsam dafür gekämpft, dass landesweit die Einführung einer normalen Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge durch Einführung einer Gesundheitskarte möglich wird. Wir haben im Bereich des Rettungsdienstes neue gesetzgeberische Grundlagen gewählt, um dafür zu sorgen, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, stabile Verhältnisse bekommen. Dass die gemeinnützigen Wohlfahrtsorganisationen, die eine zentrale Säule des Rettungsdienstes in diesem Landes darstellen, planerische Sicherheit bekommen und in den Ausschreibungsverfahren gestärkt werden. Das hat sich in der Flüchtlingssituation stark bemerkbar gemacht, wie sehr wir darauf angewiesen sind. Wir haben dafür gesorgt, dass alte Menschen in diesem Land sich zusammen mit uns auf den Weg machen können, eine neue Form des Lebens im Alters möglich zu machen. Unter dem Schlagwort Quartierskonzepte haben wir deutlich gemacht, dass wir uns ein Leben im Alter jenseits stationärer Pflegeeinrichtungen vorstellen. In den eigenen vier Wänden ermutigt und zu einem selbstbestimmten Leben zu kommen. Fazit. Wir Grüne machen den Unterschied in der Gesundheitspolitik in Nordrhein-Westfalen. Darauf können wir stolz sein und dafür sollten wir weiter kämpfen. Aber ich will auch sagen, der Weg, der vor uns liegt, ist nicht minder steil und nicht minder lang. Und es bleibt viel zu tun. Mit Sorge schaue ich auf die prekäre Situation vieler älterer Menschen in unserem Land. Abgeschoben, verschoben, alleingelassen. Und ich sage ganz klar, uns verbindet als Partei die Einsicht, dass die Würde der Gesellschaft sich daran bemisst, wie wir mit den Schwächsten in unserem Land umgehen. Und das betrifft insbesondere die Kinder auf der einen Seite und unsere Großeltern und Urgroßeltern auf der anderen Seite. Und da brauchen wir noch mehr Koalition, mehr Einsatz, um das zu beenden, was oft an würdelosem Leben am Ende übrig bleibt, nachdem sich Menschen für unsere Gesellschaft und unser Land eingesetzt haben. Dafür will ich kämpfen. Ich will in den nächsten zwei Jahren im Landesvorstand drei Dinge erreichen. Zum erstens dafür sorgen, dass gesundes Leben und glückliches Altwerden eine zentrale Bedeutung in unseren Wahlkämpfen und Wahlprogrammen bekommt. Ich will zweitens, dass wir Grüne unter Beweis stellen, dass echte Integration dann gelingen kann, wenn Menschen Zugang und integrative Teilhabe am Gesundheitswesen haben. Das bedeutet, dass wir nicht nur das Nötigste und eine Notfallbehandlung für Menschen umsetzen können, die in ihrer größten Not Zuflucht bei uns gesucht haben, sondern dass wir echte Versorgung, psychosoziale und somatische Versorgung umsetzen, überall da, wo Menschen jenseits von sprachlichen und kulturellen Barrieren im Moment noch keinen Zugang in unserem Gesundheitswesen finden. An dritter Stelle möchte ich mit euch zusammen für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen dort werben, wo Menschen zum Teil unter prekärsten Bedingungen heute sich für das Genesen derer, die hilfebedürftig sind, einsetzen. Nur Menschen, die selber unter ihren Arbeitsbedingungen nicht krank werden, können für die Gesundheit anderer Menschen werben. Und dafür stehe ich. Ich möchte, dass wir mutmachende Hebammen haben ohne Existenzängste. Ich möchte kümmernde Pflege ohne Sorgen vor dem Altwerden. Und ich möchte menschliche Ärzte, die sich jenseits von Apparaten, Medikamenten und Interventionen im persönlichen Gespräch tatsächlich um ihre Patientinnen und Patienten kümmern können, ohne mit Augenringen dabei die Augen zufallen zu bekommen. Mein Name ist Janosch Dahmen. Wenn ich nicht zusammen mit euch für eine bessere Welt streite, arbeite ich als Unfallchirurg und Notarzt in Duisburg am Unfallkrankenhaus und auf dem Rettungshubschrauber dort. Und ich würde mich sehr freuen, eure Unterstützung zu finden für die nächsten zwei Jahre. In diesem Sinne, mit aller Zuversicht, allem Engagement und aller Überzeugtheit für die Dinge, die ich eintrete, werbe ich um eure Unterstützung. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Janosch. Es liegen keine Fragen vor. Deswegen können wir direkt weitermachen. Als nächster darf sich vorstellen der Max Dierichsweiler. Liebe Freundinnen und Freunde, mit der Landtagswahl und der Bundestagswahl steht unsere Partei vor einer schweren Bewährungsprobe. Es wird ein Schicksalsjahr, das bestimmt sein wird, wie vielfältig, sozial und ökologisch sich unsere Gesellschaft aufstellen will. Es ist unsere Aufgabe, gerade der unerträglichen Hetze von AfD und Konsorten deutlich entgegenzutreten. Unsere Linie ist klar und das macht mich auch ein Stück weit stolz. Rassismus und Islamfeindlichkeit, Homo- und Transphobie, Sexismus und ein Frauenbild der 50er Jahre sind eben keine Alternative von Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Vor zwei Jahren habt ihr mich in den Landesvorstand gewählt. Jetzt habe ich Lust auf eine zweite Runde. Mit euch zusammen möchte ich grüne Politik gestalten und an meinen Herzensthemen weiterarbeiten. In der Hochschulpolitik haben wir mit dem Hochschul-Zukunftsgesetz den neoliberalen Weg von Schwarz-Gelb verlassen. Gleichstellung, Ökologie und eine zivile Uni, das sind grüne Punkte, die wir setzen konnten. Aber manche Unis tun sich mit der Umsetzung immer noch schwer. Wenn die SPD es nicht macht, müssen wir halt den Finger in die Wunde legen, wo beispielsweise die Mitbestimmung von Studierenden weiter behindert wird. Es kann auch nicht sein, dass junge Doktorandinnen und Doktoranden von einem Berg zusätzlicher Arbeit erdrückt werden, während sie gleichzeitig überhaupt nicht wissen, ob ihr befristeter Arbeitsvertrag weiter verlängert wird. Applaus Statt einer Verstetigung der Exzellenzinitiative, die kleine Hochschulen abhängt, brauchen die Unis durch den Bund eine Grundfinanzierung in dem Hochschulbau. Wir packen die Probleme an, im Land oder im Bund. Mit uns werden bessere Studienbedingungen geschaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Aktuell treibt mich das Thema studentisches Wohnen besonders um. Immer mehr junge Menschen studieren, ziehen in die Städte und werden mit einem angespannten Wohnungsmarkt und immer steigenden Mieten konfrontiert. Das trifft dann vor allem diejenigen, die keine dicke Brieftasche von zu Hause mitbringen. Das ist ein Desaster, besonders für Studienanfänger. Applaus Hier habe ich mit einem ersten Aufschlag, mit einer Veranstaltung, einen ersten Aufschlag gemacht und da sind wirklich ganz gute Ideen entstanden. Best-Practice-Beispiele, intensive Vernetzung von Politik, Kommunen, Studentenwerk bis hin zu einer Offensive für nachhaltige Sanierung der Wohnheime. Hieran möchte ich auch in den nächsten zwei Jahren weiterarbeiten. Ob für Studierende oder Alteingesessene, wir stehen für eine nachhaltige Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik. Wohnen, liebe Freundinnen und Freunde, darf kein Luxusgut sein. Applaus Während die Kommunen in vielen Feldern wie Verkehr, Soziales, aber auch Wohnen immer mehr finanziell aus dem letzten Loch pfeifen, sitzt die Bundesregierung weiter auf der Kohle. Als Kommunalu weiß ich, was das für die Handlungsfähigkeit einer Stadt bedeutet, von Bund, gerade in finanziellen Fragen, total alleingelassen zu werden. Das zeigt sich auch besonders eben im Umgang mit Geflüchteten. Dabei sind es doch wir gerade, sind wir diejenigen, die allen Geflüchteten mehr bieten wollen als eine zugige Turnhalle, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere Gesellschaft ist bunt, unsere Gesellschaft ist vielfältig, aber Errungenschaften, auch für Lesben, Schwule, Bittranssexuelle, Transgender und Intersexuelle werden aktuell in Frage gestellt. Da wird gegen CSDs und die Liebe von Eltern in Regenbogenfamilien gehetzt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die gesellschaftliche Uhr wieder zurückgedreht wird. Wir machen mit unserem grünen Gesellschaftsmodell klar, wir setzen hier auf Vielfalt und nicht auf Einfalt, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus Mein Name ist Max Dierichsweiler, ich habe das Votum von meinem Bezirksverband, von der LRG Hochschule und von der LRG Queer und würde mich auch über eure Unterstützung sehr freuen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Es liegen keine Fragen vor. Insofern können wir direkt weitermachen. Als nächster darf sich vorstellen der Sven Giegold. Ein oder andere wird es bemerkt haben. Sven ist nicht da. Ich sage aus verständlichen Gründen nicht da. Aber Sven wird vorgestellt von der Terry Reinko und die wird bestimmt auch sagen, warum er nicht da ist. Bitte schön, Terry. Ja, hallo ihr Lieben. Eigentlich ist es nämlich ein sehr, sehr schöner Grund, weswegen Sven nicht da ist, weil Sven ganz bald zum zweiten Mal Vater wird. Genau, das ist ja wohl immer ein Applaus wert, oder? Applaus Und leider geht es seiner Frau Anne jetzt in den letzten Wochen vor der Geburt nicht so gut und ich glaube, wir verstehen hier alle im Raum, dass Sven dann gesagt hat, dass er bei seiner Frau bleibt und sie unterstützt und sich um sie kümmert. Und ich deshalb jetzt die große Ehre habe, meinen Lieblingskollegen aus der NRW Landesgruppe im Europäischen Parlament, Sven Giegold, vorzustellen. Und wie ihr alle wisst, steht für Sven im Zentrum seiner politischen Arbeit den Kampf für eine gerechte Globalisierung. Für eine Globalisierung, in der es nicht nur um wirtschaftliche Profitinteressen geht, sondern bei der es um ökologische und soziale Gerechtigkeit geht und für Sven vor allem auch um Demokratie und Transparenz. Und dabei ist es für Sven vor allem auch als Sprecher der Fraktion für Finanzen und für Wirtschaft absolut zentral, dass wir uns in der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus für Steuergerechtigkeit stark machen. Und ihr wisst es alle, in den letzten Wochen sind wir immer wieder schockiert gewesen von den Enthüllungen der sogenannten Panama Papers und Sven war derjenige Europaabgeordnete, der dafür gekämpft hat, dass es nach den LuxLeaks-Enthüllungen jetzt auch für die Panama Papers einen Untersuchungsausschuss im Europäischen Parlament gibt. Das war nicht leicht, die Sozialdemokratie im EP hat sich da erst gegen gesperrt, aber Sven hat mit Einsatz dafür gekämpft. Deshalb werden wir jetzt einen Untersuchungsausschuss haben, damit klar wird, in welchen Steueroasen, mit welchen miesen Tricks und Briefkastenfirmen Reiche probieren sich der Verantwortung für Steuergerechtigkeit in unseren Gesellschaften und weltweit zu entziehen. Und ich glaube, da hat Sven uns allen einen sehr, sehr großen Gefallen mitgetan. Aber auch über seinen Kampf für klare Regeln für Finanzmärkte hinaus hat Sven sich für Demokratie und Transparenz eingesetzt, vor allem auch in den Verhandlungen um die Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Schon sehr früh, bevor das Verhandlungsmandat offiziell bekannt war, haben unter anderem Sven, aber auch Sky im Europäischen Parlament die Dokumente geleakt, damit die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union überhaupt wissen, worüber da verhandelt werden soll. Sven hat immer eine klare Haltung gegen Freihandelsabkommen gezeigt, die unsere Demokratie aushöhlen sollen und wird das auch weiterhin tun. Und ich bin mir sicher, an der Seite mit ganz vielen von euch. Aber für Sven macht auch da seine politische Arbeit nicht halt. Und gerade in Zeiten von Brexit-Debatten und von einer erstarkenden politischen Rechten in der Europäischen Union setzt Sven sich dafür ein, dass die Europäische Union, aber auch nationale, regionale, politische Institutionen demokratischer und transparenter werden. Er hat immer für ein Lobbyregister gekämpft, nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch in der Kommission und im Rat. Und er hat mit seiner Arbeit dazu beigetragen, dass die Europäische BürgerInneninitiative gestärkt wird, damit europäische Bürgerinnen und Bürger an den politischen Entscheidungen sehr viel stärker beteiligt sind. Und ich glaube, da hat Sven für uns in den letzten Jahren wichtige grüne Akzente gesetzt, hat, und das möchte ich gerade auch in seiner Rolle hier im Landesvorstand sagen, aber auch immer wieder dafür gekämpft, dass all diese Anstrengungen mit Landes- und Bundesebene eng verknüpft sind. Und genau diese Rolle ist Sven für seine Arbeit im Landesvorstand wichtig und zentral, weil wir als Grüne Europa nicht nur an Feiertagen am 9. Mai oder wenn mal irgendein Jubiläum ansteht mitdenken, sondern es immer politisch in unserer Arbeit zentral sehen. Und das hat Sven im Landesvorstand geleistet und möchte das auch in den nächsten zwei Jahren wieder leisten. Und ich glaube, dass gerade, wenn jetzt die Landtags- und Bundestagswahlen nächstes Jahr anstehen, es da zentral ist, eine europäische Stimme zu haben und er hat gezeigt mit Veranstaltungen zu TTIP, aber auch zu anderen politischen Themen, zu wirtschafts- und finanzpolitischen Themen, dass er den Landesverband da mitnehmen will. Und da möchte ich euch alle auch nochmal zu unserem gemeinsamen Flüchtlingskongress am 2. Juli in Oberhausen einladen. Wieder ein Punkt, wo wir zeigen wollen, Europapolitik ist nicht irgendwas, was in Brüssel stattfindet, sondern es soll ganz NRW mitgenommen werden und vor allem ihr als grüne Mitglieder des Landesverbandes. Und deshalb nochmal entschuldigt, dass Sven heute nicht da sein kann, aber gebt ihm eure Stimme und gebt ihm euer Vertrauen für zwei weitere Jahre im Landesvorstand. Vielen Dank. Vielen Dank. Es liegen hier keine Fragen vor. Dann machen wir weiter in der Vorstellung. Als nächster darf sich vorstellen der Dominik Hallau. Bitteschön, du hast vier Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, was uns Grüne in den letzten Monaten, glaube ich, besonders ausgemacht hat, das war die viel benannte Haltung. Die hat uns so sehr ausgemacht, dass es teilweise auch schon versucht wurde, ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Aber wenn man wirklich mal die ein oder anderen süddeutschen Störfeuerausland vorlässt, dann waren wirklich wir die Partei, die das breite Kreuz gezeigt hat, wenn es um Flüchtlinge geht und wenn es gegen die Wirrköpfe von AfD und Pegida ging. Dass es von grüner Seite keinerlei Wählerinnenwanderung zur AfD gibt, zeigt, dass wir mit dieser Haltung auch politisch punkten. Diese Haltung werden wir auch 2017 im Wahlkampf weiter beweisen werden, weil das wird von uns erwartet, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte euch eine kleine Anekdote von Wahlkampf 98, äh 98, ja da war ich noch nicht dabei, vom letzten Bundestagswahlkampf erzählen. Diese Anekdote möchte ich euch erzählen, weil sie mein politisches Handeln und mein Denken, wie wir uns auch darstellen müssen, geprägt hat wie nichts anderes. Ihr erinnert euch beim letzten Bundestagswahlkampf, wir hatten ein Steuerprogramm uns zurechtgelegt, das ist auf allen Ebenen für kalkuliert und durchgerechnet beschieden worden. Da wurde gesagt, das trifft wirklich nur ganz wenige, die viel Vermögen haben und entlastet viele andere. Trotzdem hatte ich an einem Infostand eine Dame, die wutentbrannt auf mich zugestürmt kam und sagte, erst habt ihr mich in Hartz IV reingedrückt und jetzt wollt ihr auch noch meine Steuern erhöhen. Sie hat sich richtig in Rage gelegt und hat mich damit leider auch emotional mitgenommen. Wir hatten dann tatsächlich ein kleines Streitgespräch und zum Glück hatte ich die erfahrene Marianne neben mir, die mich dann rechtzeitig aus dieser Szene rausholte und die Dame von unserem Infostand wegbrachte. Direkt danach sprach mich jemand an, der das mitbekommen hatte und bat darum, ob ich mich denn mit ihm mal über ein anderes Thema unterhalten möchte. Ihm schiene es nämlich so, dass wir Grünen uns gar nicht mehr so richtig für gesunde Ernährung und für Bioprodukte und für fairen Handel einsetzen. Da fehlte ihm bei uns etwas, dass wir dafür mehr werben, dass wir darüber mehr informieren, dass wir darüber direkter kommunizieren. Und da hatte ich Glück, denn wir in Bielefeld haben die hier vielen bekannte Biobroschüre, einen Einkaufsführer für Bielefeld für faire und gute Produkte. Und die konnte ich dann aus dem Hut zaubern, ihm vorlegen und der Mann war so begeistert, dass wir damit genau seine Ansprüche erfüllen, dass er nicht nur diese Biobroschüre dankend annahm, sondern, obwohl wir die kostenlos verteilen, auch uns noch 10 Euro dafür gespendet hat. Und da habe ich gemerkt, wir können nicht jeden Bürgerinnen und Bürger unsere Infos einfach über Reden und über die richtigen Fakten wiederholen mitgeben. Ich arbeite als Softwareentwickler und bin es gewohnt, in einen Computer Daten einzugeben und wenn die Daten stimmen, kommt das richtige Ergebnis raus. So funktionieren Menschen leider nicht. Auch das war etwas, was ich lernen musste. Wenn man nur lange darüber nachdenkt, dann kann man ja nur die Grünen wählen, wurde mir mal gesagt. Und genau das will ich nämlich an einer entscheidenden Stelle ändern. Man muss nicht lange genug darüber nachdenken müssen, um Grüne zu wählen. Wir hatten beim letzten Bundesparteitag einen sehr guten Antrag zur Zeitpolitik, wo wir an vielen Stellen festgemacht haben, dass die Bevölkerung, dass die Bürgerinnen und Bürger durch Beruf, durch Familie, durch ehrenamtliche Verpflichtung eben nicht mehr viel Zeit haben, um sich mit den Dingen zu beschäftigen, die zu einem vollständigen bürgerlichen Leben dazugehören. Deswegen möchte ich, dass wir an unserer Kommunikation eben so arbeiten, dass wir wie mit der Bio-Broschüre mit einfachen Mitteln Leute die richtigen Botschaften mitgeben und für Grün überzeugen. Ich könnte es auch populistischer formulieren. Wenn ich mir die Wahlprogramme der AfD und ihre Ergebnisse angucke, ist das für mich auch tatsächlich ein bisschen der Beweis, dass Wahlprogramme gar nicht mehr von so vielen gelesen werden. Dass Grün unwiderstellig wird und für möglichst viele Wählerinnen ohne Nachdenken klar ist zu wählen, dass es eine moderne Verkehrspolitik braucht, eine transparente Politik, dass wir schnelles Internet, gesunde Wälder und glückliche Nutztiere haben wollen und dass wir ein vielfältiges und buntes NRW nur mit starken Grünen erreichen. Dafür bitte ich um eure Stimme, dass ich mich da im Landesvorstand einbringen kann. Danke. Vielen Dank. Es liegen keine Fragen vor. Das heißt, wir können weitermachen in der Vorstellung. Als nächstes ist dran der Bruno Jöpkes. Bitteschön, vier Minuten. Und ihr Lieben, bevor der Bruno redet, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, an der einen oder anderen Stelle immer jetzt zuzuhören, aber es ist schon recht laut im Raum. Insofern würde es uns vom Präsidium her sehr freuen, wenn alle die gleichen Bedingungen und Chancen hier bekommen. Insofern ein bisschen leiser, das wäre unsere Bitte. Bruno, jetzt du. Okay. Liebe Freundinnen und Freunde, es wird ja gerne geschrieben, dass mit Energiewende, Klimaschutz und Atomausstieg die grünen Themen schon längst vorbei wären. Der Faktor wissen wir, Gabriel spricht in der Energiepolitik eine ganz andere Sprache. Und angesichts der zahlreichen Medienerstattungen über Bio-Lebensmittel, über Vegetarismus und Ernährung könnte man ja auch fast meinen, Agrarwende ist auch schon durch. Aber von einer Transformation in der Landwirtschaft sind wir sehr weit entfernt. Denn es muss Schluss sein mit einer Blockadehaltung, wie der Bauernverband sie bei der Neufassung der Düngeverordnung erbringt. Und wir würden nie auf die Idee kommen, wir Grüne Antreiber für eine neue Zulassung von Glyphosat zu sein, wie es die Bundesregierung macht. Und es ist das absolute Unding, dass die Bundesregierung über Hermes-Bürgschaften hier im Osteuropa Käfigstallungen subventioniert und hier verbietet, dass es Blasphemie, das ist nicht mit uns Grünen zu machen. Und auch wie weit weg wir von einer wirklichen Transformation sind, zahlen noch ein paar Zahlen. Zurzeit arbeiten ca. 8,5% der Betriebe in Deutschland auf 6,5% der Fläche, der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach biologischen Kriterien. Damit machen sie aber nur rund 4% des Umsatzes aus bei Kartoffeln, bei Getreide, bei Rindfleisch, nur 2% bei Milch und 0,5% bei Schweinefleisch. Mehr nicht. Es ist also noch viel zu tun. Und selbst mit einer Handvoll Sonderprogrammen haben wir im Schweinefleischbereich dann ausschließlich Produkte aus Massenproduktion, die in Deutschland verzehrt werden. Liebe Freundinnen und Freunde, da haben wir noch ganz, ganz dicke Bretter zu bohren und ich wollte Ihnen euch kurz beschreiben, woran es, welche Stellschrauben noch zu drehen sind und an welchen Stellen wir mit Mut und Erschlossenheit weiterarbeiten müssen. Warum also ist der Anteil so gering? Es gibt eigentlich zwei Kernfragen. Liegt der Schlüssel tatsächlich nur in der Landwirtschaft? Oder müssen wir nicht auch an die weiterverarbeitenden Stufen denken, an die Verarbeitungsbetriebe und an den Handel und an die Küchen? Ja, und in diesem Spannungsfeld hatte ich in den letzten Monaten die Gelegenheit, vier Betriebe zu besuchen. Das war sehr, sehr spannend. Die vier waren alle in einer Phase, wo sie sich überlegt hatten, wie kann ich mich denn diesen anderen landwirtschaftlichen Produkten annähern? Was kann ich denn tun? Die Betriebe hatten also identische Ziele, aber zwei grundverschiedene Aufgaben. Zwei Betriebe waren Schweinemarsbetriebe, zwei Betriebe waren Großküchen. Die Schweinemarsbetriebe, beide waren in einem klassischen, kurz vor der Hofübergabe und dann stellt man sich so eine Frage, was mache ich denn in der Zukunft, was ist denn richtig? Der eine Betrieb aus Westfalen, 3000 Mastplätze, der andere vom Niederrhein, 1500. Und beide Familien hatten schon errechnet, wenn wir das machen wollen, die Tiere auf Stroh halten, wenn wir den Tieren normale frische Tagesluft zugedanken, wenn wir vernünftiges Futter geben wollen, dann heißt das für uns jeweils eine Halbierung der Plätze. Da könnte man meinen, das ist richtig, das ist die Politik, das ist die Zukunft, dann wenn ihr Stahl, Tierbesatz und Fläche in Einklang bringt, in Kreislauf bringt, das wird die Gesellschaft und der Markt honorieren. Und an der Stelle bin ich ins Grübeln gekommen, denn da frage ich mich schon, ist es tatsächlich so, dass wir schon so weit sind, dass es einen Markt gibt, dass es Abnehmer gibt, die das mindestens anderthalbfache des Marktpreises bezahlen? Was sagen spannenderweise Banken, die investieren sollen in einen Betrieb, der schrumpft? Das ist ja ein Teil der Folgen der Politik, die wir betreiben. Ja, und wir sind die Vermarkens-Aussichten, und dann kommen die beiden Großküchten ins Spielfeld. Die Großküchten hatten überlegt, über ein halbes Jahr lang, wie sie denn 400 Essen von insgesamt je 12.000 Essen umstellen können auf eine andere Produktion. Und sie mussten noch überlegen, wie überzeuge ich dem Betriebsrat das Projekt mitzutragen, kann denn der andere Lieferant ausreichend liefern und auch in der richtigen Form. Für uns bedeutet das, ganz klare Forderungen, wir brauchen eine Ordnungspolitik, die andere Standards setzt. Wir brauchen Mittel, die die Betriebe in die Umstellung bringen. Wir brauchen Mittel, die den Verarbeitungsbetrieben die Professionalisierung ermöglichen. Und wir müssen Mittel in die Hand nehmen, um Nachhaltigkeitsqualitätskriterien zu erfüllen. Und mit der Erfahrung, mit der Begeisterung für eine andere Wirtschaft und für eine andere Landwirtschaft würde ich gerne im Landesvorstand noch zwei Jahre arbeiten und freue mich auf eure Unterstützung. Vielen Dank, Bruno. Es liegen keine Fragen vor. Das heißt, wir gehen weiter in der Vorstellung. Als nächstes darf sich der Versammlung vorstellen, der Saeed Kellisch. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, als wir 1998 mit unserer damaligen Beteiligung an der Bundesregierung das Projekt Begrünung der Republik begonnen haben, haben wir nichts anderes gemacht, als die gesellschaftliche Realität politisch darzustellen. Unsere Feststellung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ging damit einher, dass unser Land multikulturell und multireligiös ist. Obwohl seitdem fast 20 Jahre vergangen sind, dominiert in vielen Köpfen Ausgrenzung in Bezug auf andere Religionen. Dies wird heutzutage leider durch die aktuelle Terrorwelle befeuert, die sich zum Islam zugehörig fühlt. Auch wenn ich mich zwischenzeitlich nicht religiös emanzipiert habe, bin ich auch islamisch erzogen worden. Doch weder meine Mutter noch mein Vater haben mir beigebracht, dass andersgläubige schlechte Menschen seien. Im Gegenteil, sie haben mit mir und meiner Schwester angefangen, Weihnachten als Fest der Nächstenliebe zu zelebrieren. Und ich lernte dabei zu schätzen, was für nette Menschen, Christinnen und Christen doch sein können, so einfach ohne Geburtstagstralala anderen Menschen Geschenke zu geben und sie glücklich zu machen. So viel Glück wie ich finden jedoch nicht alle, die einen muslimischen Hintergrund haben. Leider wird auch heute noch mancherorts ein anderes Menschenbild des Islam gelehrt. Und ich rede da nicht von den wahhabistischen Terrorschmieden in Saudi-Arabien, sondern von Koranschulen und Moscheen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freundinnen und Freunde, auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft können wir es uns einfach nicht mehr leisten, die religiöse Lehrbefugnis Menschen zu überlassen, die jenes Menschenbild nicht kennengelernt haben, welches uns die Aufklärung beigebracht hat. Deswegen müssen wir den Islam mit den Errungenschaften der französischen Revolution bekannt machen und ihm die strukturellen Möglichkeiten eines säkularen Staates geben, die wir auch den anderen Religionen bieten. Liebe Freundinnen und Freunde, NRW ist nicht nur ein industrielles Kraftzentrum, sondern auch ein Schmelztiegel kultureller Vielfalt. Mit der Aufnahme von insbesondere Bulgarien und Rumänien in die EU vor einigen Jahren ist der Blumenstrauß noch bunter geworden. Aber die darauffolgenden Kommunalwahl 2014 hat uns gezeigt, dass es uns leider nicht gelungen war, unsere Bürgerinnen und Bürger auf die Begleiterscheinungen der europäischen Integration vorzubereiten. Viele unserer Bürgerinnen haben sich damals schon in die Fänge von Neonazis begeben, die nun in zahlreichen Kommunalparlamenten sitzen, mit einem ungewissen Ausgang für uns alle. Wir wissen auch, dass solange sich Menschen in fernen Ländern Freiheit nach Freiheit und Sicherheit sehnen, werden wir uns darauf einstellen müssen, weitere Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Auch darauf waren wir leider nicht genug vorbereitet. Das Zusammenleben, jedoch, welches wir als alle so gut finden, braucht eine durchdachte Organisation, damit wir alle lange von diesem Zusammenleben profitieren können. Denn der Rückfall, den einige da draußen ja anstreben, bedeutet nicht Multi, sondern Monokultur. Umso wichtiger ist es, die richtigen Schritte rechtzeitig einzuleiten. Wir müssen unser Sozialsystem, unser Bildungssystem und vor allem unsere Arbeitsverwaltung anpassen. Die angekommenen Kompetenzen gilt es zu nutzen. Diese Menschen kommen nicht zu uns, weil wir gute Straßen haben und stabilere Häuser, sondern sie kommen zu uns, um mit uns zu leben. Wir haben in den letzten Jahren einige gute Einsätze angestoßen auf Landesebene. Ein sehr wichtiger Schritt war die Umwandlung der RAAs in kommunale Integrationszentren mit der Aufgabe Integration als Bildung. In einem zweiten Schritt müssen wir nun diesen Gedanken weiterspinnen und davon Abstand nehmen, Integration über periodisch geförderte Projekte zu betreiben. Wir müssen Integration als Pflichtaufgabe in den Stammbuch der Kommunen schreiben und die Kontinuität herstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir werden uns für die uns bevorstehenden Aufgaben in die Hände spucken müssen. Und da wir schon mal beim Spucken sind, sollten wir mit einer durchdacht konzipierten Integrationspolitik der AfD und der Pegida-Scheiße deftig in die Suppe spucken. Ich bin gerne dabei. Wir werden uns auch um die Verteilungsgerechtigkeit kümmern müssen. Diese Frage wird immer bedeutender, weil in den sozialen Schieflagen es nicht mehr um oben oder unten geht, sondern darum geht, ob man drin ist oder draußen. Hier gilt es, die Prekarisierung der Gesellschaft, die hauptsächlich feminin ist, aufzuhalten. Auch da bin ich gerne dabei. Kommst du zum Schluss, bitte? Das ist schon eine Minute drüber. Ich habe das Votum des Ruhrverbandes, meines Kreisverbandes und den beiden Landesarbeitsgruppen, in denen ich mitarbeite. Ich bin nun 15 Jahre kommunalpolitisch eingebunden und seit einigen Jahren arbeite ich als Fraktionssprecher. Ob ich eurer Einschätzung nach aus den kommunalpolitischen Schuhen ausgewachsen bin und die landespolitischen einschlüpfen soll, ist eure Entscheidung. Mir bleibt lediglich zu sagen, mein Name ist Zeit Kellisch und meine Schuhe drücken. Vielen Dank. Es liegen keine Fragen vor. Als nächstes wäre dran der Ralf Kirchhoff, die Bewerbung, die uns heute Morgen schriftlich zugegangen ist. Der Ralf Kirchhoff schreibt aber in seiner Bewerbung, dass es ihm nicht gut geht und deswegen ist er heute auch nicht hier auf der LDK. Wir haben vom Präsidium rumgefragt, ob jemand sich in der Lage sieht, den Ralf Kirchhoff vorzustellen. Das ist uns nicht positiv gelungen. insofern, wenn jetzt niemand aufschreit und sagt, ich kann den Ralf aber vorstellen, würden wir weitermachen, dann muss es halt bei der schriftlichen Bewerbung bleiben und würden weitermachen mit den Personen, die hier anwesend sind. Ich sehe niemand, der jetzt aufschreit, dann würden wir so verfahren. Dann wäre als nächstes dran, Merdat Mosefizadeh. Bitteschön, du hast vier Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grünen NRW sind ein starker Landesverband und das liegt vor allem an unseren starken Frauen. Mona Neubauer, Sylvia Lörmann, Barbara Steffens und viele andere mehr. Aber ich möchte an dieser Stelle eine ganz besonders starke Frau noch einmal hervorheben. Ohne Sigrid Bär geht nichts. Liebe Sigrid, wir in der Fraktion wissen sehr gut, was es heißt, wenn du deine ordnende Hand einsetzt. Aber auch zwischen Landesvorstand und Landtagsfraktion hast du in den letzten Jahren die Pferden zusammengehalten. Liebe Sigrid, ich möchte dir an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich dafür danken, dass das so toll funktioniert hat. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben einen starken Landesverband und ein eigenes Profil. Ja, wir haben einen besonderen NRW-Spirit. In einem Land mit einer langen Migrations- und Integrationsgeschichte stehen wir für Gerechtigkeit und Zusammenhalt in einer bunten Gesellschaft und dafür, dass jeder dritte Euro für Bildung in die Menschen ausgegeben wird. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen der Zuwanderung offener gegenüberstehen als in vielen anderen Bundesländern dieser Republik. In einem traditionellen Industrieland stehen wir für die Energiewende, für die ökologische Modernisierung und für die Bewahrung und für die Bewahrung einer gesunden Umwelt. Und als Grüne in einem Flächenland stehen wir auch für eine nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum und für starke und attraktive Städte. NRW ist speziell, auch mit seinem Blick über den Tellerrand hinaus. NRW ist ein solidarisches Land und da unterscheiden wir uns sehr wohl von den Stäubers und Seehofers dieses Landes. Liebe Freundinnen und Freunde, Gerechtigkeit ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und daher ist es eine Schande, dass so viele Kinder in materieller Armut aufwachsen müssen, dass die Schere bei den Vermögen immer weiter auseinander geht und dass viele Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen die Zeche dafür zahlen müssen, dass sich Flüchtlinge auf die Steuerflucht nach Panama begeben, liebe Freundinnen und Freunde. Wir stehen jetzt vor einer wichtigen und großen Aufgabe. Wir müssen jetzt investieren in den Zusammenhalt der Gesellschaft, in die Chancen und Bildungsgerechtigkeit und in eine moderne und in funktionierende öffentliche Infrastruktur. Und das heißt auch investieren gegen Rattenfinger und Populisten von der AfD. Ich sage euch ganz klar, von Spaltern und Populisten lasse ich mir meine Heimat nicht wegnehmen. Lassen wir uns und NRW nicht kaputt machen. Wir und nicht diese in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freundinnen und Freunde, mit meiner langen Erfahrung in der Kommunalpolitik und als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Düsseldorfer Landtag möchte ich unser NRW-Profil weiter schärfen und die gemeinsame Arbeit mit dem Landesvorstand schlagkräftig gestalten und hier gerne den Staffelstab von Sigrid übernehmen. Ich will, dass unser grüner NRW-Spirit immer gut sichtbar ist in der Fraktion, im Parlament und in der Landesregierung. Lasst uns den Weg der nachhaltigen Erneuerung des Landes fortsetzen und auch im Bund Regierungspolitik gestalten. Zweimal Grün 2017, dafür möchte ich mit euch gemeinsam streiten. Mein Name ist Merdard Mostewisade und ich hätte gerne eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Merdard. Es liegen keine Fragen vor. Dann können wir weitermachen in der Vorstellungsrunde. Als nächster spricht zu euch Simon Rock. Simon, du hast vier Minuten. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, handlungsfähige Kommunen sind die Grundlage unserer Demokratie. Schwarz-Gelb hat bis 2010 unsere Städte und Gemeinden vor die Wand gefahren. Wir Grüne haben das Problem dagegen engagiert angepackt. Der rot-grüne Stärkungspakt Stadtfinanzen hat notleidenden Kommunen konkret geholfen. Nicht mehr weit über 100 Kommunen sind heute im Nothaushalt wie noch unter Schwarz-Gelb. Es sind nur noch drei Kommunen. Wir haben den Städten in NRW endlich wieder eine Perspektive gegeben. Gleichzeitig konnten wir die Neuverschuldung des Landeshaushaltes stetig reduzieren. Wir sind auf einem guten Weg, spätestens 2020 die Schuldenbremse einzuhalten. Und zwar ohne das Land, seine Kommunen und die Zukunftschancen seiner Bürgerinnen und Bürger kaputt zu sparen. Liebe Freundinnen und Freunde, Grün wirkt. Unsere Politik ist erfolgreich, obwohl das Land und die Kommunen durch die Kosten der Flüchtlingsunterbringung und Integration zusätzlich gefordert sind. Aber auch hier kann NRW sich sehen lassen. Als erstes Bundesland haben wir einen Integrationsplan aufgestellt. Denn klar ist auch, von gelingender Integration profitieren am Ende wir alle. Und Integration ist das beste Rezept, um Rechtspopulisten das Wasser abzugraben. Allerdings ist hier auch die schwarz-rote Bundesregierung in der Pflicht. Sie darf Land und Kommunen nicht im Regen stehen lassen. Wenn alle gemeinsam mit anpacken, Bund, Land und Kommunen, dann schaffen wir das. Klar ist auch, die jetzige finanzielle Beteiligung des Bundes kann nur ein Anfang sein. Sie reicht bei weitem nicht aus. Es kann und darf nicht sein, dass die Bundesregierung sich für eine schwarze Null abfeiern lässt, während Land und Kommunen einspringen und den Löwenanteil der Kosten für Flüchtlingsunterbringung und Integration quasi im Alleingang schultern. Wir Grüne kämpfen dafür, dass der Bund endlich seiner Verantwortung gerecht wird, statt durch sein Nichtstun die Kommunen zu zwingen, ihre Steuern zu erhöhen, was Vorlagen liefert für Populisten, was den Sozialneid anheizt und die Stimmung gegenüber Geflüchteten vergiftet, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist eine Schande, dass der Bund selbst den Populismus befeuert, wenn er es nicht schafft, ausreichend Sprachkurse für Geflüchtete zu finanzieren und gleichzeitig Flüchtlingen droht, wenn sie nicht schnell genug die Sprache lernen. Eine solche Politik ist nicht human und konstruktiv, sondern böswillig und verlogen. Wir brauchen starke Grüne, um das zu ändern. Im nächsten Jahr geht es darum, unsere Regierungsbeteiligung in NRW zu verteidigen. Und es wird Zeit, dass wir Grüne 2017 diese Bundesregierung endlich ablösen. Als Partei- und Landesvorstand haben wir mit dem Aufbruch 2017 und dem Programmprozess früh weichen gestellt. Hier habe ich mich in der Vergangenheit an vielen Stellen aktiv eingebracht und ich möchte dies gerne weiter tun. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Simon Rock, ich bin 27 Jahre alt, zwölf Jahre Mitglied der Grünen, sieben Jahre kommunalpolitisch aktiv und seit vier Jahren Mitglied dieses Landesvorstandes. Mit dem Erstvotum meines Bezirkes Westfalen möchte ich mich bei euch bewerben, für zwei weitere Jahre im Landesvorstand und dort den Programmprozess vorantreiben und um weiter für starke und handlungsfähige Kommunen zu kämpfen und um mit euch gemeinschaftlich leidenschaftliche Wahlkämpfe für Land und Bund zu führen. Hierfür bitte ich euch um eure Unterstützung und euer Vertrauen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Simon. Es gibt keine Frage. Dann können wir weitermachen. Als nächster stellt sich vor der Raul Rosbach. Bitte schön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, als es mich erschien, erneut für den Landesvorstand zu kandidieren, habe ich überlegt, naja, wenn ich das hier kurz fassen muss, was ist eigentlich der eine, der wichtigste Grund, warum ich nochmal zwei Jahre in eurem Landesvorstand sein will und warum ich mich so politisch engagiere. Nun, es ist ein Satz, der mich politisch antreibt und der mich einfach nur wahnsinnig nervt, nämlich, das machen wir schon immer so, da kann man eh nichts ändern und das machen wir auch diesmal wieder so. Mein Sträuben gegen diesen Satz und meine Begeisterung für Veränderung haben mich vor zwölf Jahren zu uns Grünen gebracht, haben mich in die grüne Jugend gebracht und da, das bleibt alles so, wie es ist, auch das kommunalpolitische Motto von SPD und CDU bei uns ist, treibt es mich auch im Stadtrat an. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wurden als Partei gegen das Weiter-So gegründet und wir antworten auf Resignation mit Mut. Deshalb fühle ich mich hier bei uns so wohl und deswegen möchte ich erneut zwei Jahre Verantwortung für den Landesforschen übernehmen. Im beginnenden Wahlkampf erleben wir jetzt, dass die FDP unserem grünen Veränderungswillen die Hauptschuld an der wirtschaftlichen Lage des Landes gibt und am schlechten Wachstum. Liebe Freundinnen und Freunde, das Gegenteil ist richtig. Die konventionelle Energiewirtschaft ist doch nicht wegen zu viel grüner Erneuerung, sondern wegen zu wenig in die Krise geraten und wir Grüne waren es doch, die vor die Jahrzehnte lang RWE gebeten haben, endlich umzusteuern, während man da in der Konzernzentrale nur weiter so rief. SPD und CDU haben uns doch gezwungen, in den Kommunen die RWE-Anteile haben, zuzusehen, wie sich das stolze RWE-Tafelsilber zunehmend in einen Satz alter Kaffeelöffel verwandelte. Liebe Freundinnen und Freunde, Sie haben Investitionen verantwortet, die heute nicht nur Kohle, sondern vor allem Geld verbrennen. Nichts hat der Energiewirtschaft dabei so geschadet, wie der Glaube, es könne immer so weitergehen. Weil wir das wissen, setzen wir unsere ehrgeizigen Ziele. Weil wir das Klima retten müssen, ja, aber auch, weil es der einzige Weg ist, dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft nicht RWE in den Abgrund hinterher schlittert. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, dass die Zukunft dieses Landes nicht in den Gruben von Garzweiler liegt, sondern in der Innovation, in den Hochschulen, in der Innovation, in den Hochschulen, in der Wissenschaft. Da, wir wissen auch längst, dass das Ruhrgebiet nicht mehr der Ort ist, wo man nur noch bei dem auf der Geige gespielten Steigerlied, den 70er Jahren hinterher trauert, sondern inzwischen die dichteste Wissenschafts- und Forschungsregion ist. Daran, in diesen Chancen müssen wir weiter arbeiten. Dafür braucht es für die Zukunft dieses Landes unseren Mut zur Veränderung. Ihr Lieben, wir sind gewohnt, dass andere sagen, alles soll so bleiben, wie es ist. Mit der AfD trifft jetzt eine Kraft auf die politische Bühne, die sogar ins Vorgestern zurück will. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen unsere Vielfalt, wir müssen unsere Demokratie und wir müssen unsere Zukunft vor denen verteidigen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, dafür braucht es eine grüne Kernkompetenz, nämlich die, Widerstand zu organisieren. Daran möchte ich in den nächsten zwei Jahren arbeiten. Ihr Lieben, ihr wisst nun, dass mich das das nützt alles sowieso nichts nervt und antreibt. Leider höre ich das sehr häufig auch in Bezug auf das Vertrauen in das politische Engagement. Deshalb ist es mir ein Herzensanliegen zu zeigen, dass gerade grünes Engagement, grüne Politik nicht nur Spaß, sondern auch einen Unterschied macht. Deshalb möchte ich weiter Brücken in unsere Partei bauen. Deswegen möchte ich meine Arbeit für das Forum U35 und im Ratschlag Personalentwicklung gerne fortsetzen. Ich möchte zudem nicht dafür einsetzen, dass wir auch weiter neue Wege der Partizipation gehen. Unser Beteiligungsprozess zum Landtagswahlprogramm hat gezeigt, wie gut und erfolgreich das ist. Liebe Freundinnen und Freunde, auch in Herne haben wir uns im letzten Jahr gegen das, das bringt eh nichts, entschieden und bei der OB-Wahl eine Kandidatur losgetreten, die wir uns vorher so nicht hätten vorstellen können. Wir haben dafür 26 Prozent geholt und allein dafür hat es sich schon gelohnt, in Herne mal zu kandidieren. Die Leute aus dem Ruhrgebiet wissen, was das bedeutet. Und deswegen versprechen wir euch, wir sind top motiviert für 2017. Und liebe Leute, ich weiß, es geht 2017 um sehr, sehr viel. Seit ich im Landesvorstand bin, arbeite ich an der Vorbereitung auf diesen Doppelwahlkampf. Und ich will diese Herausforderung mit euch meistern und dafür will ich mit aller Kraft im Landesvorstand mich einsetzen, mit Mut nach vorne. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Vielen Dank, Raul. Es liegen keine Fragen vor. Als nächstes kann sich der Versammlung vorstellen der Malte Spitz. Vier Minuten, bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde, etwas nach unten machen? Ich dachte, ich wäre groß. Liebe Freunde und Freunde, das hier ist eine Hello Barbie. Eine Barbie-Puppe die mit dem Internet verbunden ist. Sie zeichnet jede Unterhaltung auf und diese Gespräche werden in die Vereinigten Staaten geschickt, werden dort verschriftlicht und ausgewertet. Und diese Barbie-Puppe spricht auch. Sie unterhält sich mit dem Kind über Schulstress, über den ersten Hiebeskummer oder auch das Petter. Oder eine andere Nachricht vor einigen Wochen. Krankenhäuser hier in Nordrhein-Westfalen und gerade auch hier vor Ort in Neuss mussten auf Notbetrieb umstellen, weil ihre IT angegriffen wurde. Oder Kommunalverwaltungen, die Lösegeld zahlten, damit sie wieder an ihre Daten kommen, die von Kriminellen verschlüsselt wurden. Liebe Freundinnen und Freunde, Freunde, das ist die digitale Welt. Das ist sie nicht von morgen, sondern das ist sie schon heute. Und wieso spreche ich darüber, über dieses Überwachungsinstrument wie diese Puppe, über Angriffe auf Krankenhäuser oder auf unsere Kommunalverwaltung? Liebe Freundinnen und Freunde, der digitale Wandel ist da und er macht keinen Bogen um Nordrhein-Westfalen herum. Unser Alltagsleben wird digitalisiert, egal ob auf der Arbeit, in der Uni oder zu Hause. Jedes Wort, jeder Schritt und fast jedes Gefühl wird verdartet und all das fängt schon im Kinderzimmer an. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will das nicht. Ich will nicht, dass auf der Grundlage von solchen Daten von mir und von uns allen entschieden wird, was wir zu welchem Preis noch einkaufen dürfen. Dass entschieden wird, welche Wohnung wir noch bekommen oder welchen Vertrag wir abschließen können. Welche Behandlung im Krankenhaus noch überhaupt bezahlt wird. All das will ich nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, stattdessen will ich, dass wir hier als Nordrhein-Westfalen konsequente Antworten liefern. Wir müssen nämlich den digitalen Aufbruch als Chance verstehen, gerade in der Bildung für mehr Teilhabe. Wir müssen unseren Mittelstand fit machen für das digitale Zeitalter, um zukunftsfähige Arbeitsplätze zu sichern. Und wir müssen die vernetzte Mobilität ausbauen, um gerade in den ländlichen Regionen den ÖPNV zu stärken. Und wir müssen tatsächlich zu jedem Bauernhof Glasfaser legen, damit überhaupt niemand abgehängt wird. Und wir müssen den Datenschutz ernst nehmen, damit Selbstbestimmung weiterhin existiert. Liebe Freunde und Freunde, die Fragen unserer digitalen Zukunft sind entscheidend für Wohlstand, für Teilhabe, für Nachhaltigkeit und auch für unsere Freiheit. Und wir Grüne müssen darauf mit Konzepten und frischen Ideen Antworten finden und unsere digitale Zukunft gestalten. Und dazu will ich meinen Beitrag im kommenden Landesvorstand leisten. Liebe Freunde und Freunde, ich möchte aber auch was anderes machen im Landesvorstand. Ich möchte weiter wie in den letzten zwei Jahren die enge Vernetzung zwischen der Bundes- und der Landesebene vorantreiben. Gerade als Sprecher einer BRG und auch Mitglied unseres Parteirats auf Bundesebene. Und ich möchte unseren Landesverband 2017, kurz vor Ostern, in der heißen Phase, nach Liverpool führen, wo der Rest der europäischen und der globalen Grünen zeitgleich stattfindet. Und ich möchte mit vielen von euch und auch selber mit tausenden anderen Grünen aus der ganzen Welt die Vision einer grüneren Welt diskutieren. Und ich möchte auch im Landesvorstand unsere Partei öffnen für andere Formen, für neue Formen der Beteiligung. Online, ja, aber auch offline. Denn wir müssen unsere Mitglieder mehr beteiligen und gerade auch die Menschen in unserem Land. Wir müssen uns öffnen als Partei für Bewegung, für neue Ideen, für neue Mitglieder. Und in den zehn Jahren, die ich bei der Grün-Jugend aktiv war, da galt immer ein Spruch, einigeln gilt nicht. Und genau das gilt auch für uns Grüne, gerade in Regierungsverantwortung. Liebe Freundinnen und Freunde, wie ihr seht, ich habe einiges vor und würde mich freuen über euer Vertrauen für zwei weitere Jahre im Landesvorstand. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Malte. Es liegen keine Fragen vor. Als nächstes darf sich vorstellen der Versammlung der Hermann Stubbe. Bitte schön, vier Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, angelehnt an eine alte Weisheit brauchen wir als Grüne Partei zwei Dinge. Wurzeln und Flügel. Unsere Wurzeln, das feste Fundament aus Werten und Idealen macht uns bei vielen Menschen, besonders bei jungen Menschen, so attraktiv. Diese Wurzeln waren auch der Grund für mich, 1989 in diese Partei einzutreten. Wir sind die Partei, der auch heute noch die größte Glaubwürdigkeit zugesprochen wird. Diesen Schatz müssen wir hüten. Mit Flügeln meine ich diesmal nicht die Linke oder Realos, sondern die Mittel, die uns in der Demokratie zur Verfügung stehen, um die Werte und Ideale auch umzusetzen. Natürlich ist die Teilnahme in einer sozial-ökologischen Reformregierung optimal und man sollte nichts von vornherein ausschließen. Wenn es aber keine Option auf eine reformorientierte Regierung gibt, haben Parteien auch andere Mittel. Der unglaubliche Erfolg unserer Freundin in Baden-Württemberg zeigt uns, was möglich ist. Von Ihnen können wir hier in NRW bei allen Unterschieden viel lernen. Zusammenhalt, Glaubwürdigkeit und Bürgernähe sind für mich wichtige Stichworte. Dafür ist eine offene und lebendige innerparteiliche Diskussion sehr wichtig. Deshalb unterstütze ich auch die Bemühungen des Landesverbands, neben den klassischen Gremien geeignete Online-Tools auszuprobieren. Für uns Grüne sind die Initiativen und Verbände, die uns nahestehen und die uns immer noch als erster Ansprechpartner sehen, ebenso wichtig. Wir erleben derzeit in Deutschland ein politisches Erdbeben, dessen Folgen noch nicht abschätzbar sind. Das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft ist derzeit gefährdet. Pegida, AfD und brennende Flüchtlingsheime, aber auch die fehlende Solidarität in Europa und die neue Abschottung durch den dreckigen Türkei-Deal, sie stehen für die Erosion des demokratischen und menschenrechtsorientierten Konsenses. Unsere Antwort muss dabei sein, wenn ein Teil unserer Gesellschaft deren Grundlage infrage stellt, dann müssen wir als der andere, der größere und stärkere Teil der Gesellschaft dagegen aufstehen und diesen antidemokratischen Gruppen keinen Fußbreit unseres Landes überlassen. Der wichtigste Nährboden dieser auf Abstiegsangst beruhenden Menschenfeindlichkeit ist die immer wieder klaffende soziale Schere auch und gerade bei uns in Deutschland. Der Kampf um Umverteilung bleibt auch nach dem Desaster bei der letzten Bundestagswahl ein wichtiger Teil des Kampfes um eine gerechte Gesellschaft. Wir Grüne sind mehr als das kleinere Übel. Wir verbinden klare Werte mit dem Blick für das Mögliche. Wir stehen dabei für die Verbindung von Freiheit und Verantwortung, Individualität, Solidarität, von Wirtschaft, Umwelt und Menschen, von traditioneller Heimat und digitalem Wandel. Ich glaube daran, dass es in diesem Land eine reformorientierte Mehrheit links der Mitte geben kann. Auf Dauer kann diese Mehrheit auf Augenhöhe mit der SPD zusammen mit den Linken vielleicht geführt werden oder nicht nur vielleicht. Auch das hat Baden-Württemberg gezeigt. Wir müssen nicht ewig Juniorpartner sein. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin in Münster geboren worden und habe dort die ersten 35 Jahre meines Lebens verbracht. Vor 27 Jahren bin ich dort in diese Partei eingetreten und dort habe ich Grüne städtische Politik gelernt. Seit zwölf Jahren wohne ich im Kreis Steinfurt, der als Zukunftskreis Maßstäbe in Sachen Energiewende sitzt. Ich lebe in Saarbeck, einem Dorf mit 7200 Einwohnern, das sich seit 2009 offiziell Klimakommune nennt und bereits heute viermal so viel Strom regenerativ erzeugt, wie es selbst verbraucht. Bürgerbeteiligung und Transparenz sind dabei selbstverständlich. Auf dem Land ticken die Uhren manchmal anders, aber unser Dorf zeigt, wie viel möglich ist, wenn die Gemeinschaft an einem Strang zieht. Seit vier Jahren gestalte ich als KV-Sprecher und seit sechs Jahren als Mitglied der Kreistagsfraktion Grüne Politik im Kreis Steinfurt. 2013 war ich Kandidat für den Bundestag und 2015 als Landrat. Wir haben 24 Ortsverbände mit durchschnittlich zwölf Mitgliedern. Daher weiß ich aus eigener Erfahrung, wie unterschiedlich die Bedingungen städtischer und ländlicher grüner Politik sind. Wir müssen beide Perspektiven im Blick haben, wenn wir erfolgreich aus den Wahlen im nächsten Jahr kommen wollen. Dafür möchte ich mich im Landesvorstand einsetzen. Mein Name ist Hermann Stubbe, ich bin 47 Jahre alt und will die Themen Bildung und Digitalisierung und den ländlichen Raum im Landesvorstand vertreten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, Hermann. Es gibt eine Frage an dich von Niklas Gessner aus dem Kreisverband Soling. Sie lautet, wie stehst du als mögliches Vorstandsmitglied einer schwarz-grünen beziehungsweise grün-schwarzen Regierung in Nordrhein-Westfalen gegenüber, Klammer auf, falls Rot-Grün keine Mehrheit mehr hat, Klammer zu. Bitte schön, zwei Minuten. Davon möge uns der Wähler oder die Wählerin bewahren, aber ich möchte nichts ausschließen. Natürlich möchte ich eine rot-grüne Regierung weiterführen, natürlich am besten eine grün-rote Regierung, selbstverständlich. Das ist das allererste Ziel, das ist das zweite und das dritte Ziel. Aber natürlich, bevor wir dieses Land nicht regieren, gar nicht regieren oder bevor wir das einer großen Koalition überlassen, müssen wir darüber nachdenken, in den ganz, ganz, ganz sauren Apfel zu beißen. Aber ich möchte nur davor warnen, dass man das irgendwie als Ziel formuliert. Also für mich ist das kein Ziel, was man in irgendeiner Weise möchte. Ich möchte nichts ausschließen, das meine ich ernst, aber ich weiß ganz genau, dass das nicht mein Ziel ist. Vielen Dank. Wir kommen zu den letzten beiden Vorstellungen. Jetzt hat Jörg Thiele das Wort. Bitteschön. Und danach abschließend Robin Wagner. Jörg, du hast das Wort. Vier Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss ein bisschen tiefer machen, dann hört man mich, glaube ich, auch besser. Ich bin Jörg Thiele, 53 Jahre alt, ich lebe in Krefeldt und bin ledig. Ich bin von Beruf Binnenschiffer, Maurer, Kaufmann und staatlich anerkannter Erzieher. Seit etwa 20 Jahren bin ich Mitglied bei den Grünen. Zunächst im Landesverband Rheinland-Pfalz, später im KV Euskirchen, seit 2011 und seit 2013 in meiner Heimatstadt Krefeld. Ich bin aktiv in den LAG'en, Mobilität und Verkehr, Christinnen und Tourismus. Als Sprecher der LAG Mobilität und Verkehr stehe ich für eine gleichberechtigte Mobilität zwischen den einzelnen Verkehrsträgern. Mobilität für alle zu sichern und dennoch nicht weiter Raubbau an der Umwelt zu betreiben, ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wie können wir alternative Mobilitätskonzepte entwickeln und in der Gesellschaft und Politik verankern? Wie kann der Mensch seine individuellen Mobilitätsbedürfnisse befriedigen, ohne endliche Ressourcen vollends aufzubrauchen? Wie kann Verkehr, auch Transportverkehr, mit möglichst geringen Emissionen stattfinden? Wie geht grüner Verkehr? Diese Themenfelder möchte ich in die Vorstandsarbeit einbringen und dabei systemische Vernetzung an den Schnittstellen zu anderen Themenbereichen anstreben. Um aber die Wählerinnen zu erreichen, brauchen wir einfache grüne Botschaften. Beispiele wie zu Fuß gehen entspannt, Radfahren macht glücklich und hält fit, Bahnfahren kann ein Abenteuer sein. Oder besser, Bahnfahren ist ein Abenteuer. Vor allen Dingen, wenn man oft die abenteuerlichen Zeitrechnungen der Bahn so über sich ergehen lassen muss. Aber immerhin, solche positiven Botschaften transportieren nur wir Grünen. Im Land, wie auch im Bund. Individuelle Mobilität für alle darf sich daher nicht nur auf den motorisierten Verkehr beschränken. Wir NRW-Grünen arbeiten bereits an der Schubumkehr. Es wird Zeit für eine echte Verkehrswende mit einer gerechten Verteilung der Gelder. Weniger für die Straße, mehr für Schiene, für Wasserstraße, für Fuß- und Radverkehr und für den ÖPNV. Wir müssen die automobilgeprägte Politik von Schwarz, Rot und Gelb der letzten Jahrzehnte überwinden. Mit einer Mobilitätsoffensive, die auf Vielfalt setzt. Dafür braucht es uns Grüne. Autos mit Diesel- und Benzinmotoren sollten daher in 15 bis 20 Jahren nicht mehr zugelassen werden und alternative Antriebe bedürfen einer staatlichen Förderung. Andernfalls verfehlen wir die Klimaziele von Paris. Denn der Verkehr ist der einzige Sektor, der steigende Emissionen aufweist. Auch hinterlässt der Verkehr marode Brücken und Straßen in NRW. Der Lkw-Verkehr ist für 90% der Straßenschäden verantwortlich und muss folglich in die Pflicht genommen werden. Daher ist die Ausweitung der Lkw-Maut dringend erforderlich. Wir brauchen keine Dobrindsche Pkw-Maut mit bayerischem Aufdruck. Verkehrsminister Dobrindt, der EU-Richtlinie nicht umsetzt, der ÖPP-Pläne schmiedet, der mit der Verschleppung des Abgasskandals und mit einem Bundesverkehrswegeplan auffällt, welcher die Straße mit vielen Neubauprojekten bevorzugt, ist für ein modernes Deutschland nicht tragbar. Dieser Verkehrsminister gehört aufs Abstellgleis, liebe Freundinnen und Freunde. Und zum Schluss noch ein Gedanke und ein Blick auf die soziale Spaltung unserer Gesellschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich, das wissen wir alle, geht immer weiter auseinander. Das bereitet mir große Sorgen. Ich denke, wir müssen zurück zu einer solidarischen Gemeinschaft, zu einer gerechten Verteilung der Lasten. Stichworte sind für mich in diesem Zusammenhang Kapitalertragssteuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Spitzensteuersatz. Eigentum verpflichtet. Grüne Politik sollte mit glaubwürdiger Politik auf Wohlstand für alle hinwirken. Ich möchte dabei helfen, diese Glaubwürdigkeit nach außen zu tragen und somit auch neue Wählerschichten zu erreichen. Ich bin Jörg Thiele, ich kandidiere für den Landesvorstand. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Ampel auf grün schaltet, damit der neue Landesvorstand mit diesem Thema gut besetzt wird. Frei nach dem Motto, klimafreundlich, sozialmobil, grünmobil. Vielen Dank. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank. Es liegen keine Fragen vor. Dann darf sich abschließend der Versammlung vorstellen der Robin Wagner. Bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde, bevor ich mehr zu den Themen meiner Kandidatur sage, erzähle ich euch was zu meiner Person. Denn ihr wählt ja nicht nur die drei bis fünf Themen, die ich hier ansprechen kann, sondern wählt Vorstandsmitglieder, die auch zu ganz vielen anderen Themen Meinungen haben müssen. Und dazu sollt ihr wissen, was meine Meinung prägt. Also mein Name ist Robin Wagner. Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet Vater eines Sohnes und lebe gemeinsam mit meinen Schwiegereltern und meiner Frau und meinem Sohn in einem Dreigenerationenhaus in ländlicher Lage. Ich arbeite beruflich als Richter in der Sozialgerichtsbarkeit in Münster, war vorher beim Städte- und Gemeindebund mit Zuständigkeit für Schule, Kultur, Sport und Friedhöfe und engagiere mich neben der Politik als Mitglied des Kirchenvorstandes. Bei den Grünen bin ich seit 1996, war lange im Rat und habe im letzten Jahr mit einem Schwerpunkt auf Bürgerbeteiligung und offener Verwaltung als Bürgermeister in Bad Salzuflen kandidiert und freue mich immer noch, mit 29 Prozent der Stimmen nur knapp hinter den beiden Kandidaten von CDU und SPD gelegen zu haben. Auch wenn ich mich, glaube ich, noch mehr freuen würde, wenn es die 600 Stimmen zur Stichwahl gewesen wären. Ich habe bei meiner Bewerbung als Schwerpunktthemen Innenpolitik und Kommunales angegeben. Nicht, weil ich glaube, dass das die wichtigsten Themen unserer Partei wären. Unser politischer Kern, unsere Kernkompetenz ist und bleibt der Umwelt- und Klimaschutz. Ohne entschiedenen Klimaschutz können wir uns tatsächlich alle anderen Politikfelder sparen. Das ist keine politische Frage, sondern eine Existenzfrage für unsere Spezies. Aber weil das wahnsinnig dämliche, immer wieder gebrachte Argument habt ihr nichts Wichtigeres zu tun, kein politisch taugliches Argument ist, ist es gut und wichtig, dass Grüne sich auch für andere Themen engagieren. Bei mir sind das neben Bildungs- und Sozialpolitik, die ich beruflich kenne, vor allem Innen- und Kommunalpolitik und in der letzten Woche waren es zwei Zeitungsmeldungen, die mich noch mal darin bestärkt haben, wie wichtig Grüne Innenpolitik ist. Einerseits der Generalbundesanwalt ermittelt wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung in Freital und andererseits das Bundesverfassungsgericht hat Teile des BKA-Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Wir erleben zur Zeit eine der schärfsten politischen Zuspitzungen der vergangenen Jahrzehnte und das sind nicht nur die unerträglichen Sympathiezuwächse für die radikale Rechte, sondern auch die regelmäßigen und sich gegenseitig überbietenden Grundrechtseinschränkungspläne von CDU und SPD. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine starke, werteorientierte Bürgerrechts- und Rechtsstaatspartei in der politischen Landschaft haben. Liebe Freundinnen und Freunde, wer meint, den Leviathan der ungehemmten Staatsgewalt loslassen zu müssen, der sorgt dafür, dass Thomas Hobbes tatsächlich Recht behält. Denn wer wie ein Feind behandelt wird, der verhält sich irgendwann wie ein Feind und so wird tatsächlich der Mensch des Wendmenschen Wolf. Wer Bedrohung der Sicherheit mit Bedrohung der Freiheit beantwortet, der bekommt aber keine zusätzliche Sicherheit, sondern nur eine Verschärfung von Gewalt und Rohheit, wie wir mit einem Blick über den Atlantik sehen können. Applaus Und wenn Innenminister de Maizière sich jetzt darüber aufregt, dass das Bundesverfassungsgericht das BKA-Gesetz nicht ganz so toll fand, dann finde ich das schon ehrlich gesagt mehr als kurios. Wer meint, dass verfassungsrechtliche Vorgaben nicht etwa die Grenze politischer Gestaltung sind, sondern ein Mindestrahmen, den man immer überbieten muss, der braucht sich nicht wundern, dass Gesetze irgendwann aufgehoben werden. Ich kandidiere mit dem Votum meines Bezirksverbandes für den Landesvorstand und möchte mich auch dort dafür einsetzen, dass wir Grünen uns gegen den Abbau von Rechten der Einzelnen, gegen eine Politik, die die Schwachen der Gesellschaft gegeneinander ausspielt, aber für einen demokratischen, sozialen und im wirklichen Sinne liberalen Staat in einer offenen Gesellschaft einsetzen. Dafür brauchen wir Bündnispartner über unsere klassische Klientel hinaus und wenn uns das gelingen soll, dann müssen wir auch in den Kommunen stark sein. Dann müssen wir alle Kompetenzen zusammenbringen, die wir haben und wir haben wahnsinnig starke Kompetenzen in den Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten und in den Verwaltungen. Mir ist es wichtig, dass es uns gelingt, das Wissen, die Erfahrung und die Einschätzung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern besser in die landespolitische Meinungsbildung und Lösungssuche einzubinden. Und mir ist es wichtig, dass wir durch eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen Landes- und kommunaler Ebene dort noch stärker werden, wo wir schon heute stark verankert sind. in den Kreisen, Städten und Gemeinden und nicht nur in Telgte. Und dafür bitte ich euch um eure Stimme für den Landesvorstand. Vielen Dank. So, es liegen keine Fragen für Robin vor. Und jetzt geht's los. Wir gehen in den Wahlgang. Ich mache euch nochmal aufmerksam, dass ihr in jedem Wahlgang jeweils so viele Stimmen habt, wie in diesem Wahlgang Mitglieder des Landesvorstandes zu wählen sind. In diesem Wahlgang, den wir jetzt durchführen, gibt es acht Plätze, die zu besetzen sind. Das heißt, ihr habt maximal acht Stimmen. So, wie könnt ihr die verteilen, wenn ihr das einblendet hinter mir? Siehst du das schon? Jo. Das heißt, wenn ihr für den Mike Barbenhauser-Heide eure Stimme abgeben wollt, dann müsst ihr die drei drücken, die vier für Janosch Dahmen, fünf für Max-Christian Derichsweiler, sechs für Sven Giegold, die sieben für Dominik Hallau, für acht Bruno Jöpkes, die neun für Saeed Kellesch, zehn Ralf Kirchhoff, elf Merdat Mosofizadeh, zwölf Simon Rock, dreizehn Raul Rosbach, vierzehn Malte Spitz, fünfzehn Hermann Stubbe, sechzehn Jörg Thiele, siebzehn Robin Wagner. Ich eröffne den Wahlgang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie konnten alle ihre Stimme abgeben. Gibt es noch irgendjemanden, der seine Stimme nicht abgeben konnte? Ah ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Vielen Dank. So, ich frage nochmal. Sie konnten jetzt alle ihre Stimme abgeben? Ich sehe keine Hand, keinen Widerspruch. Doch, da vorne, alles klar. Dann müssen wir nochmal warten. Amen. 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 Jetzt, wunderbar. So, letztes Mal gefragt, konnten alle ihre Stimme abgeben? Ich sehe keinen Widerspruch, dann schließe ich den Wahlgang. Amen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Dominik Hallau 64, auf Bruno Jöpges 108, auf Said Kellesch 44, auf Ralf Kirchhoff 10, auf Merdat Mostofizadeh 131, auf Simon Rock 129, auf Raul Rosbach 121, auf Malte Spitz 128, auf Hermann Stubbe 115 und auf Jörg Thiele 81. So die Zahlen. Die seht ihr jetzt hoffentlich auch eingeblendet oder blendet die mal ein. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Wahlgang, wo sechs Plätze zu besetzen sind. Unser Wahlverfahren sieht vor, für den zweiten Wahlgang scheiden alle aus, die weniger als 15% der gültigen Stimmen im ersten Wahlgang erhalten haben. Das ist bei Ralf Kirchhoff der Fall. Der darf im zweiten Wahlgang nicht mehr antreten und ich frage jetzt alle anderen, weil sie dürfen, frage ich der Reihe nach alphabetisch ab, ob sie für einen zweiten Wahlgang wieder antreten. Und dann macht die Technik uns eine neue Liste und dann gehen wir in den Wahlgang. Ich fange an. Mike, trittst du wieder an? Mike, ja. Janosch, trittst du wieder an? Janosch, auch ja. Max, Christian, auch ja. Dominik, auch ein Ja. Bruno, auch ein Ja. Ja. Saeed, auch ein Ja. Ja. Auch ein Ja. Merdat, auch ein Ja. Simon, auch ein Ja. Raul, auch ein Ja. Malte, auch ein Ja. Hermann, auch ein Ja. Jörg. Ja. 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 So. Dann bitte ich die Technik, das vorzubereiten. So, sortiert euch. Und bevor ich den Wahlgang eröffne, noch mal vorlese. Sag mal, Terry, hast Sven schon gefragt, ob er die Wahl annimmt? Okay, Robin, du nimmst auch die Wahl an, haben beide die Wahl angenommen. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal auch für das Protokoll. So, also, wenn ihr den Mike Babenhauser Heide wählen möchtet, hier hat die Nummer 3. Janosch Dahm hat die 4. Max-Christian Derichsweiler hat die 5. Dominik Hallau die 6. Bruno Jöpkes die 7. Saeed Kellisch die 8. Merdat Mosfizadeh die 9. Simon Rock 10. Die 11 hat Raul Rosbach. 12 Malte Spitz. Die 13 Hermann Stubbe. Und die 14 Jörg Thiele. 1 Enthaltung. 2. Wenn ihr alle ablehnt, ich eröffne den Wahlgang. Ich sag's nochmal, 6 Plätze sind zu vergeben. Ihr habt maximal 6 Stimmen. 2. Zwei haben wir ja gerade gewählt, Sven Giegold und Robin Wagener. 2. Zwei haben wir ja gerade gewählt, Sven Giegold und Robin Wagener. 2. Zwei haben wir ja gerade gewählt, Sven Giegold und Robin Wagener. 3. Zwei haben wir ja gerade gewählt. So, ich warte nochmal ein bisschen. Gibt es ein Technikproblem? Da vorne die junge Dame. Gibt es jemanden, der seine Stimme noch nicht abgeben konnte? Dann bitte ich um das Handzeichen. Ich sehe keinen Widerspruch. Das heißt, alle konnten ihre Stimme abgeben. Damit schließe ich den Wahlgang. Das heißt, alle konnten ihre Stimme abgeben. Das heißt, alle konnten ihre Stimme abgeben. Das heißt, alle konnten ihre Stimme abgeben. So, ihr Lieben, wir haben ein Ergebnis. Das Quorum liegt bei 137 Stimmen. Es gab 2 Enthaltungen und 3 Nein-Stimmen. Ich nehme es vorweg. Es hat niemand das Quorum erreicht. Ich gehe es einzeln durch. Ja, immer mit der Ruhe. Also, auf. Ich gehe es noch mal alphabetisch jetzt durch. Auf Mike Babenhauser-Heide. Leute. Entfielen 99 Stimmen. Auf Janosch Dahmen 115 Stimmen. Auf Max Christian Derichsweiler 105 Stimmen. Auf Dominik Hallau 53 Stimmen. Auf Bruno Jöpkes 103 Stimmen. Auf Said Kellisch 29 Stimmen. Auf Merdard Mosefizade 131 Stimmen. Auf Simon Rock 121 Stimmen. Auf Raul Rosbach 115 Stimmen. Auf Malte Spitz 120 Stimmen. Auf Hermann Stubbe 107 Stimmen. Und auf Jörg Thiele 76 Stimmen. So, das heißt, es ist niemand, der das Quorum erreicht hat. Wir brauchen einen dritten Wahlgang. Beim dritten Wahlgang sind wieder 6 Plätze zu besetzen. Aber laut Wahlverfahren für den dritten Wahlgang scheiden alle aus, die weniger als 25% der gültigen Stimmen im zweiten Wahlgang erhalten haben. Das ist der Fall hier bei Said Kellisch und Dominik Hallau dürfen im dritten Wahlgang nicht mehr kandidieren. Und ich frage jetzt alle anderen nochmal alphabetisch ab, ob sie für einen dritten Wahlgang zur Verfügung stehen. Mike, Mike macht weiter und sagt ja. Janosch, Janosch ja. Max, Christian, auch ja. Bruno, Merdard, auch ja. Simon Rock, auch ja. Raul, auch ja. Malte, auch ja. Hermann? Hermann? Auch ja. Jörg? Ah, Jörg darf, natürlich. Jörg, was hast du gesagt? Nein, Jörg kandidiert nicht mehr. Applaus Gut, dann bitte ich die Technik, die Liste vorzubereiten. So, die Marianne möchte euch noch eben was mitteilen. So, ein kurzer Hinweis für alle, auch für die das vorbereitet haben. Die Workshops finden natürlich auf jeden Fall statt. Sie beginnen nur etwas später. Und was wir heute dann noch machen, entscheiden wir, wenn diese Wahl des Landesvorstands abgeschlossen ist. Aber für alle Moderatorinnen und Moderatoren eure Mühe, weil nicht umsonst die Workshops machen wir auf jeden Fall. Applaus So, der dritte Wahlgang. Wahlgang. Maik Babenhauser-Heide hat die Nummer 3. Nummer 4, Janosch Dahm. Nummer 5, Max-Christian Derichsweiler. Nummer 6, Bruno Jöpkes. Nummer 7, Merda Musifizade. Nummer 8, Simon Rock. Nummer 9, Raul Rosbach. Nummer 10, Malte Spitz. Nummer 11, Hermann Stubbe. 1, Enthaltung. 2, wenn man niemanden wählen will. Ich eröffne den Wahlgang. Und denkt dran, 6 Plätze sind zu besetzen. Ihr habt maximal 6 Stimmen. Ent rides mit 5 Stimmen. Nummer 7, in der Geschäft ... Nummer 9, Herr ... logistics Smitter Sensor ... 10,oked by Monti ... Nummer 7,jd, ... …Gelätter Sala ... …Native und Ben soient mit 5 Stimmen. ... Es ist einfach so, es ist ... … 1,1, 30. … … – … Vielen Dank. 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 Glückwunsch. Und wechseln dafür aber im Präsidium. Dann habt ihr ein bisschen Zeit noch mal zu quatschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und... 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 darin gebildet. Ihr Lieben, wir wollen langsam weitermachen, also kommt bitte zur Ruhe, setzt euch. Ich sage schon mal, wie wir jetzt gleich weitermachen hier im Ablauf. Ich werde gleich diejenigen, die gerade schon in den ersten drei Wahlgängen waren, fragen, ob sie jetzt in dem neuen ersten Wahlgang, den wir starten werden, wieder antreten. Und ich bitte all die, auf die das nicht zutrifft, die jetzt neu kandidieren wollen, müssen bitte ihre Kandidatur schriftlich bei der Antragskommission einreichen. Da, wo Carsten gerade mit den Zetteln wirkt, winkt. Die, die vorher schon kandidiert haben, werde ich gleich abfragen. Die müssen sich jetzt gleich nicht nochmal neu einwerfen. Da haben wir ja Namen und Kreisverband schon hier. Dann. 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 Können vielleicht diejenigen, die draußen sind, langsam reinkommen und diejenigen, die an der Tür stehen, diejenigen vielleicht langsam reinbitchen? So, liebe Freundinnen und Freunde, wir steigen jetzt ein in den neuen ersten Wahlgang. Wer noch nicht sitzt, ändert das bitte. Ich werde jetzt alle, von denen eine schriftliche Bewerbung vorliegt, unabhängig davon, wie die ersten Wahlgänge ablaufen, abfragen und neue KandidatInnen bitten, sich vorne bei der Antragskommission zu melden und dort einzuwerfen. Ich frage der Reihenfolge nach, Maik, Babenhauser-Heide, trittst du noch mal an? Oder im ersten Wahlgang an? Ja, Maik tritt an. Janosch, trittst du an? Ja. Janosch tritt an. Max Derichsweiler, trittst du an? Ja. Ja, er tritt an. Dominik Hallau? Nein. Ja? Was? Nein. Nein. Okay, tut mir leid, das war nicht ganz verständlich von hier vorne. Bruno, trittst du an? Ja. Seid Kellesch, trittst du an? Nein. Simon, trittst du an? Ja. Raul, trittst du an? Ja. Malte, trittst du an? Ja. Hermann, trittst du an? Ja. Jörg, trittst du an? Nein. Ralf Kirchhoff ist nicht da, wir können ihn nicht fragen, deshalb nehmen wir ihn mit ins Verfahren. Also wir können ihn ja nicht fragen und da er nicht Nein sagen kann, gehen wir davon aus, weil er eine schriftliche Bewerbung eingereicht hat, dass er kandidiert. Gibt es weitere Kandidaten, die es bisher noch nicht nach vorne geschafft haben? Es liegt bisher keine weitere Kandidatur vor? Das sehe ich nicht, dann ist die Bewerbeliste damit geschlossen und ich lese noch mal vor, wer jetzt in dem neuen ersten Wahlgang antritt. Es gibt fünf zu besetzende Plätze, das heißt, ihr habt maximal fünf Stimmen zur Verfügung. Die Technik bereitet gerade vor, dass ihr seht, was ihr wählen könnt und dann lese ich noch mal vor, mit welcher Taste ihr welche Kandidaten wählen könnt. Ja genau, das hat man nicht durchgesprochen, aber das ist noch gemerkt. Ja, sonst kommen wir gleich durch. Okay, anscheinend. So, alle Kandidaten, die jetzt zur Wahl stehen, haben sich bereits vorgestellt, das heißt, es gibt keine weiteren Vorstellungen. Ihr könnt jetzt wählen mit drei Mike Babenhauser-Heide, mit vier Janosch Dahmen, mit fünf Max Derichsweiler, mit sechs Bruno Jöpkes, mit sieben Ralf Kirchhoff, mit acht Simon Rock, mit neun Raul Rosbach, mit zehn Malte Spitz und mit elf Hermann Stubbe. Wenn ihr euch enthalten wollt, könnt ihr mit einstimmen und wenn ihr nein für alle sagen möchtet, mit der zwei, maximal fünf Stimmen könnt ihr abgeben und der Wahlgang ist damit geöffnet. Vielen Dank. Gibt es technische Probleme bei jemandem? Dann bitte melden, damit unser Technik-Team da zur Verfügung steht und zu euch kommen kann. Ja, da ganz vorne links von uns aus, Techniker ist unterwegs. Gibt es weitere technische Probleme? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann warten wir da mal ab. Konnte jemand noch nicht seine Stimme abgeben? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann ist der Wahlgang hiermit geschlossen. Dankeschön. Dankeschön. Amen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ein Ergebnis. Es sind 271 Stimmen abgegeben und gültig. Das Quoren liegt damit bei 136. Und ich verrate euch, wir haben eine weitere Person für den Landesvorstand gewählt. Und das ist mit 161 Stimmen Max Derichsweiler. Ich lese vor in alphabetischer Reihenfolge, wie sich die Stimmen sonst verteilt haben. Auf Maik Babenhauser-Heide 129 Stimmen, auf Janosch Dahmen 112, auf Bruno Jöpkes 125, auf Ralf Kirchhoff 7, auf Simon Rock 127, auf Raul Rosbach 111, auf Malte Spitz 107, auf Hermann Stubbe 105. Das bedeutet, nach dem abgestimmten Wahlverfahren dürfen in einem zweiten Wahlgang alle antreten, die mehr als 15% der Stimmen auf sich vereinigt haben. Das sind bis auf Ralf Kirchhoff alle. Das bedeutet, ich gehe dem Alphabet nach durch und frage, wer für einen zweiten Wahlgang zur Verfügung steht. Mike, trittst du im zweiten Wahlgang an? Ja. Janosch? Ja. Bruno? Ja. Simon? Ja. Raul? Ja. Malte? Ja. Hermann? Ja. Das bedeutet, wir haben jetzt die Hälfte der zu wählenden offenen Plätze vergeben, die Hälfte ist noch übrig, das sind maximal vier Stimmen, die ihr deshalb abgeben könnt. Ihr könnt wählen mit drei, Mike Babenhauser-Heide, mit vier, Janosch Dahmen, mit fünf, Bruno Jöpkes, mit sechs, Simon Rock, mit sieben, Raul Rosbach, mit acht, Malte Spitz und mit neun, Hermann Stubbe. Mit eins könnt ihr euch enthalten und mit zwei, Nein-Stimmen. Der Wahlgang ist damit eröffnet. Der Wahlgang ist damit eröffnet. Der Wahlgang ist damit eröffnet. Gibt es technische Probleme? Ich sehe das ganz hinten, Techniker ist unterwegs, gibt es weitere technische Probleme? Das sehe ich nicht. Konnte jemand seine oder ihre Stimme noch nicht abgeben? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann ist der Wahlgang hiermit geschlossen. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ein Ergebnis und ich kann euch vorweg sagen, es bleibt alles beim Alten. Deshalb lese ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge vor, wie sich die Stimmen verteilt haben. Es gab 270 gültige abgegebene Stimmen. Das Quorum liegt damit bei 136. Wenn ihr euch ein bisschen beruhigt, erfahrt ihr die Ergebnisse, bevor wir sie anstrahlen. Auf Mike empfehlen 128 Stimmen. Auf Janosch 101. Auf Bruno 129. Auf Simon 123. Auf Raul 111. Auf Malte 107. Und auf Hermann 99. Gemäß unseres verabschiedeten Wahlverfahrens können in einen dritten Wahlgang alle gehen, die mehr als 25% der Stimmen erreicht haben. Das ist bei allen der Fall. Deshalb frage ich ab in der Reihenfolge. Mike trittst du für einen dritten Wahlgang an? Ja. Janosch? Ja. Bruno? Ja. Simon? Ja. Raul? Ja. Malte? Ja. Hermann? Ja. Ja. Dann haben wir im dritten Wahlgang die gleichen Möglichkeiten wie im zweiten. Ihr habt weiterhin bis zu vier Stimmen, die ihr abgeben dürft. Mit drei könnt ihr für Mike wählen, mit vier für Janosch, mit fünf für Bruno, mit sechs für Simon, mit acht für Malte, mit sieben für Raul, acht für Malte, neun für Hermann. Mit der eins könnt ihr euch enthalten und mit der zwei Nein stimmen. Der Wahlgang ist damit eröffnet. Mit der eins könnt ihr euch enthalten. Gibt es technische Probleme bei jemandem? Bitte meldet euch. Das sehe ich nicht. Konnte jemand aus anderen Gründen seine Stimme noch nicht abgeben? Ja, da sehe ich einige. Konnte noch jemand seine Stimme nicht abgeben? Es gibt eine Meldung, aber ich glaube, das ist ein Kind. Dann ist der Wahlgang hiermit geschlossen. Ja. 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 Und Button. Ja. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ein Ergebnis in dem dritten Wahlgang für die weiteren Mitglieder des Landesvorstands offene Plätze. Es gab noch vier zu vergebene Plätze und ich kann euch sagen, einen haben wir mehr. 267 Stimmen wurden abgegeben. Das Quorum liegt bei 134. Mit 137 Stimmen gewählt ist Bruno Jöckes. Ich sage euch jetzt erstmal, wie sich die weiteren Ergebnisse verteilen und dann, wie wir weitermachen. Auf... Dankeschön. Es gab eine Entschaltung, zwei Nein-Stimmen. Auf Mike entfielen 128 Stimmen. Auf Janosch 97. Auf Simon 120. Auf Raul 97. Auf Malte 93. Auf Hermann 94. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen eine kleine Pause und die Kandidaten, die noch sich da beworben hatten, werden gebeten, sich mal hier vorne einzusammeln und mit dem bereits gewählten geschäftsführenden Landesvorstand zu sprechen. Ich frage offiziell nochmal. Bruno, nimmst du die Wahl an? Bruno nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Bitte geht nicht aus dem Raum raus, wenn es nicht gesundheitlich nötig ist, damit wir, sobald sich die Situation geklärt hat, direkt weitermachen können. Sagg decisiv, bitte nicht. ... ... Vielen Dank. 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 Ich bitte euch langsam wieder auf eure Plätze zu gehen, die Ballungszentren in den Gängen aufzulösen, damit wir in einem geordneten Verfahren weitermachen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zur Ruhe kommen. Das wäre fantastisch, weil es beschleunigt das Verfahren. Auch der Andrang hier vorne. Ich frage ab. Raul Rosbach? Ja. 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 Und Ralf Kirchhoff ist. Er ist immer noch nicht da. Danke, Ja. 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 jemand bisher seine Stimme noch nicht abgeben? Ja, ist das ein technisches Problem oder ein politisches? Ein politisches, okay. Gut, Ding will Weile haben. Gibt es, ich sehe keine technischen Probleme. Gibt es noch jemand, der seine Stimme noch nicht abgeben konnte? Das sehe ich nicht, dann ist der Wahlgang hiermit geschlossen. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ein Ergebnis. Es sind 267 Stimmen abgegeben worden. Das Quorum liegt damit bei 134. Das Quorum hat keiner der Kandidaten erreicht. Ich lese jetzt die Ergebnisse vor. Es hat sich keine Person enthalten und es gab zwei Nein-Stimmen. Auf Mike entfielen 126 Stimmen. Auf Janosch 128. Auf Ralf 5. Auf Simon 126. Auf Raul 84. Auf Malte 69. Und auf Hermann 78. Das bedeutet, in einem zweiten Wahlgang dürften antreten alle, die mehr als 15% der Stimmen bekommen haben. Das sind außer Ralf alle. Ich frage der Reihenfolge nach ab, ob ihr in einen zweiten Wahlgang gehen möchtet. Mike? Ja. Janosch? Ja. Simon? Ja. Raul? Ja. Malte? Ja. Hermann? Ja. Damit gehen wir in den zweiten Wahlgang mit folgenden Auswahlmöglichkeiten. Mit der 3 für Mike, mit 4 für Janosch, mit 5 für Simon, mit 6 für Raul, mit 7 für Malte, mit 8 für Hermann, 1 Enthaltung, 2 Nein. Der Wahlgang ist eröffnet. inteil. Mann, was ist das üffnet? Vielen Dank. Gibt es weitere technische Probleme? Das scheint nicht der Fall zu sein, deshalb warten wir gerade noch kurz ab. Konnte jemand seine Stimme noch nicht abgeben? Sehe ich nicht, dann ist der Wahlgang hiermit geschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ein Ergebnis. Im zweiten Wahlgang gab es 262 abgegebene und gültige Stimmen. Das Quorum liegt damit bei 132. Eine Person hat das Quorum erreicht. Mit 135 Stimmen gewählt ist Janosch Dahmen. Ich lese die Ergebnisse vor. Es gab keine Enthaltung und keine Nein-Stimme. Auf Mike empfiehlen 124 Stimmen, auf Simon 130, auf Raul 83, auf Malte 51, auf Hermann 72. Das bedeutet, in einem dritten Wahlgang dürfen alle antreten, die mehr als 25% der Stimmen bekommen haben. Das trifft zu auf alle außer Malte. Das heißt, ich frage die Verbliebenen ab. Mike, möchtest du in einen dritten Wahlgang? Ja. Simon? Ja. Raul? Ja. Hermann? Hermann? Ja. Das bedeutet, wir haben einen dritten Wahlgang. Es gibt noch zwei zu vergebende Plätze, also maximal zwei Stimmen. Ihr könnt wählen mit drei Mike Babenhauser-Heide, mit vier Simon Rock, mit fünf Raul Rosbach, mit sechs Hermann Stubbe, mit eins Enthaltung, zwei Nein. Der Wahlgang ist damit eröffnet. Ich sage es nochmal, ihr habt maximal zwei Stimmen. Ich sage es nochmal, ihr habt maximal zwei Stimmen. Wenn es technische Probleme gibt, macht das bitte deutlich. Ich sehe das aber nicht. Gibt es jemanden, der seine Stimme noch nicht abgeben konnte? Gibt es jemanden, der seine Stimme noch nicht abgeben konnte? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann ist der Wahlgang hiermit geschlossen. Gibt es jemanden, der seine Stimme noch nicht abgeben kann? Wir haben ein Ergebnis. Es gab 269 abgegebene und gültige Stimmen. Das Quorum liegt bei 135. Dieses Quorum wurde erreicht mit 150 Stimmen von Simon Rock. Es gab keine Enthaltung, sechs Nein-Stimmen. Auf Mike entfielen 129 Stimmen. Auf Raul 82 und auf Hermann 77. Damit ist von den drei niemand gewählt. Das bedeutet, wir steigen ein viertes Mal in einen ersten Wahlgang ein. Aber wir müssen erst fragen, ob Simon die Wahl annimmt. Simon nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen eine kleine Pause. Wir machen eine kleine Beratungspause. Wir machen eine kleine Pause. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Marianne. Vielen Dank. Vielen Dank. Trittst du an? Ja. Dominik? Nein. Brun? Entschuldigung, wir haben ja das nicht ganz. Zeit? Nein. Raul? Ja. Malte? Malte? Malte tritt nicht wieder an und möchte... Wir fragen aber erst die anderen durch. Ja, okay. Dann Hermann? Ja. Jörg? Nein. Und den Ralf Kirchhoff nehmen wir wieder mit ins Verfahren. Malte, dann hast du noch kurz die Möglichkeit. Zwei Minuten bitte. Maximal. Ich werde es abkürzen. Ich werde es abkürzen. Ich werde jetzt beim ersten Wahlgang, glaube ich, der zehnte Wahlgang ist, werde ich nicht nochmal antreten. Wollte mich für zwei spannende Jahre im Vorstand bedanken. Möchte die Partei aufrufen. Denkt darüber nach, wie ihr wählt. Regionalproporz ist wichtig, aber wir sind eine politische Partei. Und da gibt es natürlich auch andere Sachen, die auch wichtig sind. Und wir sollten uns nicht wegen solchen Kleinigkeiten hier permanent auf LDK selber blockieren. Vielen Dank. Lieber Malte, vielen Dank für deine Erklärung. Vielen Dank für deine sehr große Entscheidung, jetzt nicht nochmal anzutreten. Ich habe zwei Jahre mit dir im Landesvorstand zusammenarbeiten dürfen. Du warst immer verlässlich, wirklich das Rad, was zwischen Parteirat, Bundespartei und Landesverband zuverlässig mit eigenen Ideen und sozusagen an der grünen Sache in NRW interessiert war, mitgearbeitet hat. Dafür stellvertretend für die grünen NRW. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gut, dann steigen wir jetzt in das Verfahren ein. Ihr habt jetzt wieder in einem neuen ersten Wahlgang folgende Möglichkeiten. Ihr habt nur noch eine Stimme, weil es nur noch einen letzten Platz zu besetzen gibt. Ihr könnt wählen mit drei Mike, mit vier Ralf, mit fünf Raul, mit sechs Hermann, eins Enthaltung, zwei Nein. Der Wahlgang ist damit eröffnet. Maximal eine Stimme. Ab jetzt. Ab jetzt. Ab jetzt. Gibt es technische Probleme bei irgendjemandem? Das sehe ich nicht. Konnte jemand aus anderen Gründen noch nicht abstimmen? Das sehe ich auch nicht. Dann ist... Dann aber schnell. Ganz schnell, bitte. Gut, dann scheinen alle ihre Stimme abgeben zu haben und der Wahlgang ist geschlossen. Das hat nochmal einen Dreiheition. Ich bin 아 낮 fünfhads. Ich bin Thinko. Das ist doch schön. Das Ding, das Mr. lieber Herr Doom. Das instantly geht relativ Bizaje. Dann hast du einen Dreiheit. Wir haben ein Ergebnis. Es gab 267 abgegebene und gültige Stimmen. Das Quorum liegt damit bei 134. Das Quorum hat keiner der Kandidaten erreicht. Es gab drei Enthaltungen. 15 Nein-Stimmen, auf Maik entfielen 111 Stimmen, auf Ralf 5, auf Raul 70 und auf Hermann 63. Gemäß unseres Wahlverfahrens dürfen in einem zweiten Wahlgang alle, die mehr als 25% der Stimmen erreicht haben, 15% das sind alle außer Ralf. Deshalb frage ich jetzt, Maik trittst du wieder an? Raul trittst du wieder an? Ja. Hermann? Nein. Damit haben wir in einem zweiten Wahlgang noch folgende Möglichkeiten. Ihr habt eine Stimme, ihr könnt diese geben. Für Maik mit der 3, für Raul mit der 4. 1 Enthaltungen, 2 Nein und damit ist der Wahlgang geöffnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es technische Probleme? Das scheint nicht der Fall zu sein. Bevor ich den Wahlgang schließe, bitten wir einmal alle Bewerberinnen und Bewerber für das Landesschiedsgericht und die Rechnungsprüfung hier zu uns nach vorne. Gibt es jemanden, der seine Stimme hier noch nicht abgeben konnte? Das scheint mir nicht der Fall zu sein, dann ist der Wahlgang geschlossen. Wie gesagt, die anwesenden BewerberInnen für das Landesschiedsgericht und die Rechnungsprüfung bitte einmal hier zu uns nach vorne. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ein Ergebnis und wir haben tatsächlich ein Ergebnis. Und wenn ihr alle ganz ruhig seid, verrate ich es euch auch. Es gab 255 abgegebene und gültige Stimmen. Das Quorum liegt damit bei 128. Es gab 6 Enthaltungen, 15 Nein-Stimmen. Auf Maik entfielen 129 Stimmen. Das sind 50,59%. Auf Raul entfielen 105 Stimmen. Damit ist Maik gewählt. Maik, nimmst du die Wahl an? Das deute ich als ein Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, haben wir einen vollständigen, 20-köpfigen Landesvorstand. Aber der Vorsitzende möchte erst mal was sagen. Ich möchte neben der Tatsache, dass wir natürlich allen total herzlich gratulieren und super auf die Zusammenarbeit freuen, aber an dieser Stelle auch noch mal ganz, ganz herzlich Raul Rosbach für seine wirklich großartige Arbeit im Landesvorstand danken. Lieber Raul, wir waren vier Jahre zusammen im Landesvorstand und ich kann wirklich sagen, dass du absolut einer der Aktivposten in diesem Landesvorstand warst. Ich kann nicht alles aufzählen, was du geleistet hast. Du hast das Forum U35 wieder ins Leben gerufen. Du hast in der politischen Personalentwicklung mitgearbeitet bei ganz vielen Themen und wie gesagt, der Raum ist nicht da, das alles zu würdigen. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz klar sagen im Namen von allen im Landesvorstand, vielen, vielen Dank für deine großartige Arbeit und lass dich nicht unterkriegen. Alle gewählten Mitglieder des neuen Landesvorstands, kommt doch bitte mal für ein Gruppenfoto noch mal alle nach vorne. Ja genau, die Frauen, die Frauen haben die schon. Die Frauen haben die schon. Während sich die Gruppe da trifft, sag ich mal, dass wir gleich noch auf jeden Fall die frauenpolitische Sprecherin per Akklamation bestätigen werden. Und wir werden auch den Landesfinanzrat noch wählen, das Landesschiedsgericht, Entschuldigung, das Landesschiedsgericht noch wählen, weil das morgen nicht mehr möglich ist, weil dann die Kandidaten weg sind. Also bitte noch nicht alle weglaufen, bleibt noch einen Moment hier. Und dann wird noch nicht alle weglaufen, bleibt noch einen Moment hier. Und dann wird noch nicht alle weglaufen, bleibt noch einen Moment hier. Und dann wird noch nicht alle weglaufen, bleibt noch einen Moment hier. Und dann wird noch nicht alle weglaufen, bleibt noch ein Moment hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer für die Position der Frauenpolitischen Sprecherin besetzt mit Sophie Caro stimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen mit der Stimmkarte. Jawohl, herzlichen Dank. Die Gegenprobe, gibt es Gegenstimmen? Das sieht nicht so aus. Gibt es Enthaltungen? Wenige Enthaltungen. Damit ist Sophie in ihrer Rolle als frauenpolitische Sprecherin bestätigt. Bestätigt. Viel Erfolg in deiner Arbeit, Sophie. Applaus So, und jetzt kommen wir zum Top 6. Auf eurer Tagesordnung der Wahl zum Landesschiedsgericht. Die Landesschiedsgerichtsordnung sagt, dass Mitglieder des Landesschiedsgerichts die Vorsitzende, dafür haben wir eine Bewerbung vorliegen, und fünf weitere Mitglieder sind. Das Landesschiedsgericht wird entsprechende Vorschriften für die Wahl von Vorstandsmitgliedern unter Beachtung des Frauenstatuts gewählt. Die Mitglieder des Landesschiedsgerichts werden von der Landesdelegiertenkonferenz für zwei Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt, bis ein neues Landesschiedsgericht gewählt ist, längstens jedoch vier Jahre. Sie können nicht abgewählt werden. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Mitglieder von Vorständen der Partei oder ihrer Gebietsverbände oder der Grünen Jugend NRW, Mitglieder, die in einem beruflichen oder finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zur Partei oder zu einem ihrer Gebietsverbände oder der Grünen Jugend NRW stehen, sowie Mitglieder des Landtages, des Bundestages oder des Europäischen Parlaments können nicht Mitglied des Landesschiedsgerichtes sein. Mitglied des Landesschiedsgerichts kann nur sein, wer Mitglied der Partei Bündnis 90 die Grünen im Landesverband NRW ist. Diese Bedingungen erfüllen alle Bewerbungen, die uns vorliegen. Und ich nenne es jetzt mal und sage euch dann den Ablauf, wie wir wählen werden. Als Vorsitzende kandidiert Jelis Budur vom KV Düsseldorf. Die werden wir als erste wählen. Als nächstes wählen wir die Frauenplätze. Dafür stehen zur Verfügung Kira Heiden und Barbara Nagib. Die Barbara Nagib kann jetzt nicht mehr da sein. Die wird von Kira Heiden gleich mit vorgestellt. Das ist die zweite Wahl, die wir dann vornehmen. Und dann wählen wir die offenen Plätze. Dafür haben wir Bewerbungen von Marco Penz als weiteres Mitglied vom KV Oberberg und Sebastian Trautmann vom KV Bonn. Das sind alles Wiederwahlen. Ich frage jetzt, gibt es weitere Kandidaturen? Das sind die, die uns bisher vorliegen. Das sehe ich nicht. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Damit schließe ich dann jetzt auch die Bewerbungsliste. Und wir fangen jetzt an mit der Wahl der Vorsitzenden. Jelis Budur, die bitte ich jetzt nach vorne. Die hat jetzt zwei Minuten Zeit, sich vorzustellen. Ich hoffe, du kommst mit den zwei Minuten hin. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Zeit ist fortgeschritten. Ich fasse mich ganz kurz, wie immer. Mein Name ist Jelis Budur. Ich komme aus Düsseldorf und bin Mitglied im Kreisverband Mühlheim an der Ruhr. In Mühlheim gehe ich auch meinem Beruf nach. Ich bin Rechtsanwältin und Mediatorin. Und ich kandidiere heute wieder für die Position des Vorsitzes im Landesschiedsgericht. Ich bin seit 2008 Mitglied im Landesschiedsgericht und seit drei Amtszeiten in der Position der Vorsitzenden. Ja, in den letzten zwei Jahren haben die Grünen in NRW für uns geglänzt, indem sie nämlich kaum Streitigkeiten an uns herangetragen haben. Das ist nicht nur gut, weil wir dann weniger zu tun haben, sondern es ist auch schön zu sehen, dass die politische Zusammenarbeit der Freundinnen und Freunde offenbar gut klappt. Dennoch ist es gut, eine Instanz wie das Landesschiedsgericht zu haben, um aufkeimende Konflikte auf sachlicher Ebene lösen zu können. Daher möchte ich mich sehr gerne weiterhin diesen interessanten Aufgaben widmen. Ich würde mich freuen, wenn ich mit eurem Vertrauen zwei weitere Jahre mit meinem Team zusammenarbeiten kann. Herzlichen Dank für mich erstmal. Und dann möchte ich noch für sprechen für meine liebe Kollegin Barbara Naguib vom Kreisverband Wuppertal. Sie kann heute leider nicht dabei sein, aus persönlichen Gründen. Ich würde mich auch freuen, wenn Barbara auch euer Vertrauen bekommt und sie wieder Teil meines Teams ist. Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Jellis. Entschuldige den falschen KV, aber in meinen Unterlagen stehst du so. Also KV Mülheim. Gut, wir kommen dann zur Wahl. Das Verfahren 1, Enthaltung. 2, Nein. Mit der 3 wählt ihr die Jellis. Wir haben das gleiche Verfahren wie bei der Landesvorstandswahl, also 50% der Stimmen müssen erreicht sein. Ich glaube aber, wir brauchen jetzt keinen zweiten, dritten Wahlgang, hoffe ich zumindest. Wir schauen mal. Die Abstimmung ist eröffnet. Da gibt es einmal technische Probleme, da in der Mitte. Der Helpling kommt. So, konntet ihr alle jetzt eure Stimmen abgeben? Gibt es jemanden, der nicht abstimmen konnte? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Und jetzt haben wir auch schon ein Ergebnis. Wir haben 196 abgegebene Stimmen. Das Quorum liegt bei 99. Drei Enthaltungen, 24 mal Nein. Jellis mit 169 Stimmen gewählt. Ich frage dich, nimmst du die Wahl zur Vorsitzenden des Landesschiedsgerichtes an? Gut, sie nimmt die Wahl an. Dann können wir direkt weitermachen mit der Wahl der weiteren Frauenplätze. Der beworben haben sich Kira Heiden und Barbara Nagrib. Kira Heiden ist da und hat jetzt Gelegenheit, sich vorzustellen. Wo ist sie? Da ist sie auf dem Weg. Ich sehe das nicht durch den Monitor da. Gut, Kira, auch du hast zwei Minuten für deine Vorstellung. Und die Jellis hat gerade schon was zu Barbara gesagt. Willst du Barbara trotzdem auch noch vorstellen? Ja. Gut, dann kannst du direkt dann da bleiben. Also, aber erst redest du für dich selber. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Ihr habt es mitbekommen, ich möchte erneut im Schiedsgericht einen Platz bekommen. Was soll ich euch versprechen? Ich sollte euch besser nichts versprechen. Das ist unsere Aufgabe, unparteiisch zu sein. Meine politischen Ansichten tun an dieser Stelle auch nichts zur Sache. Was kann ich euch anbieten? Die vierjährige Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe. Außerdem bin ich, wie ihr lesen konntet, wenn ihr es gelesen habt, juristisch etwas bewandert. Ich bin Richterin auf der anderen Seite politisch durchaus auch engagiert, nämlich kommunalpolitisch. In Düsseldorf bin ich Mitglied der Bezirksvertretung. Und all diese Aspekte tragen doch gelegentlich dazu bei, dass man gewisses Verständnis hat für die Positionen, die wir dort zu hören bekommen. Das ist Erik, den wir gerade zu hören bekamen. Der muss jetzt gehen. Das ist mein Sohn. Er hat seit drei Stunden durchgehalten. Ja. Ich möchte weiterhin im Tschitschitzgericht sein, möchte dort versuchen, konstruktiv mit den Leuten eine Lösung für ihre Streitigkeiten zu finden. Und wenn das nicht gelingt, dann entscheiden wir eben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin das Vertrauen aussprecht. Dankeschön. Danke für deine Vorstellung. Und jetzt sag doch einfach noch ein paar Worte zu Barbara. Dass ich die Barbara hier vorstelle, hat sich vorhin telefonisch ergeben. Sie lässt sich entschuldigen, sie bittet um Entschuldigung. Sie kann heute nicht da sein, weil überraschend ihr Mann ins Krankenhaus musste, dessen Zustand sich halt verschlechtert hat. Aus diesem Grund hatte sie auch keine schriftliche Bewerbung abgegeben, weil sie dachte, sie könnte hier sein. Barbara ist aus dem KV Huppertal. Sie ist ebenfalls seit vier Jahren mit uns im Landesschiedsgericht und ist durchaus auch parteipolitisch sehr engagiert. War in der LAG Wirtschaft und ist weiterhin Sprecherin der LAG Finanzen, wenn ich das richtig notiert habe. Auch sie hat durch ihre Art unsere Arbeit sehr bereichert und bittet um euer Vertrauen. Das würde ich auch sehr befürworten. Ich danke euch. Einen schönen Abend. Kira, ich danke dir für die kurze Vorstellung. Und wir steigen jetzt auch direkt ein in den Wahlgang. Mit eins könnt ihr euch enthalten, mit zwei könnt ihr Nein wählen, mit drei wählt ihr Kira, mit vier Barbara Naguib. Ihr habt zwei Stimmen, wir haben zwei Bewerbungen und wir können auch zwei Plätze besetzen. Der Wahlgang ist eröffnet. Bei Problemen kennt ihr ja schon. Am besten das Gerät nach oben halten und aufstehen, dann sehen wir das. Scheint aber alles in Ordnung zu sein. Gibt es jemanden, der noch nicht abstimmen konnte? Da hinten gibt es ein Problem. So, das scheint sich jetzt erledigt zu haben. Gibt es noch jemanden, der nicht abstimmen konnte? Das sieht nicht so aus. Dann schließe ich. Doch, halt stopp da hinten. Da hinten links an der Wand. So, jetzt alles klar? Da hinten wird noch. Wie sieht es aus da hinten links an der Wand? Alles in Ordnung? Gut, dann schließe ich jetzt den Wahlgang. So, und auch das geht ganz schnell und wir haben ein Ergebnis. 218 sind abgegebene Stimmen. Das Quorum liegt bei 110 Stimmen. Acht Enthaltungen, 23 mal Nein. Auf Kira 176 Stimmen, auf Barbara 175 Stimmen. Damit sind beide gewählt. Und ich frage Kira, nimmst du die Wahl an? Ja, sie nimmt die Wahl an. Barbara müssen wir nachfragen. Wir gehen aber davon aus, weil sie kandidiert hat, wird sie die Wahl wahrscheinlich auch annehmen. Ich bitte aber die Mitglieder, Bescheid zu sagen, wie sie sich entschieden hat. Prima. Dann haben wir jetzt die Frauenplätze besetzt und wir kommen jetzt zur Wahl der offenen Plätze. Dafür haben sich beworben Marco Penz und Sebastian Trautmann. Ich hatte vorhin schon gefragt, ob es weitere Bewerbungen für diese offenen Plätze gibt. Das sieht nicht so aus. Bei beiden ist es eine Wiederwahl und beide haben die Möglichkeit, sich jetzt hier zwei Minuten vorzustellen. Dafür bitte ich jetzt zunächst den Marco Penz nach oben. Liebe Freundinnen und Freunde, entgegen meiner vorherigen in der schriftlichen Bewerbung Ankündigung habe ich es doch heute geschafft, mich nochmal persönlich hier jetzt vorstellen zu können. Mein Name ist Marco Penz, habe im letzten Jahr mein erstes Staatsexamen abgelegt, promoviere derzeit an der Uni Frankfurt-Oder über Äußerungsbefugnisse von Amtsträgerinnen und Amtsträgern und arbeite in Köln in einer Rechtsanwaltskanzlei. Ich würde mich gerne hier wiederbewerben für das Landesschiedsgericht, da doch die Arbeit spannend ist und ich quasi auf diese Art und Weise ein Stück weit die politische Arbeit mit der juristischen verknüpfen kann. Und bislang ist uns das, glaube ich, auch in kollegialer Weise sehr gut gelungen. Wir sind immer bemüht, einen möglichst Ausgleich auf beiden Seiten zu finden und eine gütliche Einigung zu erzielen. Immer ist uns das leider nicht möglich gewesen, aber ich glaube, wir haben stets doch fair verhandelt und letztlich eine Lösung gefunden, die im Sinne der Partei und der Beteiligten bzw. Betroffenen ist. Ich will es auch kurz halten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen wieder aussprecht und ich auch die kommenden zwei Jahre weiter mit dem Schiedsgericht mitarbeiten darf. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco. Als Nächsten den Sebastian, bitte. Ja, liebe Freundinnen und liebe Freunde, ich kann mich im Wesentlichen dem anschließen, was bis jetzt zu dem Landesschiedsgericht gesagt worden ist. Ich bin, glaube ich, der Älteste im Bunde, schon ein bisschen fortgeschritten, arbeite für die Landesregierung als Jurist, nachdem ich ursprünglich mal Staatsanwalt war. Die Arbeit im Landesschiedsgericht mit den Kandidatinnen, bis jetzt bereits gewählten Landesschiedsrichterinnen, war sehr erfolgreich und auch sehr angenehm und das möchte ich auch ebenso weit fortsetzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür euer Vertrauen gebt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Sebastian. So, weitere Bewerbungen haben wir nicht. Dann kommen wir zur Wahl. Ihr wählt wieder mit der 1, Enthaltung mit der 2, nein. Mit der 3 wählt ihr Marco und mit der 4 den Sebastian. Der Wahlgang ist eröffnet. Ich habe zwei Stimmen für zwei Plätze jetzt. So, alles gut. Gibt es jemanden, der noch nicht wählen konnte? Aus technischen oder sonstigen Gründen. Das sieht nicht so aus. Damit kann ich... Ich soll noch warten. Alles klar. Gut. Brauchen noch ein bisschen. Alles klar. Jetzt schließe ich den Wahlgang. Alle Stimmen sind wohl hier angekommen. Gut, das Ergebnis ist jetzt auch schon da. Insgesamt abgegebene Stimmen, 214. Das Quorum, was für die Wahl erforderlich ist, liegt bei 108. Vier Enthaltungen, 13 mal nein. Auf Marco entfallen 192 Stimmen. Und auf Sebastian 189 Stimmen. Damit haben Sie beide das Quorum erreicht. Ich frage euch, nehmt ihr die Wahl an? Sehr gern, sagen Sie. Damit haben wir dann das Landesschiedsgericht auch wieder gewählt für die nächsten zwei Jahre. Gut. Wie es jetzt weitergeht, werden euch gleich Sigrid und Marianne erzählen. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass ihr auf jeden Fall gleich nach der Versammlung jetzt die Televoter abgebt und eure weißen Karten, die ihr dazu benötigt habt. Bitte gebt die alle ab, vorne, wo ihr sie bekommen habt. Wir brauchen die morgen nicht mehr. Ihr nehmt sie nicht mit nach Hause. Ihr gebt sie bitte ab. So, und jetzt Marianne und Sigrid, was habt ihr noch für uns? Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, man hat das Gefühl, jetzt möchte man erstmal durchschnaufen. Das sollt ihr auch tun. Nehmt euch zehn Minuten Zeit. Aber dann nehmt euch bitte die Zeit, in die Workshops zu gehen. Zwar bis circa 21 Uhr. Die Vete danach wird sensationell. Da kann man alles abzappeln. Aber alle diejenigen, die die Workshops vorbereitet haben, haben sich viel Mühe gemacht. Und wir haben heute alle zusammen gesagt, wir brauchen die Ideen, wir brauchen die Inhalte. Und daran werden wir heute Abend noch zusammen mit neuem Schwung arbeiten. Und darum bitten wir euch, das jetzt Ganze da hineinfließen zu lassen. Das wird eine gute Sache. Und ihr habt alle eure Vorstellungen mitgebracht. Und die wollen wir einfach auch einsammeln. Ja, wir versuchen das. Ich würde euch auch dazu sehr, sehr herzlich ermutigen. Ich möchte in Aussicht stellen, dass am Ende dieser Workshop-Phase dann am Tag des Bieres eine Runde Freibier ausgegeben vom neuen Landesvorstand steht. Wir sind in etwa, je nachdem, wann wir wieder sozusagen alle zusammen sind, im Foyer circa 21 Uhr. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass wir, weil wir ursprünglich eine andere Zeitplanung hatten, ob wir heute Abend eine Alternative um 20 Uhr haben, nämlich einen Schnupperkurs im Lindyhop. Jetzt kennen nicht alle Lindyhop, aber manche eben doch. Die, die es noch nicht kennen, können sich auch gerne überraschen lassen. Man kann da eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde sich mal in das Lindyhop einfügen. Das ist auch eine Ausgleichsmaßnahme. Ich möchte jetzt nicht zu sehr dafür werben, weil eigentlich sollte das ja nach den Workshops stattfinden. Und ich finde es auch sehr schön, wenn ihr in die Workshops geht. Um 20 Uhr findet das Antragstellerinnen und Antragsteller-Treffen zum Thema Mobilität statt. Und zwar, Mona, in welchem Raum? Den habe ich jetzt nicht. Ist ausgeschildert, genau. Ich soll auch noch darauf hinweisen, dass bei der Party es auch Getränke und Snacks gibt und auch eine kleine Essenskarte. Und man kann auch im Hotel, in der Bar sich noch weiter versorgen lassen. Ihr seid also, auch wenn ihr jetzt in die Workshops geht, nicht darauf angewiesen zu darben. Morgen früh geht es hier in der Halle um 9.30 Uhr weiter. 9.30 Uhr pünktlicher Beginn über die Warm-up-Angebote. Die könnt ihr bitte euren Delegierten-Infos entnehmen, die bewerbe ich jetzt nicht mehr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten weiteren Verlauf des Tages. Gut, dann weiterhin noch viel Spaß und viel kreativen Gehirnschmalz und gute Ideen in den Workshops. Und jetzt schauen wir uns gut hier. Und jetzt schauen wir uns auf. Und jetzt schauen wir uns auf zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020